David Copperfield von Charles Dickens Gelesen von Hans Hafen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erstes Kapitel Ich komme zur Welt Ob ich mich in diesem Buch zum Helden meiner eigenen Leidensgeschichte entwickeln werde, oder ob jemand anders diese Stelle ausfüllen soll, wird sich zeigen. Um mit dem Beginn meines Lebens anzufangen, bemerke ich, dass ich, wie man mir mitgeteilt hat und wie ich auch glaube, an einem Freitag um Mitternacht zur Welt kam. Es heißt, dass die Uhr zu schlagen begann, gerade als ich zu schreien anfing. Was den Tag und die Stunde meiner Geburt betrifft, so behaupteten die Kindsfrau und einige weise Frauen in der Nachbarschaft, die schon Monate zuvor, ehe wir noch einander persönlich vorgestellt werden konnten, eine lebhafte Teilnahme für mich gezeigt hatten, erstens, dass es mir vorausbestimmt sei, nie im Leben Glück zu haben, und zweitens, dass ich die Gabe besitzen würde, Geister und Gespenster sehen zu können. Wie sie glaubten, hingen diese beiden Eigenschaften unvermeidlich all den unglücklichen Kindern beiderlei Geschlechts an, die in der Mitternachtsstunde eines Freitags geboren sind. Über den ersten Punkt brauche ich nichts weiter zu sagen, weil ja meine Geschichte am besten zeigen wird, ob er eingetroffen ist oder nicht. Was den zweiten anbelangt, will ich nur feststellen, dass ich bisher noch nichts bemerkt habe. Vielleicht habe ich schon als ganz kleines Kind diesen Teil meiner Erbschaft angetreten und aufgebraucht. Ich beklage mich auch durchaus nicht, falls mit mir diese schöne Gabe vorenthalten bleiben sollte, und wenn sich irgendjemand anders ihrer vielleicht bemächtigt hat, mag er sie in Gottes Namen behalten. Ich kam in einem Hautnetz zur Welt, das später um den niedrigen Preis von fünfzehn Gineen in den Zeitungen zum Verkauf ausgeschrieben wurde, ob damals die Seereisenden gerade knapp bei Kasse waren oder schwach im Glauben und daher Korriacken vorzogen, weiß ich nicht. Ich weiß bloß so viel, dass nur ein einziges Angebot einlief, und zwar von einem Anwalt, der zugleich Wechselagent war und zwei Pfund bar und den Rest in Sherry geben wollte, und es entschieden ablehnte, um einen höheren Preis diese Garantie gegen das Ertrinken zu erwerben. Die Annonce wurde zurückgezogen, denn was Sherry anbelangte, so wurde meiner armen lieben Mutter eigener Sherry gerade damals versteigert. Das Hautnetz wurde zehn Jahre später in unserer Gegend in einer Lotterie unter fünfzig Personen ausgeknobelt. Je fünfzig Bewerber zahlten eine halbe Krone per Kopf und der Gewinner hatte noch fünf Schillinge darauf zu legen. Ich selbst war gegenwärtig und erinnere mich, wie unbehaglich und verlegen mir zumute war, als ein Teil meines eigenen Selbst auf diese Weise veräußert wurde. Ich weiß noch, dass eine alte Dame mit einem Handkorb das Netz gewann und die ausgemachten fünf Schillinge in lauter Halfpenny-Stücken zögernd herausholte. Es fehlten damals noch zwei und ein halber Penny, was man ihr nur mit großem Aufwand an Zeit und Arithmetik begreiflich machen konnte. Tatsache ist, dass die alte Dame wirklich nie ertrank, sondern triumphierend im Bette starb, zweiundneunzig Jahre alt. Ich ließ mir erzählen, dass sie sich bis an ihr Ende außerordentlich damit brüstete, in ihrem ganzen Leben niemals auf dem Wasser gewesen zu sein, höchstens auf einer Brücke, und dass sie bei ihrem Tee, dem sie sehr zugetan war, stets ihre Entrüstung über die Gottlosigkeit der Seeleute aussprach, die sich auf dem Meere herumtrieben. Es war vergebens, ihr vorzustellen, wie viele Annehmlichkeiten wir den Tee zum Beispiel mit in Begriffen dieser Unsitte verdanken. Stets erwiderte sie mit noch größerem Nachdruck und mit instinktivem Bewusstsein von der Gewalt eines Einwandes, man hat sich trotzdem nicht herumzutreiben. Um mich aber selbst nicht herumzutreiben und abzuschweifen, will ich zu meiner Geburt zurückkehren. Ich erblickte in Blunderstone, in Suffolk, oder da herum, wie man in Schottland sagt, das Licht der Welt. Ich bin ein nachgeborenes Kind, meines Vaters Augen schlossen sich sechs Monate früher, als die meinigen sich öffneten. Es liegt etwas Seltsames für mich in dem Gedanken, dass mein Vater mich niemals gesehen hat, und noch Seltsameres in der schattenhaften Erinnerung aus meiner ersten Kinderzeit an den weißen Grabstein auf dem Kirchhof. Ich empfand unsäglichen Kummer, dass er dort draußen allein liegen musste in der dunklen Nacht, während unser kleines Wohnzimmer warm und hell war von Feuer und Licht, und das Tor unseres Hauses, fast grausam kam es mir manchmal vor, für ihn verriegelt und verschlossen. Eine Tante meines Vaters, folglich eine Großtante von mir, von der ich bald mehr zu erzählen haben werde, galt als die angesehenste Person in unserer Familie. Miß Trotwood oder Miß Betsy, wie meine arme Mutter sie immer nannte, wenn sie ihre Angst vor dieser schrecklichen Persönlichkeit so weit überwand, sie überhaupt zu erwähnen, war verheiratet gewesen mit einem Manne, der jünger als sie selbst und sehr hübsch war. Allerdings nicht in dem Sinne des Sprichworts »Hübsch ist, wer sich hübsch beträgt«, denn er stand stark in dem Verdacht, dass er Miß Betsy durchzuprügeln pflegte und einmal sogar wegen einer strittigen Unterstützungsfrage schnelle, aber entschlossene Vorbereitungen getroffen hätte, sie aus einem Fenster im zweiten Stock hinauszuwerfen. Diese offenkundigen Beweise unverträglichere Müdsart bewogen schließlich Miß Betsy, ihn mit Geld abzufertigen und eine Scheidung auf gegenseitige Übereinkunft durchzusetzen. Er ging mit dem Kapital nach Indien und wurde dort nach einer wilden Legende in unserer Familie einmal auf einem Elefanten reitenden gesehen in Gestellschaft eines Babu. Es wird wohl ein Pavian gewesen sein oder eine Begum, wie dem auch sei, ehe zehn Jahre um waren, kam aus Indien die Kunde von seinem Tod. Wie meine Tante es aufgenommen hat, weiß niemand. Gleich nach der Scheidung nahm sie ihren Mädchennamen wieder an, kaufte sich ein Häuschen in einem Weiler weit draußen an der Seeküste und lebte dort mit einer einzigen Dienerin in unerbittlicher Zurückgezogenheit. Mein Vater muss einst ihr Liebling gewesen sein, aber seine Heirat hatte sie tödlich beleidigt, da meine Mutter nach ihrer Ansicht nur eine Wachspuppe war. Sie hatte meine Mutter wohl nie gesehen, wusste aber, dass sie sehr jung war, noch nicht zwanzig. Mein Vater und Miss Betsy sahen einander nie wieder. Er war doppelt so alt als meine Mutter, als er sie heiratete und von zarter Gesundheit. Ein Jahr darauf starb er, wie ich schon gesagt habe, sechs Monate, ehe ich zur Welt kam. So lagen die Dinge an jenem, wie ich wohl sagen darf, ereignisvollen und wichtigen Freitag. Ich weiß natürlich über sie nichts aus eigener Anschauung und stütze meine Erinnerungen auch nicht auf eigene Sinneswahrnehmung. Meine Mutter saß am Feuer, körperlich schwach und geistig sehr niedergedrückt, schaute, die Augen voll Tränen, in das Feuer und sahen trübe nach über das Schicksal des vor der Geburt verwaisten Kindes, dessen Ankunft binnen Kurzem erwartet wurde und über ihre eigene Zukunft. Es war ein heller, windiger Herbstnachmittag, und sie saß betrübt und niedergeschlagen da und von bangen Zweifeln erfüllt, ob sie wohl glücklich die zu erwartende schwere Stunde überstehen werde, als sie ihre Augen trocknend aufblickte und durch das gegenüberliegende Fenster eine fremde Dame in den Garten hereinkommen sah. Beim zweiten Blick hatte meine Mutter schon die sichere Ahnung, dass es Miss Betsy wäre. Die untergehende Sonne schien über den Gartenzaun auf die fremde Dame und diese schritt auf die Türe zu mit einer so unbeugsamen Strenge in Gesicht und Haltung, dass es niemand anders sein konnte. Als sie das Haus erreichte, lieferte sie noch einen anderen Beweis ihrer Identität. Mein Vater hatte oft erwähnt, dass sie sich selten wie ein gewöhnlicher Christenmensch benehme, und nun trat sie wirklich, anstatt die Glocke zu ziehen, an das nächste Fenster und drückte ihre Nase mit einer solchen Energie gegen das Glas, dass diese im Augenblick ganz platt und weiß wurde, wie meine Mutter oft erzählte. Sie bekam darüber einen solchen Schrecken, dass ich es meiner Überzeugung nach nur Miss Betsy zu danken habe, wenn ich an einem Freitag zur Welt kam. Meine Mutter war in ihrer Aufregung aufgestanden und hinter den Stuhl in eine Ecke getreten. Miss Betsy sah sich durch die Scheiben langsam und forschend im Zimmer um, wobei sie am anderen Ende der Stube anfing und wendete automatenhaft wie ein Türkenkopf auf einer Schwarzwälder Wand und nur das Gesicht, bis ihre Blicke auf meiner Mutter haften blieben. Dann zog sie die Brauen zusammen und winkte, wie jemand, der zu befehlen gewohnt ist, dass man ihr die Türe aufmachen solle. Meine Mutter gehorchte. »Mrs. David Copperfield vermutlich«, sagte Miss Betsy mit einer Emphase, die sich wahrscheinlich auf die Trauerkleider meiner Mutter und auf ihren Zustand bezog. »Ja«, antwortete meine Mutter schüchtern. »Haben Sie schon von Miss Trotwood gehört?«, fragte die Dame. Meine Mutter entgegnete, sie habe das Vergnügen gehabt, hatte dabei aber das unangenehme Gefühl, nicht danach auszusehen, als ob es ein überwältigendes Vergnügen gewesen wäre. »Jetzt steht sie vor Ihnen«, sagte Miss Betsy. Meine Mutter verbeugte sich und bat die Dame, einzutreten. Sie gingen ins Wohnzimmer, aus dem meine Mutter gekommen, denn das Besuchszimmer auf der anderen Seite des Ganges war nicht geheizt und nicht geheizt gewesen seit meines Vaters Leichenbegängnis. Als sie beide Platz genommen hatten, Miss Betsy aber nicht sprach, fing meine Mutter nach einem vergeblichen Bemühen, sich zu fassen, zu weinen an. »Oh, still, still«, sagte Miss Betsy hastig, »nur das nicht. Lass das, lass das.« Meine Mutter aber konnte sich nicht helfen und ihre Tränen flossen, bis sie sich ausgeweint hatte. »Nimm deine Haube ab, Kind«, sagte Miss Betsy, »damit ich dich sehen kann.« Meine Mutter war viel zu sehr eingeschüchtert, um dieses seltsame Verlangen abzuschlagen, selbst wenn sie gewollt hätte. Daher entsprach sie dem Wunsche und tat es mit so zitternden Händen, dass ihr Haar, das sehr reich und schön war, sich löste und auf ihre Schultern herabfiel. »Gott bewahre,« rief Miss Betsy, »du bist ja noch ein wahres Wickelkind.« Allerdings sah meine Mutter selbst für ihre Jahre noch sehr jugendlich aus. Sie ließ den Kopf hängen, als ob es ihre Schuld wäre, und sagte schluchzend, »Dass sie auch fürchte, sie sei ein wahres Kind von einer Witwe und werde auch ein Kind von einer Mutter sein, wenn sie am Leben bliebe.« In der kurzen Pause, die darauf folgte, kam es ihr fast vor, als ob Miss Betsy ihr Haar berührte, und zwar nicht mit unsanfter Hand. Aber wie sie schüchtern hoffend aufblickte, hatte sich die Dame mit aufgeschürztem Kleid bereits hingesetzt, die Hände über ein Knie gefaltet, die Füße auf das Kamingitter gestützt und starrte grimmig ins Feuer. »Um Gottes Willen«, fragte Miss Betsy plötzlich, »warum eigentlich Krähenhorst?« »Sie meinen das Haus, Madame?« »Warum Krähenhorst?« fragte Miss Betsy. »Hühnerhof wäre passender gewesen, wenn ihr beide einen Begriff vom praktischen Leben gehabt hättet.« »Mr. Copperfield hat ihm den Namen gegeben«, erwiderte meine Mutter. »Als er das Haus kaufte, meinte er, es müsste hübsch sein, wenn Krähen darin nisten würden. Der Abendwind fegte in diesem Augenblick so gewaltig durch die alten hohen Ulmen im Garten, dass sowohl meine Mutter wie Miss Betsy unwillkürlich hinaussahen. »Als sich die Bäume zueinander neigten, wie Riesen, die sich Geheimnisse zuflüstert und gleich darauf in heftige Bewegung gerieten und mit ihren zackigen Armen wild in der Luft herumfuhren, als ob diese Geheimnisse zu gräßlich für ihre Seelenruhe wären, wurden ein paar alte, vom Sturm zerzauste Krähennester auf den höchsten Zweigen wie Wracks auf stürmischer See hin und her geworfen.« »Wo sind die Vögel?« »Wo sind die Vögel?« »Verhörte miß Betsy.« »Was?« »Meine Mutter hatte an etwas anderes gedacht.« »Die Krähen, wo sie hingekommen sind.« »Es waren überhaupt nie welche da, seit wir hier gelebt haben«, sagte meine Mutter. »Wir dachten, Mr. Copperfield dachte, es sei ein großer Krähenhorst, aber die Nester waren alt und von den Vögeln längst verlassen.« »Echt, David Copperfield«, rief Miss Betsy, »David Copperfield, wie er leibt und lebt. »Nennt das Haus Krähenhorst, wo gar keine Krähe da ist, und nimmt die Vögel auf guten Glauben, weil er die Nester sieht.« »Mr. Copperfield ist tot«, gab meine Mutter zur Antwort, »und wenn sie sich umstehen, unfreundlich über ihn zu sprechen«, »Ich glaube, meine arme, liebe Mutter hatte einen Augenblick die Absicht, sich an der Tante tätlich zu vergreifen.« »Echt mit einer Hand bezwungen, selbst wenn meine Mutter in einer besseren Verfassung für einen solchen Kampf gewesen wäre, als an diesem Abend.« »Aber es blieb einem schüchternen Aufstehen, dann setzte sich meine Mutter wieder schwach nieder und fiel in Ohnmacht.« Als sie wieder zu sich kam, sah sie Miss Betsy am Fenster stehen. Es war mittlerweile ganz dunkel geworden, und so undeutlich sie einander unterschieden, hätten sie doch auch das nicht ohne den Schein des Feuers können. »Nun«, fragte Miss Betsy und trat wieder zu dem Stuhl, als hätte sie bloß einen Blick aus dem Fenster geworfen, »und wann erwartest du?« »Ich zittere am ganzen Leibe«, stammelte meine Mutter. »Ich weiß nicht, was es ist. Ich sterbe sicherlich.« »Nein, nein, nein«, sagte Miss Betsy, »trink eine Tasse Tee.« »Ach Gott, ach Gott, meinen Sie, dass wir das gut tun wird«, rief meine Mutter in hilflosem Tone. »Selbstverständlich«, sagte Miss Betsy, »es ist alles bloß Einbildung.« »Wie heißt denn das Mädchen?« »Ich weiß doch nicht, ob es ein Mädchen sein wird, Madame«, sagte meine Mutter unschuldsvoll. »Gott segne dieses Kind«, rief Miss Betsy aus, unbewusst den Sinspruch auf dem Nadelkissen in der Schublade des oberen Stocks anführend, aber nicht mit Anwendung auf mich, sondern auf meine Mutter. »Das meine ich doch nicht, ich meine doch das Dienstmädchen.« »Peggottie«, sagte meine Mutter. »Peggottie«, wiederholte Miss Betsy entrüstet, »willst du damit sagen, Kind, dass ein menschliches Geschöpf in eine christliche Kirche gegangen ist und sich hat Peggottie taufen lassen?« »Es ist Ihr Familienname«, sagte meine Mutter schüchtern, »Mr. Copperfield nannte sie so, weil Ihr Taufname derselbe ist wie meiner.« »He da, Peggottie«, rief Miss Betsy und öffnete die Zimmertür. »Tee, deine Herrschaft ist ein bisschen unwohl, aber rasch.« Nachdem sie diesen Befehl so gebieterisch ausgesprochen, als wäre sie von jeher Herrin dieses Hauses und aus dem Zimmer hinausgespäht hatte, um nach der erstaunten Peggottie zu sehen, die bei dem Klang einer fremden Stimme mit einem Licht den Gang entlang kam, schloss sie die Türe wieder und setzte sich wieder wie zuvor, die Füße am Kamingitter, das Kleid aufgeschürzt und die Hände über ein Knie gefaltet. »Du meintest, es werde ein Mädchen werden«, sagte Miss Betsy. »Ich zweifle keinen Augenblick daran. Ich habe ein Vorgefühl, dass es ein Mädchen wird.« »Nun, Kind, von dem Moment der Geburt dieses Mädchens an«, »Vielleicht ist's ein Knabe«, erlaubte sich meine Mutter, sie zu unterbrechen. »Ich sage dir bereits, ich habe das Vorgefühl, dass es ein Mädchen ist«, entgegnete Miss Betsy. »Widerspricht mir nicht immer.« »Also von dem Augenblick der Geburt dieses Mädchens an werde ich seine Freundin sein, Kind. Ich will seine Patin sein, und sie hat Betsy Trotwood Copperfield zu heißen.« »Mit dieser Betsy Trotwood Copperfield soll es im Leben glatt gehen. Mit ihren Gefühlen darf nicht gespielt werden. Armes Kleines. Sie muss gut erzogen und in Acht genommen werden, dass sie ihr Vertrauen nicht auf törichte Weise jemand schenkt, der es nicht verdient. Das laß meine Sorge sein.« Bei jedem dieser Sätze zuckte Miss Betsy mit dem Kopf, als ob das Erlittene Unrecht vergangener Zeiten in ihr wieder lebendig würde, und sie einen deutlicheren Hinweis darauf nur mit Überwindung unterdrückte. »So vermutete wenigstens meine Mutter, als sie beim schwachen Schimmer des Feuers beobachtete, aber zu sehr von ihrem Wesen erschreckt war und innerlich viel zu unruhig und zu verwirrt, um überhaupt irgendetwas klar beobachten zu können.« »Und war David gut gegen dich, Kind?« »Fragte Miss Betsy, nachdem sie eine Weile geschwiegen und die Bewegung ihres Kopfes allmählich aufgehört hatte.« »Habt ihr euch gut vertragen?« »Wir waren sehr glücklich«, sagte meine Mutter. »Mr. Copperfield war viel zu gut zu mir.« »Er hat dich also verzogen.« »Allein und verlassen zu sein und ohne Stütze in dieser rauhen Welt dazustehen«, schluchzte meine Mutter. »Dazu hat er mich wohl nicht erzogen.« »Gut, weine nicht«, sagte Miss Betsy. »Ir passtet eben nicht zusammen, Kind.« »Zwei Menschen können überhaupt nicht zusammenpassen.« »Deshalb fragte ich.« »Du warst eine Weise, nicht wahr?« »Ja.« »Und Gouvernante?« »Ich war Bonn in einer Familie, die Mr. Copperfield häufig besuchte. Mr. Copperfield war sehr freundlich und aufmerksam gegen mich und machte mir zuletzt einen Heiratsantrag.« »Und ich sagte ja.« »Und so wurden wir Mann und Frau«, sagte meine Mutter einfach. »Hm, armes Kind«, murmelte Miss Betsy und sah immer noch grimmig ins Feuer.« »Verstehst du etwas?« »Ich bitte um Verzeihung, Madame«, stammelte meine Mutter. »Von der Wirtschaft zum Beispiel.« »Ich fürchte nicht viel, nicht so viel, wie ich möchte.« »Aber Mr. Copperfield unterrichtete mich, weil er selber so viel davon verstand, warf Miss Betsy hin.« »Und ich glaube, ich hätte bald Fortschritte gemacht, denn ich war eifrig im Lernen und er ein sehr geduldiger Lehrer, wenn nicht das große Unglück«, meine Mutter verlor wieder die Fassung und konnte nicht weitersprechen.« »Schon gut, schon gut«, sagte Miss Betsy. »Ich führte mein Wirtschaftsbuch regelmäßig und schloß es mit Mr. Copperfield pünktlich jeden Abend ab«, rief meine Mutter mit einem neuen Ausbruch des Schmerzes. »Schon gut, schon gut«, rief Miss Betsy. »Hör endlich auf zu weinen.« Und es war nie ein Wort des Streites dabei oder der Uneinigkeit, außer wenn Mr. Copperfield tadelte, dass meine Dreier und Fünfer einander zu ähnlich säen, oder dass ich meinen Siebnern und Neunern krause Schwänze gäbe, begann meine Mutter von neuem und wieder von einer Tränenflut unterbrochen. »Du wirst dich krank machen«, sagte Miss Betsy. »Du weißt doch, dass das weder für dich noch für mein Patenkind gut ist. Komm, du musst das bleiben lassen.« Dieses Argument trug einigermaßen dazu bei, meine Mutter zum Schweigen zu bringen, obgleich ihr zunehmendes Übelbefinden die Hauptursache sein mochte. Eine längere Stille trat ein, die nur unterbrochen wurde von einem gelegentlichen »Ha!«, Miss Betsy, die immer noch mit den Füßen auf dem Kamin dasaß. »David hat sich mit seinem Geld eine Leibrente gekauft«, sagte sie endlich, »und wie hat er für dich gesorgt?« »Mr. Copperfield«, sagte meine Mutter mit Anstrengung, »war so vorsichtig und gut, mir die Anwartschaft auf einen Teil davon zu sichern.« »Wie viel?« fragte Miss Betsy. »Hundertfünf Pfund jährlich.« »Er hätte es noch schlimmer machen können«, sagte meine Tante. Das Wort passte gut für den Augenblick. Meiner Mutter ging es so viel schlimmer, dass Pegodidi eben mit dem Teebrett und Lichtern hereinkam und auf den ersten Blick sah, wie krank sie war. Miss Betsy hätte es schon eher sehen können, wenn es hell genug gewesen wäre, sie so rasch wie möglich in die obere Stube hinaufbrachte und sofort Herrn Pegodidi ihren Neffen, der seit einigen Tagen ohne Wissen meiner Mutter als Bote für unvorhergesehene Fälle im Hause verborgen gehalten wurde, nach der Hebamme und dem Doktor schickte. Diese verbündeten Mächte, die sich im Verlaufe weniger Minuten zusammenfanden, waren sehr erstaunt, eine fremde Dame von strengem Aussehen vor dem Feuersitzen zu sehen, den Hut am linken Arm hängend und sich die Ohren mit Juwelierbaumwolle zustopfend. Da Pegodidi nichts über sie wusste und meine Mutter nichts über sie hatte fallen lassen, blieb sie ein ungelöstes Rätsel in der Wohnstube, und der Umstand, dass sie ein Baumwollenmagazin in der Tasche trug und sich die Watte auf besagte Weise in die Ohren stopfte, raubte ihr nichts von ihrem Ansehen. Nachdem der Doktor oben gewesen und wieder heruntergekommen war und offenbar vermutete, dass er mit der unbekannten Dame einige Stunden würde zusammenbleiben müssen, bemühte er sich, höflich und gesellig zu erscheinen. Er war der sanfteste seines Geschlechts, der mildeste aller kleinen Männer. Er drückte sich beim Ein- und Ausgehen seitwärts durch die Türen, um möglichst wenig Platz einzunehmen. Er ging so leise wie der Geist des Hamlet, aber noch viel langsamer. Er trug den Kopf auf eine Seite geneigt, teils aus Bescheidenheit, teils aus Entgegenkommen. Es wäre zu wenig gesagt, dass er nicht einmal für einen Hund ein böses Wort gehabt hätte. Er hätte nicht einmal einen tollen Hund ein böses Wort sagen können, höchstens ein sanftes, oder ein halbes oder ein Bruchstück davon. Denn er sprach so langsam, wenn er ging, aber er würde nicht grob gegen ihn gewesen sein. Nicht einmal ein rasches, nicht um alles in der Welt. Mr. Chilip sah also meine Tante, den Kopf auf die Seite geneigt, sanft an, machte eine kleine Verbeugung und sagte, auf die Watte anspielend, indem er sein linkes Ohr berührte, »Lokale Reizung, Madame?« »Was?«, fragte meine Tante und zog die Baumwolle wie einen Kork aus einem Ohr. Mr. Chilip erschrak so sehr über ihr barsches Wesen, wie er später meiner Mutter erzählte, dass es noch ein Glück war, dass er die Fassung nicht verlor. Er wiederholte sanft, »Lokale Reizung, Madame?« »Unsinn«, antwortete meine Tante und verstopfte sofort das Ohr wieder. Mr. Chilip konnte nun weiter nichts tun als Platz nehmen und sie schüchtern ansehen, wie sie so dasaß und ins Feuer starrte, bis er wieder hinaufgerufen wurde. Nach viertelstündiger Abwesenheit kehrte er wieder zurück. »Nun«, fragte meine Tante und nahm die Watte aus dem ihm am nächsten liegenden Ohre, »Nun, Madame?«, antwortete Mr. Chilip, »wir machen langsam Fortschritte.« »Bah«, sagte meine Tante, den verächtlichen Ausruf förmlich hervorstoßend, und verstopfte sich wieder wie vorhin. »In der Tat, in der Tat, Mr. Chilip war geradezu bestürzt, wie er später meiner Mutter gestand, natürlich bloß vom ärztlichen Gesichtspunkte aus, aber trotzdem starrte er Miss Betsy fast zwei Stunden lang an, bis er von neuem gerufen wurde. Nach längerer Abwesenheit kehrte er wiederum zurück. »Nun«, fragte meine Tante und nahm abermals die Watte aus dem gleichen Ohr, »Nun, Madame«, antwortete Mr. Chilip, »wir machen langsam Fortschritte, Madame.« »Ja«, knurrte meine Tante Mr. Chilip der Rat an, dass er es fürwahr nicht mehr länger aushalten konnte, »es war fast danach angetan, ihm allen Mut zu nehmen«, äußerte er später. Darum ging er lieber hinaus und setzte sich draußen im Dunkeln auf die zugige Treppe, bis man wieder nach ihm schickte. Ham Peggott, der in die Volksschule ging und wie ein Drache über seinem Katechismus zu sitzen pflegte und deshalb sicher als glaubwürdiger Zeuge gelten kann, erzählte am nächsten Tag, er hätte eine Stunde später zur Stubentür hineingeguckt und wäre sogleich von Miss Betsy, die in großer Erregung auf- und abgegangen, erspäht und gepackt worden, »ehe er die Flucht habe ergreifen können.« Er berichtete ferner, dass man zuweilen das Geräusch von Fußtritten und Stimmen in den oberen Zimmern gehört hätte, das wahrscheinlich die Watte nicht ganz abhielt, wie er aus dem Umstande schloss, dass ihn die Dame wie ein Opfer festhielt und an ihm ihre überströmende Aufregung ausließ, wenn die Geräusche am lautesten waren. Sie hätte ihn am Kragen gepackt und in der Stufe auf- und abgeführt, als ob er zu viel Lautanum genossen, hätte ihn geschüttelt, ihm die Wäsche zerzaust und die Ohren verstopft, als ob es ihre eigenen gewesen wären, und ihn auf jede Weise mißhandelt. Sein Bericht wurde zum Teil von Peggotty bestätigt, die ihn um halb ein Uhr kurz nach seiner Befreiung noch ganz rot gesehen hatte. Der sanfte Mr. Chilip konnte niemand böse sein, und wenn überhaupt je, so am allerwenigsten in solcher Stunde. Er drückte sich deshalb in das Wohnzimmer, sobald er abkommen konnte, und sagte zu meiner Tante in seinen mildesten Tönen, »Madame, es freut mich, Sie beglückwünschen zu können.« »Wozu?« fragte miß Betsy mit Schärfe. Mr. Chilip, wiederum verwirrt durch die außerordentliche Schroffheit meiner Tante, machte ihr eine kleine Verbeugung und lächelte sie an, um sie zu besänftigen. »Oh, dieser Mensch, was er nur macht,« rief meine Tante ungeduldig, »kann er denn nicht sprechen?« »Beruhigen Sie sich, meine teure Madame«, sagte Mr. Chilip mit seinen weichsten Lauten, »es ist nicht länger Ursache zur Besorgnis mir vorhanden, Madame. Beruhigen Sie sich.« »Man hat es später für ein Wunder angesehen, dass meine Tante ihn nicht schüttelte, um das, was er zu sagen hatte, aus ihm herauszuschütteln.« »Was sie schüttelte, war nur der Kopf, den aber so drohend, dass es den Doktor erzittern machte.« »Nun, Madame«, begann Mr. Chilip von neuem, sobald er wieder Mut gefaßt, »es freut mich, Sie beglückwünschen zu können. Alles ist nun vorbei, Madame, und glücklich vorbei.« Während der fünf Minuten, die Mr. Chilip zu dieser Rede brauchte, sahen meine Tante lauernd und scharf an, »Wie befindet sie sich?« fragte meine Tante und verschränkte ihre Arme, an deren einem immer noch der Hut hing. »Nun, Madame, sie wird bald wieder ganz wohl sein, hoffe ich,« antwortete Mr. Chilip, »so wohl, wie wir es von einer jungen Mutter unter so getrübten häuslichen Verhältnissen nur erwarten können. Wenn Sie sie sogleich sehen wollen, steht dem nichts im Wege, Madame. Vielleicht tut es ihr sogar gut.« »Und sie, wie geht es ihr?« Mr. Chilip neigte seinen Kopf doch ein bisschen mehr auf die Seite und sah meine Tante an wie ein liebenswürdiger Vogel. »Das Baby,« sagte meine Tante, »wie geht es ihr?« »Madame,« erwiderte Mr. Chilip, »ich nahm an, Sie wüssten es schon. Es ist ein Knabe.« Meine Tante sprach kein Wort, nahm ihren Hut an den Bändern wie eine Schleuder, führte einen Streich damit gegen Mr. Chilips Kopf, stülpte ihn aufs Haupt, schritt hinaus und kam niemals wieder. Sie verschwand, wie eine unzufriedene Fee, oder wie eins jener übernatürlichen Wesen, die ich nach dem Volksglauben berechtigt war, sehen zu können, ging hin und ward nicht mehr gesehen. Ich lag in meiner Wiege und meine Mutter im Bett. Bezittert Wood Copperfield aber blieb für immer im Land der Träume und Schatten, in jener grauenvollen Region, die ich jüngst durchwandert. Und das Licht unseres Zimmers schien hinaus auf das irdische Ziel aller Wanderer aus dieser Region, auf den Hügel über der Asche und dem Staube dessen, der einst hienieden geweiht und ohne den ich nie geworden wäre. Ende des ersten Kapitels Zweites Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 2 Ich beobachte Die ersten Gegenstände, die bestimmte Umrisse vor mir annehmen, wenn ich weit zurück in die Leere meiner Kindheit blicke, Sind meine Mutter mit ihrem schönen Haar und den jugendlichen Formen Und Pegotti mit überhaupt gar keiner Form und mit so dunklen Augen, dass sie ihre Umgebung im Gesicht dunkel zu machen scheinen Und mit Armen und Backen so rot, dass ich mich stets wunderte, warum die Vögel nicht lieber an ihnen statt an den Äpfeln herumpickten. Ich glaube, mich noch daran zu erinnern zu können, wie die beiden Frauen in kleiner Entfernung voneinander auf dem Boden knieten Und ich unsicher von einer zur anderen wankte Ich habe noch eine dunkle Erinnerung an Pegottis Zeigefinger, der von der Nadel so rau war wie ein Taschenmuskatnuss-Reibeisen Das mag Einbildung sein Aber ich glaube, dass das Gedächtnis der meisten Menschen weiter in die Kinderzeit zurückreicht, als man gewöhnlich annimmt Ebenso glaube ich, dass die Beobachtungsgabe bei vielen kleinen Kindern an Schärfe und Genauigkeit ganz wunderbar ist Ich glaube sogar, dass man von den meisten Erwachsenen, die in dieser Hinsicht bemerkenswert sind, viel eher sagen könnte Sie hätten diese Fähigkeit nicht verloren, als sie hätten sie erst später erworben Umso mehr, als solche Menschen überdies eine gewisse Frische und Sanftmut und eine Fähigkeit, sich über irgendetwas zu freuen besitzen Laut der Eigenschaften, die sie ebenfalls aus der Kindheit mit herübergenommen haben Wenn ich also, wie gesagt, in die Lehre meiner frühesten Jugend zurückblicke Sind die ersten Gegenstände, deren ich mich erinnern kann Und die aus dem Wirrwarr der Dinge hervorstechen Meine Mutter und Pegottis Was weiß ich sonst noch? Wollen mal sehen Es scheidet sich aus dem Nebel unser Haus in seiner mir in frühester Erinnerung vertrauten Gestalt Im Erdgeschoss geht Pegottis Küche auf den Hinterhof hinaus Da sind In der Mitte ein Taubenschlag auf einer Stange, aber ohne Tauben Eine große Hundehütte in einer Ecke, aber kein Hund darin Und eine Anzahl Hühner, die mir erschrecklich groß vorkommen, wenn sie mit drohendem und wildem Wesen herumstolzieren Ein Hahn fliegt auf einem Pfosten, um zu krähen Und scheint sein Auge ganz besonders auf mich zu richten, wie ich ihn durch das Küchenfenster betrachte Und ich zittere vor Furcht, weil er so böse ist Von den Gänsen außerhalb der Seitentür, die mir mit lang ausgestreckten Hälsen nachlaufen, wenn ich vorbeigehe Träume ich die ganze Nacht, wie ein Mann, den wilde Tiere umgeben, von Löwen träumen würde Dann ist ein langer Gang da Für mich eine endlose Perspektive Der von Pegottis Küche zum Haupttor führt Eine dunkle Vorratskammer mündet auf diesen Gang So recht ein Ort, um des Nachts daran scheu vorbeizulaufen Denn ich weiß nicht, was zwischen diesen Tonnen und Krügen und alten Teekisten stecken mag Wenn sich nicht gerade jemand mit einem brennenden Licht in der Kammer befindet Eine dumpfige Luft, mit der sich der Geruch von Seife, Mixed Pickles, Pfeffer, Kerzen und Kaffee vermischt, strömt heraus Dann sind die beiden Wohnzimmer da Das eine, in dem abends meine Mutter, ich und Pegotti sitzen, denn Pegotti leistet uns Gesellschaft, wenn wir allein sind und sie ihre Arbeit gemacht hat Und das Empfangszimmer, wo wir sonntags sitzen, prunkvoll, aber nicht so traulich Für mich hat dieses Zimmer etwas Schwermütiges Denn Pegotti hat mir erzählt, ich weiß zwar nicht mehr wann, aber es muss lange her sein Als mein Vater begraben wurde, wären die Trauergäste darin mit schwarzen Mänteln umhergegangen Dort ließt jeden Sonntagabend meine Mutter Pegotti und mir vor, wie Lazarus von den Toten auferweckt wurde Und ich ängstige mich so sehr darüber, dass sie mich dann aus dem Bette herausnehmen Und mir aus dem Schlafzimmerfenster den stillen Kirchhof zeigen müssen Wo die Toten im feuerlichen Mondlicht in ihren Gräbern ruhen Auf der ganzen Welt, soviel ich weiß, ist nirgends das Gras nur halb so grün wie auf diesem Kirchhof Nirgends sind die Bäume halb so schattig und nichts ist so still wie die Grabsteine Die Schafe weiten dort, wenn ich frühmorgens in dem kleinen Bett in dem Alkowen hinter meiner Mutter Schlafzimmer knie und hinausschaue Und ich sehe das rötliche Licht auf die Sonnenuhr scheinen und denke bei mir Freut sich die Sonnenuhr, dass sie die Zeit angeben kann? Dann ist unser Betstuhl in der Kirche da Was für ein hochrückiger Stuhl! Daneben ist ein Fenster, von dem aus man unser Haus sehen kann Und oftmals, während des Morgengottesdienstes, blickt Begotti hinaus, um sich zu vergewissern Ob nicht eingebrochen oder etwas in Brand gesteckt wird Wenn sie selbst auch ihre Augen umherwandern lässt, so wird sie doch böse, wenn ich dasselbe tue Und winkt mir zu, wenn ich auf dem Sitz stehe, dass ich den Geistlichen anblicken solle Aber ich kann ihn doch nicht immerfort ansehen Ich kenne ihn doch sowieso auch ohne das weiße Ding, das er umhat Und fürchte immer, er könnte plötzlich wissen wollen, warum ich ihn so anstaune Und vielleicht gar den Gottesdienst unterbrechen, um mich darüber zu befragen Und was sollte ich dann tun? Es ist etwas Schreckliches zu gähnen Aber irgendetwas muss mich doch machen Ich blicke meine Mutter an, aber sie tut, als ob sie mich nicht sähe Ich schaue einen Jungen im Seitenschiff an Er schneidet mir Gesichter Ich sehe auf die Sonnenstrahlen, die durch die offene Tür hereinfallen Und da erblicke ich ein verwirrtes Schaf, ich meine nicht einen Sünder, sondern einen Hammel Der Miene macht, in die Kirche zu treten Ich fühle, dass ich nicht länger hinschauen kann Denn ich könnte in Versuche kommen, etwas laut zu sagen Und das würde dann aus mir werden Ich blicke auf die Gedächtnistafeln an der Wand und versuche An den verstorbenen Mr. Bodgers zu denken Und welcher Art wohl Mrs. Bodgers Gefühle gewesen sein mögen Als ihr Mann so lange krank lag und die Kunst der Ärzte vergebens war Ich frage mich, ob sie auch Mr. Cellip vergeblich gerufen haben Und wenn, ob es ihm recht ist, daran jede Woche einmal erinnert zu werden Ich schaue von Mr. Cellip in seinem Sonntagshalstuch Nach der Kanzel hin und denke, was für ein hübscher Spielplatz das sein müsste Und was das für eine feine Festung abgeben würde, wenn ein anderer Junge Die Treppen herauf käme zum Angriff Und man könnte ihm das Samtkissen mit den Trotteln auf den Kopf schmeißen Und wenn sich nach und nach meine Augen schließen Und ich anfangs den Geistlichen in der Hitze noch ein schläfriges Lied singen höre Vernehme ich bald gar nichts mehr Dann falle ich mit einem Krach vom Sitze Und werde mehr Tod als lebendig von Pegotti hinausgetragen Und dann wieder sehe ich die Außenseite unseres Hauses Und die Fensterläden des Schlafzimmers offen stehen Damit die würzige Luft hereinströmen kann Und im Hintergrund des Hauptgartens hängen in den hohen Ulmen Die zerzausten Krähennester Jetzt bin ich in dem Garten hinter dem Hof Mit dem leeren Taubenschlag und der Hundehütte Ein wahrer Park für Schmetterlinge Mit seinem hohen Zaun und seiner Tür mit Vorhängeschlössern Und das Obst hängt dick an den Bäumen Reifer und reicher als in irgendeinem anderen Garten Und meine Mutter pflückt die Früchte in ein Körbchen Während ich dabei stehe Und heimlich ein paar abgezwickte Stachelbeeren Rasch in den Mund stecke Und mich bemühe, unbeteiligt auszusehen Ein starker Wind erhebt sich Und im Handumdrehen ist der Sommer weg Wir spielen im Winter Zwielicht Und tanzen in der Stube herum Wenn meine Mutter außer Atem ist und im Lehnstuhl ausruht Sehe ich ihr zu Wie sie ihre glänzenden Locken um die Finger wickelt Und sich das Leibchen glatt zieht Und niemand weiß so gut wie ich Dass es sich freut, so gut auszusehen Und stolz ist, so hübsch zu sein Das sind so einige von meinen frühesten Eindrücken Das und ein Gefühl, dass wir beide ein bisschen Angst hatten vor Pegotty Und uns in den meisten Fällen ihren Anordnungen fügten Gehört zu den ersten Schlüssen, wenn ich so sagen darf Die ich aus dem zog, was ich sah Pegotty und ich saßen eines Abends Allein in der Wohnstube vor dem Kamin Ich hatte Pegotty von Krokodilen vorgelesen Ich muss wohl kaum sehr deutlich gelesen haben Oder die arme Seele muss in tiefen Gedanken gewesen sein Denn ich erinnere mich Als ich fertig war Hatte sie so eine Idee Krokodile wären eine Art Gemüse Ich war vom Lesen müde und sehr schläfrig Aber da ich die besondere Erlaubnis bekommen hatte Aufzubleiben, bis meine Mutter von einem Besuch nach Hause käme Wäre ich natürlich lieber auf meinem Posten gestorben Als zu Bett gegangen Ich war bereits auf einem Stadium von Schläfrigkeit angekommen Wo Pegotty mir immer größer und größer zu werden schien Ich hielt meine Augen mit den beiden Zeigefingern offen Und sah sie ununterbrochen an Wie sie auf ihrem Stuhle saß und arbeitete Betrachtete dann das kleine Stückchen Wachslicht Mit dem sie ihren Zwirn wichste Wie alt es aussah mit seinen Runzeln kreuz und quer Das Hütchen mit dem Strohdach, worin das Ellenmaß wohnte Das Arbeitskästchen mit dem Schiebedeckel Und einer Ansicht von der St. Paulskirche mit einer purpurroten Kuppel Den messingenen Fingerhut und sie selbst, die mir ungemein schön vorkam Ich war so müde, dass sie fühlte, ich würde einschlafen Wenn ich nur einen Augenblick meine Augen abwendete Pegotty, sagte ich dann plötzlich Bist du einmal verheiratet gewesen? Herrgott, Master Davy, erwiderte Pegotty Wie kommst du nur aufs Heiraten? Sie antwortete so überrascht, dass ich ganz wach wurde Dann hielt sie inne in ihrer Arbeit und sah mich an Den Faden in seiner ganzen Länge straff gezogen Aber du warst doch einmal verheiratet, Pegotty, fragte ich Du bist doch wunderschön, nicht wahr? Ich hielt sie allerdings für eine andere Stilart als meine Mutter Aber nach einer anderen Schule von Schönheitsbegriff gesehen Kam sie mir als vollkommenes Muster vor In unserem Empfangszimmer war ein rotsamtenes Fußbänken Auf das meine Mutter einen Blumenstrauß gemalt hatte Dieser Samt und Pegottys Haut schienen mir ganz gleich Die Fußbank war glatt und weich und Pegotti rau Aber das machte keinen Unterschied Ich schön, Davy, sagte Pegotty Oh Gott, nein, mein liebes Kind Aber wie kommst du aufs Heiraten? Ich weiß nicht Du darfst nicht mehr als einen auf einmal heiraten, nicht wahr, Pegotty? Gewiss nicht, sagte Pegotty mit größter Entschiedenheit Aber wenn du einen Mann heiratest und er stirbt Dann geht's, nicht wahr, Pegotty? Es geht schon, wenn man will, liebes Kind, sagte Pegotty Das ist dann eben meine Sache Aber was ist deine Meinung, fragte ich Bei dieser Frage blickte ich sie neugierig an Weil sie mich so seltsam musterte Meine Meinung ist, sagte Pegotty, als sie nach kurzem Zögern ihre Augen von mir abgewendet Und wieder zu arbeiten begonnen hatte Dass ich selbst niemals verheiratet gewesen bin, Master Davy Und dass ich auch nicht daran denke Das ist alles, was ich von der Sache weiß Du bist doch nicht böse, Pegotty Fragte ich, nachdem ich eine Weile still gewesen Ich glaubte es wirklich So kurz hatte sie mich abgefertigt Musste aber wohl im Irrtum sein Denn sie legte ihr Strickzeug weg Öffnete ihre Arme Nahm einen lockigen Kopf und drückte mich fest an sich Dass sie mich derb an sich presste Wusste ich Denn dass sie sehr beleibt war So pflegten stets, wenn sie angekleidet war Bei jeder kleinen Anstrengung Ein paar Knöpfe hinten an ihrem Kleid abzuspringen Und ich erinnere mich Dass zwei Stücken die entgegengesetzte Zimmerecke flogen Als sie mich umarmte Nun ließ mir noch etwas von den Krokingdielen vor Sagte Pegotty Die in diesem Namen noch nicht recht sattelfest war Ich habe noch lange nicht genug von ihnen gehört Ich konnte nicht begreifen Warum Pegotty so wunderliche Augen machte Und durchaus wieder von den Krokodilen hören wollte Mit großem Eifer meinerseits Kehrten wir jedoch wieder zu den Ungeheuern zurück Und ließen die Sonne ihre Eier im Sande ausbrüten Rissen vor ihnen aus Und entrannen ihnen durch plötzliches Umkehren Was sie ihres ungeschlachten Baues wegen Nicht so rasch nachmachen konnten Verfolgten sie als Eingeborene ins Wasser Und steckten ihnen scharf gespitzte Holzstücke In den Rachen kurz Ließen sie förmlich Spießruten laufen Ich wenigstens tat es Hatte aber betreffend Pegotty so meine Zweifel Denn ich sah Wie sie sich die ganze Zeit über In Gedanken versunken Mit der Nadel in verschiedene Teile Ihres Gesichts und ihrer Arme stach Wir hatten endlich die Krokodile erschöpft Und begannen eben mit den Alligatoren Als die Gartenglocke läutete Wir gingen hinaus Und fanden da meine Mutter Die mir ungewöhnlich hübsch vorkam Und bei ihr stand ein Herr Mit schönem schwarzem Haar Und Backenbart Der schon am letzten Sonntag Mit uns aus der Kirche nach Hause gegangen war Als meine Mutter mich auf der Schwelle In ihre Arme nahm Und mich küßte Sagte der Herr Ich sei glücklicher als ein König Oder etwas ähnliches Ich fühle wohl Daß mir mein späteres Verständnis Hier zu Hilfe kommt Was heißt das? Fragte ich ihn über ihre Schulter hinweg Er klopfte mich auf den Kopf Aber ich konnte ihn und seine tiefe Stimme nicht leiden Und war eifersüchtig, dass seine Hand die meiner Mutter berührte Und ich stieß ihn weg, so gut ich konnte Aber Davy Ermahnte mich meine Mutter Der liebe Junge Sagte der Herr Ich kann mich über seine Liebe nicht wundern Noch nie hatte ich meiner Mutter Gesicht so schön rot gesehen Sie schalt mich milde aus wegen meiner Unhöflichkeit Und sprach, indem sie mich fest an sich drückte Ihren Dank an dem Herrn aus, der so freundlich gewesen, sie nach Hause zu begleiten Sie reichte ihm ihre Hand hin bei diesen Worten Und als er sie nahm, kam es mir vor, als ob sie mich anblickte Jetzt wollen wir uns gute Nacht wünschen, mein hübscher Junge Sagte der Herr zu mir, als er sein Gesicht, wie ich wohl bemerkte, auf meiner Mutter kleinen Handschuhe neigte Gute Nacht, sagte ich Wir müssen noch die besten Freunde von der Welt werden, lachte der Herr Gib mir die Hand Meine rechte Hand lag in meiner Mutter linken, und so gab ich ihm die andere Aber das ist ja die falsche, Davy Sagte er wieder lachend Meine Mutter zog meine rechte Hand hervor Aber ich war entschlossen, sie ihm nicht zu geben und tat es auch nicht So reichte ich ihm die andere Und erschüttelte sie und sagte, ich sei ein braver Junge Und ging fort Und noch jetzt sehe ich ihn, wie er sich im Garten umdrehte Und uns einen letzten Blick aus seinen unangenehmen, schwarzen Augen zuwarf Ehe er das Tor schloss Pegotty, die kein Wort gesprochen und keinen Finger gerührt hatte Schob sofort den Riegel vor und wir gingen alle in das Wohnzimmer Anstatt sich wie gewöhnlich in den Lehnstuhl neben dem Kamin zu setzen, blieb meine Mutter am anderen Ende des Zimmers und sang vor sich hin Hoffe, Sie haben einen angenehmen Abend verlebt, Madame, sagte Pegotty, die mit einem Leuchter in der Hand steif für eine Tonne mitten im Zimmer stand Dankeschön, Pegotty erwiderte meine Mutter sehr aufgeräumt Ich habe einen sehr angenehmen Abend verbracht Eine neue Bekanntschaft ist immer eine angenehme Abwechslung, bemerkte Pegotty Eine sehr angenehme Abwechslung, erwiderte meine Mutter Pegotty blieb regungslos in der Mitte des Zimmers stehen Meine Mutter fing wieder zu singen an und ich schlief ein, wenn auch nicht so fest Dass ich nicht noch hätte Stimmen hören können, ohne aber zu verstehen, was sie sagten Als ich aus diesem unbehaglichen Schlummer halb erwachte, sah ich, dass meine Mutter und Pegotty beide weinten und in großer Aufregung miteinander sprachen So einer wie dieser hätte Mr. Copperfield nicht gefallen, sagte Pegotty Das ist meine Meinung und die beschwöre ich Gott im Himmel, rief meine Mutter Du wirst mich noch wahnsinnig machen Wurde jemals ein armes Mädchen von seinen Dienstmoden so bis handelt Warum füge ich mir das Unrecht zu, nenne mich ein Mädchen War ich vielleicht niemals verheiratet, Pegotty? Gott weiß, dass sie es waren, Madam, erwiderte Pegotty Wie kannst du es dann wagen, sagte meine Mutter Du weißt, ich meine nicht, wie du es wagen kannst, sondern Wie du es übers Herz bringen kannst, mich so zu verstimmen und mir so böse Worte zu sagen Wo du doch recht gut weißt, dass ich außer dem Hause nicht einen einzigen guten Freund habe Umso mehr Grund für mich, ihnen zu sagen, dass es nicht geht Entgegnete Pegotty Nein Es geht nicht Nein Um keinen Preis Nein Ich dachte schon, Pegotty würde den Leuchter wegwerfen So energisch schwang sie ihn Wie kannst du es nur so aufbauschen, sagte meine Mutter Und fing von neuem an zu weinen Und so ungerecht sein Du tust so, als wenn alles schon abgemacht wäre, Pegotty Und ich sage dir doch immer und immer wieder Du grausames Ding, das außer den gewöhnlichsten Höflichkeiten nichts vorgefallen ist Du sprichst von Bewunderung Was kann ich dafür, wenn die Leute so albern sind, solchen Gefühlen nachzugeben? Ist das meine Schuld? Was soll ich denn tun? Frage ich dich Willst du vielleicht, dass ich mir die Haare schneide oder das Gesicht schwärzen oder mich durch einen Brandfleck oder heißes Wasser oder sonst etwas Ähnliches verunstalten soll? Ich glaube, du wärst imstande Pegotty Ich glaube, du würdest dich sogar darüber freuen Pegotty schien sich diese Zumutung sehr zu Herzen zu nehmen, wie mir vorkam Und mein lieber Junge, schrie meine Mutter, kam zu mir in den Lehnstuhl und liebkoste mich Mein einziger kleiner Davy Lass ich es vielleicht an Liebe für mein Herzblatt fehlen Für den allerbesten kleinen Jungen, den es je gegeben hat Kein Mensch hat das behauptet, sagte Pegotty Ja, du, Pegotty, gab meine Mutter zurück Du weißt es ganz gut Was soll ich denn anderes aus deinen Worten schließen, du unfreundliches Geschöpf Wo du doch recht gut weißt, dass ich mir bloß seinetwegen keinen neuen Sonnenschirm gekauft habe Obwohl der alte Grüne ganz abgeschoben ist und gar keine Franzen mehr hat Du weißt es, Pegotty, und kannst es nicht leugnen Dann wandte sie sich wieder zärtlich zu mir Legte ihre Wange an meine Bin ich dir eine nichtsnutzige Mama, Davy? Bin ich eine hartherzige, grausame, selbstsüchtige, schlechte Mama? Sag ja, mein Kind, und Pegotty wird dich lieben Und Pegottys Liebe ist viel besser als meine, Davy Ich liebe dich gar nicht, nicht wahr? Darüber fingen wir alle an zu weinen Ich glaube, ich war der lauteste von ihnen Aber ich weiß sicher Wir meinten es alle gleich aufrichtig Ich war tief unglücklich Und habe, fürchte ich, in der ersten Auffallung verletzter Zärtlichkeit Pegotty ein Biest genannt Ich erinnere mich noch, das ehrliche Geschöpf geriet in die tiefste Betrübnis Und musste bei dieser Gelegenheit ganz knopflos geworden sein Denn eine ganze Salve dieser Geschosse flog ab, als sie vor meinem Stuhle niederkniete Um sich mit meiner Mutter und mir zu versöhnen Wir gingen sehr niedergeschlagen zu Bett Mein Weinen hielt mich lange wach Und wenn mich ein besonders heftiges Schluchzen in die Höhe riss Sah ich, dass meine Mutter auf dem Bettrand saß und sich über mich beugte Dann schlummerte ich in ihren Armen fest ein Ob schon am folgenden Sonntag der Herr wiederkam Oder ob ein längerer Zeitraum dazwischen lag, ist mir nicht mehr erinnerlich In der Zeitrechnung bin ich meiner nicht ganz sicher Aber er war in der Kirche und begleitete uns dann nach Hause Er trat auch zu uns herein, um ein schönes Geranium anzusehen, das im Fenster stand Es kam mir nicht so vor, als ob er es besonders beachtete Aber ehe er ging, bat er meine Mutter, ihm eine Blüte davon zu geben Sie bat ihn, sich selbst eine auszusuchen, aber das wollte er nicht Warum, war mir unbegreiflich Und so pflückte sie ihm denn eine Blüte und gab sie ihm in die Hand Er sagte, er werde sich niemals im Leben davon trennen Und ich dachte mir, er müsse sehr dumm sein Weil er nicht wisse, dass die Blätter in ein oder zwei Tagen ausfallen würden Pegotti fing an, uns abends weniger Gesellschaft zu leisten als früher Meine Mutter gab ihr in vielen Dingen nach Mehr noch als gewöhnlich, wie es mir schien Und wir blieben alle drei die allerbesten Freunde Aber doch war es zwischen uns anders geworden Es war uns nicht mehr so behaglich zumute Manchmal kam es mir vor, als ob Pegotti nicht recht zufrieden wäre Wenn meine Mutter die schönen Kleider anzog, die sie im Schrank hängen hatte Und so oft die Nachbarn besuchen ging Aber ich war ganz froh, dass ich mir keine Gedanken darüber zu machen brauchte Allmählich gewöhnte ich mich daran, den Herrn mit dem schwarzen Backenbart zu sehen Er gefiel mir nicht besser als am Anfang Und ich fühlte noch immer dieselbe unbestimmte Eifersucht Aber wenn ich später einem instinktiven, kindlichen Wiederwillen und dem Gedanken im Allgemeinen Dass Pegotti und ich vollkommen ausreichen müssten, um meine Mutter ohne weiteren Beistand glücklich genug machen zu können Noch einen anderen Grund dafür hatte So war es doch gewiss nicht der, den ich im reifen Alter für meine Abneigung herausgefunden hätte Nichts derartiges fiel mir ein Ich konnte wohl stückweise beobachten Aber aus solchen Fäden ein Netz zu machen und darin jemand zu fangen Das ging und geht noch jetzt über mein Können hinaus An einem Herbstmorgen stand ich mit meiner Mutter in dem Vorgarten Als Mr. Murdstone, ich kannte jetzt seinen Namen, vorbeigeritten kam Er hielt sein Pferd an, um meine Mutter zu begrüßen Und sagte, er ritte nach Lowstoft, um einige Freunde zu besuchen, die dort eine Jacht hätten Und machte den lustigen Vorschlag, mich vor sich auf den Sattel zu nehmen, wenn ich reiten wollte Das Wetter war so wunderschön, und das Pferd schnaubte und stampfte so munter vor der Gartentür, dass ich große Lust dazu hatte Meine Mutter schickte mich daher zu Peggottie hinauf zum Anziehen Und mittlerweile stieg Mr. Murdstone ab und schritt die Zügel über dem Arm langsam vor der Rosenhecke auf und ab Während meine Mutter an der inneren Seite neben ihm herging Ich erinnere mich noch, wie Peggottie und ich aus dem kleinen Fenster hinab sahen Erinnere mich auch noch, wie eifrig meine Mutter und Mr. Murdstone die Rosenhecke zwischen sich zu betrachten schienen Während sie daran entlang schlenderten Und wie Peggottie, die vorher in wahrer Engelslaune gewesen, plötzlich ganz ärgerlich wurde und mein Haar wütend gegen den Strich bürstete Mr. Murdstone und ich waren bald unterwegs und trabten auf dem grünen Rasen neben der Landstraße dahin Er hielt mich leicht mit einem Arm, und ich glaube nicht, dass ich besonders unruhig war Aber ich konnte mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit den Kopf zu wenden und ihm ins Gesicht zu sehen Er hatte eine Art seichter, schwarzer Augen Ich finde keinen besseren Ausdruck dafür Die, wenn sie nachsinnen, durch irgendeine sonderbare Lichtbrechung zu schielen scheinen Verschiedene Male, wenn ich ihn ansah, bemerkte ich das mit einer Art Scheu Und hätte gern gewusst, worüber er so tief nachdenke Sein Haar und sein Bart waren in der Nähe noch schwärzer und dichter als ich geglaubt Das starke Kinn und die schwarzen Punkte, die von dem sorgfältig rasierten Barte übrig blieben Erinnerten mich an eine Wachsfigur, die vor einem halben Jahr in unserer Gegend gezeigt worden war Dieses, seine regelmäßigen Augenbrauen und das reiche Weiß, schwarz und braun seines Deins Verwünscht sei sein Dein und verwünscht sein Andenken machten, dass ich ihn trotz meiner Abneigung für einen schönen Mann hielt Ich zweifle nicht, dass meine arme liebe Mutter ganz derselben Meinung war Wir gingen in ein Gasthaus am Meere, wo zwei Herren in einem Zimmer Zigarren rauchten Jeder von ihnen lag auf mindestens vier Stühlen und hatte eine weite, zottige Jacke an In einer Ecke lagen auf einem Haufen übereinander Röcke und Bootsmäntel und eine Flagge Beide Herren richteten sich schwerfällig auf, als wir eintraten und riefen »Hallo, Murdstone«, wir dachten schon, du wärst tot »Noch nicht«, sagte Mr. Murdstone »Was ist das für ein Gelbschnabel?« fragte einer der Gentlemen und fasste mich am Arm »Das ist Davy«, antwortete Mr. Murdstone »Was für ein Davy?« fragte der Herr Jones »Copperfield«, sagte Mr. Murdstone »Was?« »Der himmlischen Mrs. Copperfield Beigabe, der reizenden kleinen Witwe« »Quinion«, sagte Mr. Murdstone »Nimm dich in Nacht, man ist schlau« »Wer denn?« fragte der Gentleman lachend »Ich blickte rasch auf, denn ich hätte es auch gern gewußt« »Bloß Brooks von Sheffield«, sagte Mr. Murdstone »Ich fühlte mich ordentlich erleichtert, dass es bloß Brooks von Sheffield sei, denn anfangs hatte ich wirklich geglaubt, man meine mich« »Mr. Brooks von Sheffield«, musste wohl jemand sehr komisches sein, denn die beiden Gentlemen lachten herzlich, als sein Name fiel, und Mr. Murdstone war auch sehr belustigt »Nach längerem Lachen«, sagte der Herr, der Quinion hieß »Und wie ist Mr. Brooks von Sheffield Meinung im Betreff des geplanten Geschäftes« »Hm, ich weiß nicht, ob Brooks vor der Hand viel davon versteht«, entgegnete Mr. Murdstone »Aber ich glaube, im Allgemeinen ist er ihm nicht besonders günstig« Darüber wurde noch viel mehr gelacht, und Mr. Quinion sagte, er wolle nach Sherry klingeln, um auf Brooks Gesundheit zu trinken Das tat er dann, und als der Wein kam, gab er mir ein wenig davon und ein Biscuit, und bevor ich trank, stand er auf und sagte »Verwirrung, komme über Brooks von Sheffield« Der Toast wurde mit großem Beifall und so herzlichem Gelächter aufgenommen, dass sie selbst mitlachen musste, worüber sie dann noch mehr lachten Kurz, es war sehr lustig Wir gingen hierauf an den Klippen des Strandes spazieren und setzten uns ins Gras und schauten durch ein Ferndrohr Ich konnte nicht sehen, als sie es mir vor das Auge hielten, behauptete, aber ich könnte es Und dann gingen wir zurück in das Haus, um zeitig zu Mittag zu essen Während unseres Spazierganges rauchten die beiden Herren unaufhörlich, was sie, nach dem Geruch ihrer zottigen Röcke zu schließen, wohl seit dem ersten Tage angemacht haben mussten, seit sie sich vom Schneider bekommen hatten Ich darf nicht vergessen, dass wir auch an Bord der Yacht gingen, wo sie alle drei in die Kajüte hinunterstiegen und sich eifrig mit verschiedenen Papieren beschäftigten Ich sah sie angestrengt arbeiten, wenn ich durch das offene Luckenfenster hinunterblickte Die ganze Zeit über ließen sie mich in Gesellschaft eines sehr netten Mannes mit einem großen Kopf voll roter Haare und einem sehr kleinen, lackierten Hut Er hatte ein bunt gestreiftes Hemd an, mit dem Worte »Feldlerche« in großen Buchstaben quer über der Brust Ich dachte, es sei sein Name, und er schreibe ihn auf die Brust, weil er auf dem Schiff wohnte und kein Haustor hatte, worauf er ihn hätte anschlagen können Als ich ihn aber »Mr. Feldlerche« nannte, sagte er »Das Schiff« heiße so Den ganzen Tag über bemerkte ich, dass »Mr. Murdstone« ernster und verschlossener war als die beiden anderen Herren Diese waren sehr lustig und ungezwungen und scherzten miteinander, aber selten mit ihm Er kam mir gescheiter und kühler vor als sie, und sie mochten ziemlich meiner Meinung sein Ich bemerkte nämlich, dass Mr. Quinion ein oder zweimal, wenn er sprach, Mr. Murdstone von der Seite ansau Wie um sich zu überzeugen, ob ihm nicht irgendetwas missfühle Und dass er einmal, als Mr. Pasnitsch, der andere Herr, besonders ausgelassen war, diesem auf den Fuß trat Und ihm heimlich mit den Augen zuwinkte, auf Mr. Murdstone zu achten Der stumm und verdrossen dasaß Ich erinnere mich auch nicht, dass Mr. Murdstone den ganzen Tag über einmal gelacht hätte Außer über den Sheffield-Witz, den er übrigens selber gemacht hatte Wir gingen abends zeitig nach Hause Es war ein sehr schöner Abend Und meine Mutter und Mr. Murdstone gingen wieder an der Rosenhecke auf und ab Während ich hineingeschickt wurde, um einen Tee zu trinken Als er weggegangen war, fragte mich meine Mutter aus über die Tageserlebnisse Ich erzählte, was sie über sie geäußert hatten Und sie lachte und sagte, es seien unverschämte Burschen, die Unsinn schwatzen Aber ich merkte ganz gut, dass es ihr gefiel So genau, wie ich es jetzt weiß Ich benutzte die Gelegenheit, sie zu fragen Ob sie einen gewissen Brucks aus Sheffield kenne Sie erwiderte, nein, aber es müsse ein Messer- oder Gabelfabrikant sein Kann ich von ihrem Gesicht, so sehr es später sich veränderte So verblüht ich es weiß, sagen, es sei nicht mehr Wenn es hier in diesem Augenblick so deutlich mir vor Augen tritt Wie jedes beliebige Gesicht, das auf belebter Straße an mir vorbeigeht Kann ich von ihrer unschuldsvollen, mädchenhaften Schönheit sagen Sie sah verwelkt und dahin Wenn ihr Atem jetzt meine Wange berührt Wie er es an jenem Abend tat Kann ich sagen, sie habe sich jemals verändert Wenn meine Erinnerungen sie nur mit diesen Zügen ins Leben zurückrufen Ich schildere sie genauso, wie sie war Als ich nach dieser Unterhaltung zu Bett gegangen Und sie zu mir kam, um mir gute Nacht zu sagen Sie kniete neben meinem Bett nieder Legte ihr Kinn auf ihre Hände und fragte lachend Was sagten Sie, David? Sag es noch einmal, ich kann's nicht glauben Der himmlischen, fing ich an Sie legte mir die Hand auf den Mund Himmlisch gewiss nicht, sagte sie lachend Himmlisch kann es nicht gewesen sein, Davy Jetzt weiß ich's, dass es nicht wahr ist Doch, der himmlischen Mrs. Copperfield, wiederholte ich standhaft Und der reizenden Nein, nein, reizend gewiss nicht Nicht reizend, unterbrach mich meine Mutter Und legte mir wieder die Finger auf die Lippen Ja, es war so Der reizenden kleinen Witwe Was für närrische, unverschämte Menschen Rief meine Mutter halb lachend Und bedeckte ihr Gesicht Was für alberne Burschen nicht wahr, mein lieber Davy Jawohl, Mama Sag Pegotti nichts Sie könnte böse werden Ich bin auch sehr böse darüber Aber es ist besser, Pegotti erfährt nichts davon Ich versprach es natürlich Und wir küssen uns noch viele Male Und bald lag ich in festem Schlaf Nach der langen, inzwischen vergangenen Zeit Kommt es mir jetzt so vor Als ob mir bereits am Tage darauf Pegotti den sonderbaren Vorschlag machte Von dem ich sogleich erzählen will Aber wahrscheinlich lagen zwei Monate dazwischen Wir saßen wieder eines Abends, als meine Mutter auf Besuch war In Gesellschaft des Strumpfes, des Ellenmaßes, des Wachsstückchens, des Kassens mit der St. Paulskirche und des Krokodilbuchs beisammen Pegotti und ich, als sie, nachdem sie mich mehrmals angeblickt und den Mund aufgerissen, als wollte sie sprechen Ich hielt es für bloßes Gähnen, sonst hätte es mich beunruhigt Endlich mit einschmeichern der Stimme sagte Master Davy, wie wäre es, wenn du mit mir auf vierzehn Tage meinen Bruder Jarmuth besuchtest? Wäre das nicht fein? Ist dein Bruder ein angenehmer Mann? Fragte ich vorsichtig Oh, was für ein angenehmer Mann, rief Pegotti und streckte die Hände in die Höhe Und dann ist das Meer da und die Boote und die Schiffe und der Strand und Ham zum Spielen Ham war Pegottis Neffe wie bekannt Ich war ganz aufgeregt über die in Aussicht gestellten Freuden von Jarmuth Und erwiderte, dass es freilich herrlich sein müsste Aber was wohl die Mutter dazu sagen würde Ich möchte einige Nähe wetten, dass sie uns die Erlaubnis dazu gibt Wenn du willst, frage ich sie, sobald sie nach Hause kommt Abgemacht? Aber was wird sie anfangen, wenn wir fort sind? Fragte ich und legte meine Ellbogen auf den Tisch Um die Sache gründlich zu besprechen Sie kann doch nicht allein bleiben Wenn Pegotti ganz plötzlich jetzt nach einem Loche in der Strumpfverse spähte Muss es wahrhaftig ganz klein und des Stopfens nicht wert gewesen sein Pegotti, hör doch Sie kann doch nicht allein bleiben Ach Gott, richtig, sagte Pegotti Und sah mich endlich wieder an Weißt du es noch nicht? Sie geht auf vierzehn Tage zu Besuch zu Mrs. Graper Mrs. Graper bekommt eine Menge Gäste Da die Sache so stand, war ich ganz bereit zur Reise Größter Ungeduld erwartete ich, bis meine Mutter von Mrs. Graper, unserer Nachbarin, nach Hause kam Um sie zu fragen, ob sie mit dem großen Plane einverstanden sei Gar nicht so überrascht, wie ich vermutet hatte Ging meine Mutter bereitwillig darauf ein Und die Sache wurde an diesem Abend noch abgemacht und Wohnung und Kost für mich für die vierzehn Tage bezahlt Der Tag unserer Abreise kam bald heran Er war so nahe angesetzt, dass er selbst für mich bald kam Wo ich doch förmlich vor Erwartung fieberte Und immer fürchtete ein Erdbeben oder ein Feuerspeier der Berg oder eine andere große Katastrophe Könnte alles hinausschieben Wir sollten mit einem Fuhrmann reisen, der diesen Morgen nach dem Frühstück aufbrach Ich würde etwas darum gegeben haben, wenn man mir erlaubt hätte, mich schon über Nacht in den Mantel zu wickeln Und mit Hut und Stiefeln schlafen zu dürfen Es erschüttert mich jetzt noch, wenn ich es so leichtchen erzähle Und bedenke, wie ungeduldig ich mich von dem glücklichen Heim wegsehnte Ohne zu ahnen, was ich für immer verließ Es entsteht eine frohe Erinnerung vor mir, als der Wagen vor der Türe hielt Und meine Mutter mich küsste Und ich freue mich, dass ich vor zärtlicher Liebe zu ihr und dem alten Hause, das ich noch nie verlassen, weinen musste Ich freue mich über die Erinnerung, dass auch meine Mutter weinte Und ich ihr Herz an meinem Schlagen fühlte Und als der Wagen davon fuhr, da kam meine Mutter noch einmal zur Gartentür heraus und ließ halten Um mich noch einmal zu küssen Ich verweile gern in Gedanken bei der Innigkeit und Liebe Mit der sie mir ins Gesicht blickte und mir noch einen letzten Abschiedskuss gab Als sie mitten auf der Straße stand und uns nachsah Trat Mr. Mudstone zu ihr und schien ihr Vorstellungen wegen ihrer großen Rührung zu machen Ich sah um die Wagenblache herum zurück und war noch nicht klar darüber, was ihnen denn eigentlich die ganze Sache anginge Pegody, die auf der anderen Seite herausschaute, schien nichts weniger als zufrieden zu sein Wie ihr Gesicht verriet, als sie den Kopf wieder zurückzog Ende des zweiten Kapitels Drittes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 3 Eine Veränderung Das Pferd des Fuhrmanns war das faulste Pferd der Welt, kam mir vor Es trottete mit gesenktem Kopf die Straße entlang Als gefiele es ihm, die Leute, denen es Pakete brachte, möglichst lange warten zu lassen Ich bildete mir ein, es manchmal deutlich kichern gehört zu haben Aber man sagte mir, es hätte bloß Husten Der Fuhrmann ließ ebenfalls den Kopf hängen wie sein Gaul und nickte schläfrig beim Kutschieren Die Arme auf das Knie gestützt Ich sage, kutschieren Aber es scheint mir, der Wagen wäre ebenso gut ohne ihn nach Jarmuth gekommen Denn das Pferd besorgte es ganz allein Und was die Unterhaltung betrifft, so konnte er nichts als pfeifen Pegotti hatte einen Korb mit Esswaren auf dem Knie, die reichlich bis London gelenkt hätten Wir aßen viel und schliefen viel Pegotti schlief immer mit dem Kinn auf dem Korbhenkel, den sie nie losließ Ich würde es nie geglaubt haben, wenn ich es nicht selbst gehört hätte Dass ein einziges schutzloses Weib so viel zusammenschnarchen könne Wir machten Umwege und brachten so lange Zeit damit zu Eine Bettstelle in einem Wirtshaus abzugeben Und an verschiedenen Orten vorzusprechen Dass ich ganz müde und sehr froh war Als Jarmuth in Sicht kam Es sähe schwammig und vollgesogen aus, meinte ich Als ich meine Augen über die große, langweilige Einöde jenseits des Flusses schweifen ließ Ich konnte mir nicht helfen, aber ich staunte Wie das Geografiebuch behaupten konnte, die Welt sei wirklich so rund Wenn ein Teil derselben so flach war Dann überlegte ich mir, dass Jarmuth möglicherweise an einem der beiden Pole liegen könnte Und gab mich mit dieser Erklärung zufrieden Als wir etwas näher kamen und die ganze Landschaft wie eine gerade niedrige Linie unter dem Himmel liegen sahen Bemerkte ich zu Pegotti Dass ein kleiner Hügel unter dergleichen verschönernd wirken müsste Und dass es hübscher wäre, wenn das Land etwas deutlicher von der See geschieden Und die Stadt und die Flue nicht so sehr untereinander gemischt wie Mehl und Wasser sein würden Aber Pegotti sagte mir mit größerem Nachdruck als gewöhnlich Dass wir die Dinge eben nehmen müssten, wie wir sie fänden Und dass sie ihrerseits stolz sei, ein Hering von Jarmuth zu sein Als wir in die Straße einbogen und den Fisch, Pech, Werk und Teergeruch eingesogen Und die Seeleute umhergehen und die Karren über die Steine schwanken sahen Fühlte ich, dass ich einem so geschäftigen Orte Unrecht getan hatte Ich gestand es Pegotti ein, die meine Ausdrücke des Entzückens sehr wohlgefällig aufnahm Und mir sagte, es sei allgemein bekannt Wahrscheinlich unter denen, die das große Glück haben, geborene Jarmuth-Heringe zu sein Dass Jarmuth überhaupt die schönste Stadt der Erde sei Da ist mein Ham, schrie sie plötzlich auf In Gelehrsamkeit aufgewachsen Wirklich, erwartete Ham uns beim Gasthause Und erkundigte sich nach meinem Befinden wie ein alter Bekannter Anfangs schien es mir nicht, als ob ich ihn so gut kenne, wie er mich Weil er seit der Nacht, als ich geboren wurde, nicht in unser Haus gekommen war Begreiflicherweise hatte er in dieser Hinsicht einen Vorsprung vor mir Aber unsere Vertraulichkeit wuchs sehr, als er mich auf den Rücken nahm und nach Hause trug Er war jetzt ein großer, starker Bursche von sechs Fuß Höhe Entsprechender Breite und massiven Schultern Aber mit einem dungen, jungen Gesicht und krausem, hellem Haar Das ihn etwas scharfartig aussehen machte Sein Anzug bestand aus einer Segeltuchjacke und einem Paar so steifer Hosen Dass sie ganz allein hätten aufrecht stehen können Dass er einen Hut trüge, hätte niemand zurecht behaupten dürfen Es schien eher ein altes Haus mit ein wenig Pech darauf zu sein Trug mich auf dem Rücken und unsere kleine Schachtel unter dem Arm Während Pegody einen Handkoffer schleppte So gingen wir durch schmale Gässchen, die mit Abfall von Zimmerholz und kleinen Sandhäuschen bedeckt waren An Gasanstalten, Seilerstätten und Werften Wo Schiffe und Boote gebaut, zerlegt, kalfatert und aufgetakelt wurden An Schmieden und Kalköfen vorbei Bis wir auf die öde Fläche kamen, die ich schon von Weitem gesehen hatte Da rief Ham Das ist unser Hus, Master Davy Ich sah mich nach allen Seiten um und ließ meine Augen über die öde Ebene Über das Meer und den Fluss hinschweifen Aber nirgends konnte ich ein Haus entdecken Nicht weit von uns, auf einer kleinen Anhöhe Erblickte ich wohl ein schwarzes Boot, eine Art ausgedienter Barke Aus dem ein Stück eisernes Rohr als Schornstein herausragte und sehr gemütlich rauchte Aber sonst war nichts da, was nach einer Wohnung ausgesehen hätte Es ist doch nicht das dort, fragte ich Das Ding, das wie ein Schiff aussieht Tja, wohl, Master Davy, antwortete Ham Ich glaube, wenn es Aladins Palast gewesen wäre Oder das Ei des Vogels Rock Hätte ich nicht entzückter sein können Als über den romantischen Gedanken hier wohnen zu dürfen In die Seitenwand war eine köstliche Tür geschnitten Mit einem Dach darüber Und kleine Fenster sahen heraus Aber der wunderbarste Reiz lag für mich darin Dass es ein wirkliches Boot war Das gewiß hundertmal auf dem Wasser geschwommen Und niemals dazu bestimmt gewesen war Auf festem Lande zur Wohnung zu dienen Das fesselte mich ganz und gar Wenn es jemals von Anfang an hätte ein Haus sein sollen Würde es mir vielleicht klein oder unbequem oder einsam vorgekommen sein So aber erschien es mir vollkommen in jeder Art Innen war alles außerordentlich reinlich und so hübsch wie möglich Ein Tisch und eine Schwarzwälder Wanduhr und eine Kommode Und auf der Kommode stand ein Teebrett Darauf war eine Dame mit einem Sonnenschirm gemalt Und neben ihr spazierte ein militärisch aussehendes Kind mit einem Reifen Das Teebrett wurde durch eine Bibel am Herunterfallen gehindert Und hätte, wenn es abgerutscht wäre Eine Menge Tassen und eine Teekanne Die alle um das Buch herumstanden, zerschlagen An der Wand hingen ein paar roh gemalte Bilder aus der Heiligen Schrift Wie ich sie seitdem nie in Trödelläden sehen kann Ohne, dass nicht sofort das ganze Innere des Hauses klar vor meinen Augen steht Ein roter Abraham im Begriffe einen blauen Isaac zu opfern Und ein Daniel in Gelb unter grüne Löwen geworfen Stachen am meisten hervor Über dem Kamin Sims hing ein Bild des Lookers Sarah Jane In Sunderland gebaut Mit einem wirklichen kleinen, hölzernen Schiffshinterteil daran Ein Kunstwerk Das Gemälde und Zimmermannsarbeit vereinigt Ich zeigte, um mir als eines der neidenswertesten Besitztümer der Welt erschien Im Deckbalken staken ein paar Haken, deren Bestimmung mir rätselhaft war Und eine Geschiffskiste und Koffer standen umher und dienten als Stühle Dies alles übersah ich auf den ersten Blick Wie es nach meiner Ansicht Kinder zu tun pflegen Dann öffnete Pegotti eine kleine Tür und zeigte mir mein Schlafzimmer Es war das vollkommenste und wünschenswerteste Schlafzimmer, das ich jemals gesehen habe Im Hinterteil des Schiffes, mit einem kleinen Fenster Da, wo früher das Steuer durchgegangen Mit einem kleinen Spiegel, gerade in der rechten Höhe für mich an die Wand genagelt Und mit Austernschalen eingerahmt Einem kleinen Bett und gerade genug Platz davor, um hinaussteigen zu können Und einem Strauß von Seegras in einem blauen Krug auf dem Tisch Die Wände waren so weißgetünkt wie Milch Die Bettdecke aus Flecken kunterbunt zusammengesetzt Blendete meine Augen fast durch ihre Farbenpracht Ganz besonders gefiel mir in diesem herrlichen Hause der Fischgeruch Der so durchdringend war, dass mein Taschentuch, als ich es einmal herauszog, gerade so roch Als ob ein Hummer darin eingewickelt gewesen wäre Als ich diese Entdeckung Pegodian vertraute, belehrte sie mich, dass ihr Bruder mit Hummern, Krabben und Krebsen handelte Später fand ich heraus, dass ein Haufen dieser Geschöpfe in wunderbarer Verknäulung In der sie nicht wieder losließen Was sie einmal mit ihren Scheren gefasst hatten Draußen in einem kleinen, hölzernen Schuppen In dem Töpfe und Kessel hingen, aufbewahrt wurden Eine sehr höfliche Frau mit weißer Schürze Die schon draußen in der Türe hatte knixen sehen Als ich auf Hams Rücken noch eine Viertelmeile vom Hause entfernt war Empfing uns Desgleichen ein sehr schönes kleines Mädchen So kam sie mir wenigstens vor Mit einem Halsband aus blauen Glasperlen Die kleine ließ sich nicht küssen, als ich sie dazu aufforderte Sondern rannte fort und versteckte sich Später, als wir ein prächtiges Mittagessen Bestehend aus gekochten Fischen Geschmolzener Butter und Kartoffeln So wie einer Hammelrippe für mich zu uns genommen hatten Kam ein stark behaarter Mann mit sehr gutmütigem Gesicht nach Hause Er nannte Pegody Mädchen Und gab ihr einen herzhaften Schmatz auf die Wange Woraus ich bei der sonstigen Züchtigkeit ihres Wesens schloß, dass es ihr Bruder sein müsse Er war es auch und wurde mir als Mr. Pegody, der Herr des Hauses, vorgestellt Freut mich, Sie zu sehen, Sir, sagte Mr. Pegody Werden uns rau finden, aber stets bereit Ich sankte ihm und gab zur Antwort, dass ich mich an einem so angenehmen Ort gewiss wohl befinden würde Wie geht's do who, Sir? fragte Mr. Pegody, plötzlich in seinen Schifferdialekt verfallen Haben Sie Ihre Mama frisch und munter verlassen? Ich teilte Mr. Pegody mit, dass sie so munter und frisch sei, wie ich nur wünschen könnte Und dass sie sich ihm empfehlen ließe Was eine kleine, höfliche Lüge meinerseits war Ich bin eher sehr verbunden, antwortete Mr. Pegody Wenn seid ihr fort ein Tag gut holen könnt, mit der da Er nickte seiner Schwester zu Und Hem und Lüt Emley sind wie stolz ob er Gesellschaft Nachdem Mr. Pegody in so gastfreundlicher Weise die Honneurs seines Hauses gemacht hatte Ging er, mit der Bemerkung, kaltes Wasser richte gegen Dreck nichts aus, hinaus, um sich warm zu waschen Er kehrte bald zurück und sah viel besser aus, aber so gerötet Dass ich mich des Gedankens nicht erwehren konnte, sein Gesicht habe mit den Hummern und Krebsen das gemein Dass es schwarz in das warme Wasser hinein und rot wieder herauskomme Als nachdem Tee die Tür fest zugemacht war, denn die Nächte waren kalt und neblig Erschien mir das Haus als die prächtigste Unterkunft, die menschliche Einbildungskraft ersinnen kann Den Wind draußen auf dem Meere brausend zu hören, zu wissen, dass der Nebel sich über die trostlose Ebene ausbreitete In das Feuer zu sehen und zu denken, dass kein Haus weit und breit außer diesem da sei Und dass dieses eine ein Schiff war, wirkte wie Zauberei Emily hatte ihre Scheu überwunden und saß neben mir auf der niedrigsten und kleinsten der Schiffskisten Die, gerade groß genug für uns beide, genau in die Ofenecke passte Mrs. Pegoddy in ihrer weißen Schürze strickte auf der anderen Seite des Feuers Pegoddy selbst war bei ihrer Arbeit ebenso zu Hause, wie mit der St. Paulskirche und dem Stückchen Wachslicht Als hätte sie nie eine andere Wohnung gekannt Ham versuchte mit schmutzigen Karten wahrzusagen Und prägte jedem Blatt, dass er aufschlug, die fischigen Abdrücke seines Daumens auf Mr. Pegoddy rauchte seine Pfeife Ich fühlte die Zeit zu vertraulicher Unterhaltung gekommen Mr. Pegoddy, Sir Haben Sie Ihren Sohn Ham genannt, weil er in einer Art Arche wohnt? Mr. Pegoddy schien das für einen tiefsinnigen Gedanken zu halten und antwortete Nein, Sir, ich heben nie keinen Namen nicht geben Wer hat ihm denn diesen Namen gegeben, verstehe ich? Frage Nummer zwei aus dem Katechismus Mr. Pegoddy vorliegend Nun, Sir, sein Vater hätte ihm den Namen gegeben, sagte Mr. Pegoddy Ich dachte, sie wären sein Vater Mein Bruder Joe war sein Vater Tot, Mr. Pegoddy? fragte ich nach einer respektvollen Pause Ertrunken, sagte Mr. Pegoddy Ich war sehr erstaunt, dass Mr. Pegoddy nicht Hams Vater war und hätte gern Genaues über seine Verwandtschaft zu den anderen Anwesenden gekannt Ich brannte so darauf, dass ich beschloss, es herauszukriegen Die kleine Emily, sagte ich mit einem Blick auf das Mädchen Sie ist ihre Tochter, nicht wahr, Mr. Pegoddy? Nein, Sir, mein Schwager Tom war ihr Vater Ich konnte mich nicht zurückhalten Tot, Mr. Pegoddy? fragte ich zögernd wieder nach einer vorsichtigen Pause Ertrunken, sagte Mr. Pegoddy Ich fühlte die Schwierigkeit der Sachlage Aber es war noch nicht alles ergründet und so musste ich weiter forschen Haben Sie keine Kinder, Mr. Pegoddy? Nein, Master, antwortete er mit kurzem Lachen Ich bin ein Junggesell Junggesell? fragte ich ganz verwundert Wer ist denn das, Mr. Pegoddy? Und ich wies auf die Frau mit der weißen Schürze Das ist Mrs. Gummidge Gummidge, Mr. Pegoddy? Aber hier machte Pegoddy Ich meine meine eigene Pegoddy So deutliche Gebärden Ich solle nicht weiter fragen Dass ich nichts mehr tun konnte Als die schweigsame Gesellschaft ansehen Bis es Zeit war, zu Bett zu gehen Dann, in der Zurückgezogenheit Meiner eigenen kleinen Kabine Teilte sie mir mit Dass Ham und Emily beide Waisen seien Die ihr Bruder in frühester Kindheit zu sich genommen hatte Und dass Mrs. Gummidge die Witwe seines ehemaligen Bootteilhabers sei Der sehr arm gestorben war Pegoddy selbst sei nur ein armer Mann Aber echt wie Gold und treu wie Stahl Das waren meiner Kindsfrau eigene Vergleiche Das einzige, sagte sie mir Worüber er je heftig werden könnte bis zum Fluchen Wenn man auf sein gutes Herz anspiele Wenn man nur davon spräche Schlüge er so furchtbar auf den Tisch Er hätte ihn bei einer solchen Gelegenheit oft schon zerbrochen Und schwüre einen entsetzlichen Eid Dass er gormet sein wolle Wenn er nicht in die weite Welt ginge Sobald noch jemand davon anfinge Auf meine Nachfragen stellte sich heraus Dass niemand wusste Was unter diesem schrecklichen Worte Gormet zu verstehen sei Aber alle stimmten darin überein Dass es ein höchst feierlicher Schwur wäre Ich war natürlich sehr gerührt Von der Gutherzigkeit meines Wirtes Und hörte in einer sehr behaglichen Gemütsstimmung Die durch meine Schläfrigkeit noch vermehrt wurde Wie die weibliche Hälfte der Bewohnerschaft In einer zweiten kleinen Kajüte Am anderen Ende des Schiffes zu Bett ging Und wie er und Ham für sich zwei Hängematten An den früher erwähnten Haken In den Deckenbalken befestigte Während der Schlaf mich allmählich überwältigte Hörte ich draußen auf dem Meer Den Wind so heulen und so gewaltig Über die Einöde hinbrausen Dass mich halb im Traum die Furcht überkam Das Meer könnte während der Nacht Das Land überfluten Aber ich beruhigte mich damit Dass ich doch in einem Schiff wohnte Und dass Mr. Peggotty keine üble Person an Bord sei Wenn etwas geschehen sollte Aber es passierte nichts Schlimmeres Als dass der Morgen kam Sobald seine Strahlen Auf den Austernschalen Rahmen meines Spiegels warf War ich aus dem Bette Und mit der kleinen Emily draußen am Strand Und suchte Muscheln Du bist gewiss schon ein volländerter Seemann Sagte ich zu Emily Ich glaubte selbst nicht, was ich sagte Aber ich hielt es für galant Etwas derartiges zu äußern Und ein schimmerndes Segel Dicht neben uns spiegelte sich So hübsch in ihrem hellen Auge Dass mir diese Worte gerade einfielen Nein, antwortete Emily Und schüttelte den Kopf Ich habe Angst vor dem Meere Angst, sagte ich Und machte selbst ein kühnes Gesicht Und sah mutig auf dem mächtigen Ozean hinaus Ich nicht Oh, es ist sehr grausam Sagte Emily Ich habe es sehr grausam gesehen Gegen unsere Leute Ich habe gesehen Wie ein Schiff so groß wie unser Haus In lauter Stücke zerbrach Das war doch hoffentlich nicht das Schiff Das In dem Vater ertrank Fragte Emily Nein, das nicht Das hab ich nicht gesehen Auch ihn nicht? Fragte ich Die kleine Emily schüttelte den Kopf Kann mich nicht erinnern Hier lag ein Fall vor Wieder meine Ich erging mich sogleich in Erzählungen Dass auch ich meinen Vater niemals gesehen hätte Und wie meine Mutter und ich stets Allein in der größten Zufriedenheit gelebt Die man sich denken könne Und noch so lebten Und immer so leben wollten Und dass meines Vaters Grab Auf dem Kirchhof Nicht weit von unserem Hause läge Beschattet von einem Baum Unter dessen Zweigen Ich an manchem schönen Morgen Dem Gesang der Vögel Gelauscht hätte Aber zwischen Emilys Weisenschaft Und meiner Bestand doch noch ein kleiner Unterschied Sie hatte ihre Mutter Vor dem Vater verloren Und ihres Vaters Grab Kannte niemand Sie wusste nur Dass er irgendwo in den Tiefen des Meeres ruhte Und dann Sagte Emily Während sie nach Muscheln und Kieseln ausschaute War dein Vater ein Gentleman Und deine Mutter eine Lady Mein Vater war nur ein Fischer Und meine Mutter eine Fischerstochter Und mein Onkel Dan ist ein Fischer Dan ist Mr. Peggotty Nicht wahr? Fragte ich Onkel Dan Dort Antwortete Emily und Nick Nach dem Schiffe hin Ja, den meine ich Er muss sehr gut sein, nicht? Gut Wenn ich einmal eine Lady werden sollte Schenke ich ihm einen himmelblauen Rock Mit diamantenen Knöpfen Nankinghosen Eine rote Samtweste Einen Federhut Eine große goldene Uhr Eine silberne Pfeife Und einen Koffer voll Geld Ich sagte, ich sei überzeugt Dass Mr. Peggotty Alle diese Schätze wohl verdiene Ich muss gestehen Dass es mir schwer fiel Mir ihn in ruhigem Behagen In dem Anzuge vorzustellen Den seine dankbare kleine Nichte ihm zudachte Besonders hatte ich so meine Bedenken Wegen des Federhuts Aber ich behielt diese Gedanken für mich Die kleine Emily hatte in ihrer Beschäftigung innegehalten Und zum Himmel aufgeblickt Bei der Aufzählung aller dieser Gegenstände Als wären sie eine Vision Dann fingen wir wieder an Muscheln und Kieseln zu suchen Du möchtest wohl gern eine Lady sein? Fragte ich Emily sah mich an Lachte und nickte Ja? Das möchte ich wohl gern Wir würden dann alle vornehme Leute sein Ich und der Onkel und Ham Und Mrs. Gummidge Es wäre uns gleich, wenn es stürmte Unsertwegen meine ich Wegen der armen Fischer wäre es uns nicht gleich Und wir würden ihnen Geld geben Wenn sie zu Schaden kämen Das erschien mir als ein befriedigendes Und daher durchaus nicht unwahrscheinliches Bild Ich drückte meine Freude darüber aus Und das ermutigte Emily zu der schüchternen Frage Glaubst du jetzt, dass du Angst vor dem Meere hast? Die See war in diesem Augenblick zu ruhig, um ihr Besorgnis einzuflößen Aber ich bin überzeugt, wenn nur eine mäßig große Welle dahergebraust gekommen wäre Ich hätte mich bei dem schrecklichen Gedanken an Emleys verdruckene Verwandten sofort davon gemacht Für alle Fälle sagte ich Nein und fügte hinzu Du scheinst dich auch nicht so sehr davor zu fürchten, wie du sagst Sie ging am Rande eines alten, hölzernen Hafendamms Dass ich Angst hatte, sie könnte hinunterfallen So fürchte ich mich nicht, sagte sie Aber ich bleibe wach, wenn es stürmt Und denke mit Zittern und Angst an Onkel Dan und Ham Und immer kommt es mir vor, als ob sie um Hilfe riefen Deshalb möchte ich gerne eine Lady sein Aber so fürchte ich mich nicht, nicht ein bisschen Schau mal her Sie rannte von mir weg und lief einen gekehrten Balken entlang Der ohne Geländer ziemlich hoch über das Meer hinausragte So deutlich steht der Vorfall noch vor meinem Gedächtnis, dass ich es malen könnte Wäre ich ein Zeichner Wie die kleine Emily ihrem Untergang, so erschien es mir Mit einem weit auf das Meer hinausgerichteten Blick, den ich nie vergessen habe, entgegen eilte Ihre leichte, kühne, flatternde kleine Gestalt kehrte um und gelangte wieder glücklich bis zu mir Und bald lachte ich über meine Angst und den Schrei, den ich in jedem Falle ganz nutzlos, deswar niemand in der Nähe, ausgestoßen hatte Oft noch später habe ich darüber nachgesonnen Konnte es nicht vielleicht eine von den uns verborgenen Möglichkeiten gewesen sein Dass der plötzlichen Tollheit des Kindes eine Verlockung zur Gefahr Ein unhörbarer Ruf ihres toten Vaters zugrunde lag Der an jenem Tage barmherzig ihr Leben enden wollte Es kam einmal eine Zeit, wo ich mich fragte Ob ich damals einen Finger zu ihrer Rettung hätte rühren sollen Wenn sich mir ihr späteres Leben in einem Blick geoffenbart hätte Es kam einmal eine Zeit, wo ich mir einen Augenblick die Frage vorgelegt habe Würde es nicht besser für die kleine Emily gewesen sein Wenn das Meer sie an diesem Morgen vor meinen Augen verschlungen hätte Wir schlenderten noch eine Weile spazieren und lasen Dinge auf Die uns merkwürdig vorkamen und setzten ganz sorgsam ein paar gestrandete Seesterne wieder ins Wasser Ich kenne diese Lebensgewohnheiten der Tiere zu wenig, um zu wissen, ob wir ihnen damit einen Gefallen taten Und kehrten dann nach Mr. Pagottys Wohnung zurück Unter dem Schatten des Schuppens, wo die Krebse lagen, blieben wir stehen Gaben uns einen unschuldigen Kuss und gingen vor Gesundheit und Freude strahlend hinein zum Frühstück Wie zwei Amseln, sagte Mr. Pagottys, und ich nahm das als Kompliment auf Natürlich war ich in die kleine Emily verliebt Ich bin überzeugt, ich liebte das Kind so wahrhaftig, so zärtlich und reiner und selbstloser Als man selbst im besten Fall in späteren Zeiten lieben kann Ich weiß, dass meine Fantasie dies blauäugige Kind mit einem Glorienschein umwob, der einen wahren Engel aus ihm machte Wenn Emily an einem sonnigen Morgen mit einem paar kleinen Schwingen vor meinen Augen weggeflogen wäre So glaube ich kaum, dass ich darin etwas Außergewöhnliches gesehen hätte Stundenlang gingen wir auf der öden Fläche um Yarmouth in Liebe der Eintracht spazieren Die Tage eilten an uns vorüber, als ob die Zeit selbst noch ein Kind wäre und immer mit uns spielte Ich sagte Emily, dass ich sie anbetete Und wenn sie nicht gestünde, dass sie mich ebenfalls anbetete So müsste ich mich mit einem Schwert selber töten Und sie sagte, sie liebte mich und ich zweifle nicht, dass es so gewesen war An Ungleichheit und zu große Jugend oder andere Schwierigkeiten dachten wir nicht Denn über die Zukunft zerbrachen wir uns nicht den Kopf Wir waren ein Gegenstand der Bewunderung für Mrs. Gummidge und Pegotty Die sich abends, wenn wir so zärtlich auf der Schiffskiste saßen, zuflüsterten Oh Gott, ist das ein hübsches Paar Hinter seiner Pfeife hervor lächelte uns Mr. Pegotty an Ham grinste den ganzen Abend und tat sonst nichts Ich bemerkte bald, dass sich Mrs. Gummidge nicht immer so angenehm machte Als man nach den Verhältnissen, unter denen sie bei Mr. Pegotty wohnte, hätte erwarten dürfen Sie war etwas empfindlicher Natur und jammerte oft mehr, als für die anderen Mitglieder eines so kleinen Haushalts angenehm war Sie tat mir wohl sehr leid, aber es gab Augenblicke, wo ich dachte, dass es wohl besser wäre, wenn sie sich in ihr eigenes Zimmer zurückziehen wollte, um sich ihrem Schmerz zu überlassen Mr. Pegotty ging manchmal in ein Wirtshaus, das den Namen »Der gute Vorsatz« führte Ich merkte es an seiner Abwesenheit bereits am zweiten oder dritten Tag meines Besuchs und daran, dass Mrs. Gummidge zwischen acht und neun Uhr immer nach der Schwarzwälder Uhr hinauf sah und sagte, er sei dort, und sie habe es bereits am Morgen vorausgesehen Sie war schon den ganzen Tag sehr trüb gestimmt gewesen und in Tränen ausgebrochen, als der Ofen rauchte Ich bin ein armes, verlassenes Wesen, hatte sie dabei gesagt, und alles geht mir die Quere Ach, es wird ja bald vorbei sein, hatte Pegotty, meine nämlich, gesagt, und außerdem ist es dir auch nicht unangenehmer als uns Ich fühle es mehr, hatte Mrs. Gummidge geantwortet Es war ein kalter Tag, und der Wind wehte scharf und heftig Mrs. Gummidge's Ecke am Ofen schien mir die wärmste und gemütlichste in der Stube zu sein, und ihr Stuhl war sicherlich der bequemste, aber sie befand sich heute nicht wohl darin Sie jammerte beständig über die Kälte, dass es ihr immer in den Rücken bliese, und endlich vergoss sie Tränen und sagte wieder, sie sei ein armes, verlassenes Wesen, und alles ginge ihr der Quere Es ist recht kalt, bestätigte Pegotty, das fühlt gewiss jeder Ich fühle es mehr als andere Leute, klagte Mrs. Gummidge Ebenso war es bei Tisch, wo Mrs. Gummidge immer unmittelbar nach mir dran kam, weil ich als vornehmer Gast den Vorzug hatte Die Fische waren klein und mager, und die Kartoffeln ein wenig angebrannt Wir gaben alle zu, dass es nicht besonders angenehm sei Aber Mrs. Gummidge sagte, sie fühle es mehr als wir Und weinte wieder und gab ihre frühere Erklärung mit großer Bitterkeit zum Besten Als Mr. Pegotty gegen neun Uhr nach Hause kam, strickte die unglückliche Mrs. Gummidge in jämmerlicher Stimmung in ihrer Ecke Pegotty hatte fröhlich ihre Arbeit getan, haben ein paar weiße Wasserstiefel ausgebessert, und ich hatte ihnen neben Emily sitzend vorgelesen Mrs. Gummidge hatte nur zuweilen gesäuft und seit dem Tee die Augen nicht aufgeschlagen »Nun, dürrlüt«, sagte Mr. Pegotty und setzte sich, »wie geit dat« Wir alle antworteten freundlich mit Wort und Blick Nur Mrs. Gummidge schüttelte den Kopf über ihrem Strickstrumpf »Wo fehlt's?« fragte Mr. Pegotty »Kopf hoch, Mutting« Mrs. Gummidge aber schien nicht imstande zu sein, sich aufzumuntern Sie zog ein altes, schwarzseidenes Taschentuch hervor und wischte sich die Augen Anstatt es jedoch wieder in die Tasche zu stecken, behielt sie es in der Hand und wischte sich nochmals die Augen und legte es neben sich, um es immer bereit zu haben »Wo fehlt's, Alte?« fragte Pegotty »Nichts«, antwortete Mrs. Gummidge »Du kommst aus dem guten Vorsatz, Dan« »Nun ja, ich mach deinen Abstecher heut abends in den guten Vorsatz«, sagte Mr. Pegotty »Es tut mir leid, dass ich dich immer dorthin treibe«, sagte Mrs. Gummidge »Treiben, bei mir braucht's kein Treiben«, erwiderte Pegotty lachend »Ich geh nur zu gern hin« »Sehr gern«, sagte Mrs. Gummidge »Schüttelte den Kopf und wischte sich die Augen« »Ja, ja, sehr gern« »Es tut mir leid, dass ich daran schuld bin« Mr. Pegotty sagte weiter nichts, sondern bat bloß Mrs. Gummidge noch einmal, den Kopf hochzuhalten »Ich bin nicht, wie ich sein möchte«, sagte Mrs. Gummidge »Ich fühle mein Unglück, und das macht mich unangenehm Ich wollte, es wäre anders, aber ich fühle nun einmal so Ich wollte, ich könnte es vergessen, aber es geht nicht Ich mache das ganze Haus ungemütlich Ich habe schon den ganzen Tag lang deiner Schwester das Leben sauer gemacht Und Master Davy dazu Ich wurde sofort gerührt und rief in großem Seel in Schmerz ein lautes »Nein, sicher nicht, Mrs. Gummidge« »Es ist gar nicht recht vor mir«, fuhr sie fort »Ich sollte lieber ins Armenhaus gehen und sterben« »Wenn mir alles die Quere geht und ich allen der Quere bin« »So will ich auch der Quere in meine Heimat gehen« »Daniel, besser ginge ich ins Armenhaus und stürbe« »Dann sei der mich los« Mit diesen Worten begab sich Mrs. Gummidge zu Bett Als sie fort war, sah uns Mr. Pagody, der bei jedem Wort nur die tiefste Teilnahme Gezeigt hatte der Reihe nach an, nickte mit dem Kopf und flüsterte »Sei hätt an ihren Ohlen gedacht« Ich verstand nicht recht, was für einen alten Mrs. Gummidge gedacht haben sollte, bis mir Pagody, als sie mich zu Bett brachte, erklärte, »Dass es der selige Mr. Gummidge wäre« »Und dass ihr Bruder es stets bei solchen Gelegenheiten als ausgemachte Wahrheit annäme« »Und es stets einen rührenden Eindruck auf ihn machte« »Noch in der Hängematte hörte ich ihn zu Hamm sagen« »Sei hätt an ihren Ohlen dacht« Und wann immer sich Mrs. Gummidge in ähnlicher Stimmung gefand, hatte er für sie immer dieselbe Entschuldigung Und immer dasselbe aufrichtige Mitleid So gingen die vierzehn Tage rasch dahin ohne andere Veränderung als den Wechsel von Eppe und Flut, der auch die Stunden, wo Mr. Pagody und Hamm gingen und kamen, verschob Hatte Hamm nichts zu tun, begleitete er uns manchmal an den Hafen und zeigte uns die Boote und Schiffe Und ein oder zweimal ruderte er uns spazieren Ich weiß nicht, wie es kommt, warum so oft gerade ein unbedeutsames Bild immer an einem Namen am längsten haften bleibt Nie höre oder lese ich den Namen Yarmouth Ohne an einen gewissen Sonntagmorgen am Strande erinnert zu werden Wo die Glocken in der Kirche läuteten Die kleine Emily sich auf meinen Arm stützte Hamm nachlässig Steine ins Wasser warf Die Sonne draußen über dem Meer mühselig durch den dicken Nebel drang Und die Schiffe sich uns so undeutlich zeigte, als wären sie ihre eigenen Schatten Endlich kam der Tag der Heimreise Die Trennung von Mr. Pagody und Mrs. Gummidge konnte ich noch verwinden Aber der Abschied von der kleinen Emily zerriss mir das Herz Wir gingen Arm in Arm in das Wirtshaus Wo der Fuhrmann anspannte und unterwegs versprach ich ihr zu schreiben Dieses Versprechen löste ich später mit einem Aufwand von Buchstaben, die größer waren als die, mit denen man Mietanzeiger zu schreiben pflegt Wir fühlten uns ganz vernichtet durch den Abschied Und wenn ich je in meinem Leben in meinem Herzen eine unbeschreibliche Leere empfunden habe So war es an jenem Tag Die ganze Zeit meines Besuchs über war ich undankbar gegen mein mütterliches Haus gewesen Und hatte wenig oder nicht daran gedacht Aber kaum wendete ich meine Schritte ihm wieder zu So wies auch schon vorwurfsvoll mein jugendliches Gewissen mit standhaftem Finger dorthin Und ich fühlte trotz der Bammigkeit des Abschieds, dass es meine Heimat und Mutter, meine Trösterin und Freundin war Je näher wir dem Ziele kamen und je vertrauter mir die Umgebung wurde Desto stärker wuchs meine Sehnsucht, in ihre Arme zu eilen Pegody, anstatt diesen Drang zu teilen, suchte ihn, wenn auch sanft, in mir eher zu hemmen Und sah verlegen und verstimmt drein Trotz der Langsamkeit und Launenhaftigkeit des Pferdes langten wir doch endlich in Krähenhorst Blunderstone an Ich sehe noch den kalten, grauen Nachmittag mit dem dunklen, regnerischen Himmel vor mir Die Tür ging auf und ich erwartete, halb lachend, halb weinend vor Erregung, meine Mutter zu sehen Aber nicht sie, sondern eine mir fremde Dienerin trat heraus Ach, Pegody, sagte ich traurig Ist sie noch nicht wieder zu Hause? Ja, ja, Master Davy, sagte Pegody Warte ein bisschen, Master Davy Und ich werde dir etwas sagen Teils aus Aufregung, teils aus natürlichem Ungeschick Machte Pegody beim Heraussteigen aus dem Wagen die seltsamsten Manöver Aber ich fühlte mich zu entmutigt und betroffen, um ihr etwas darüber zu sagen Als sie glücklich draußen war, nahm sie mich bei der Hand Führte mich zu meiner Verwunderung in die Küche und schloss die Tür Pegody, sagte ich, heftig erschrocken Was ist denn? Du meine, Goethe, nichts ist, mein lieber Davy Antwortete sie und setzte eine möglichst heitere Miene auf Es ist etwas geschehen, ich weiß es Wo ist Mama? Wo Mama ist, Davy, wiederholte Pegody Ja, warum ist sie uns nicht entgegengekommen? Und weshalb sind wir hier hereingegangen? Ach, Pegody Meine Augen standen voll Tränen und mir war zum Umsinken Mein Gott, der gute Junge, rief Pegody und hielt mich aufrecht Was ist dir? Sprich, mein Herzblatt Sie ist doch nicht tot Nicht tot, Pegody Nein, schrie Pegody mit erstaunlicher Kraft in der Stimme Und dann setzte sie sich nieder, fing an zu keuchen und sagte, ich hätte sie fürchterlich erschreckt Um das wieder gut zu machen, fiel ich ihr um den Hals, stellte mich dann vor sie hin und sah sie mit banger Erwartung an Ja, schau, Liebling, ich hätte dir schon früher sagen sollen Aber ich fand keine Gelegenheit dazu Ich hätte es längst tun sollen Aber ich konnte mich partout Das war immer der Stellvertreterin Pegodys Wörter hierfür durchaus Nicht dazu entschließen Weiter, Pegody, sagte ich, noch mehr erschreckt als vorher Master Davy, sagte Pegody und knüppte ihr Hutband mit zitternden Händen auf Sie war ganz außer Atem Was meinst du? Du hast deinen Papa bekommen Ich fuhr zusammen und wurde blass Ein etwas, ich weiß nicht was Das mit dem Grab auf dem Kirchhof und der Auferstehung der Toten zusammenhing Schien mich wie ein giftiger Hauch zu streifen Einen neuen, sagte Pegody Einen neuen, wiederholte ich Pegody schluckte, als ob ihr etwas Hartes im Halse stecken geblieben wäre Er reichte mir die Hand und sagte Komm, du musst ihn sehen Ich will ihn nicht sehen Und deine Mama? Ich widerstand nicht länger Und wir gingen sogleich in das Empfangszimmer, wo sie mich verließ An der einen Seite des Kamins saß meine Mutter An der anderen Mr. Murdstone Meine Mutter ließ ihre Arbeit sinken und stand rasch auf, aber Wie es mir schien, furchtsam Liebe Clara, sagte Mr. Murdstone Denke daran, beherrsche dich, immer beherrsche dich Davy, mein Junge, wie geht es dir? Ich gab ihm die Hand Nach einem Augenblick der Unentschlossenheit ging ich zu meiner Mutter und küßte sie Sie küßte mich wieder, klopfte mir sanft auf die Schulter und nahm wieder ihre Arbeit zur Hand Ich konnte ihn nicht ansehen Ich konnte sie nicht ansehen Ich wusste bestimmt, dass er uns beide ansah Und ich ging ans Fenster und blickte hinaus auf ein paar Stauden, die ihre Köpfe in der Kälte hängen ließen Sobald ich mich wegdrücken konnte, schlicht ich die Treppe hinauf Mein liebes altes Schlafzimmer war ganz anders geworden Und ich musste weit hinten schlafen Ich ging wieder hinunter, um irgendetwas zu finden, das sich nicht verändert hatte So fremd schien mir alles Und trat auf den Hof hinaus Schnell schreckte ich zurück Denn die leere Hundehütte war jetzt von einem großen Hund bewohnt Der eine tiefe Stimme und schwarze Haare hatte Wie er Und grimmig an seiner Kette rieß, um über mich herzufallen Ende des dritten Kapitels Viertes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Viertes Kapitel Ich falle in Ungnade Wäre das Zimmer, wo damals mein Bett stand, ein fühlendes Wesen Möchte ich es heute, wer wohl jetzt darin schlafen mag Zum Zeugen anrufen, wie schwer mir das Herz war, als ich eintrat Wie ich die Treppe hinauf ging, hörte ich den Hund hinter mir dreinbellen Und drinnen sah ich die Stube mit ebenso fremden Augen an, wie sie mich Ich setzte mich hin, die kleinen Hände gefaltet Und dachte nach Ich dachte an die seltsamsten Dinge An die Form des Zimmers An die Sprünge in der Decke An die Tapeten an den Wänden An die Rippen und Flecken im Fensterglas Hinter denen sich die Gegenstände draußen verzerrten und verschoben An den Waschtisch, der auf drei Beinen wackelte Etwas Unzufriedenes hatte und mich an Mrs. Gummidge erinnerte Ich weinte die ganze Zeit über, dachte aber keinen Augenblick darüber nach, warum ich weinte Ich empfand nur das Gefühl der Kälte und Niedergeschlagenheit In meiner Einsamkeit fing ich an, mir auszumalen, wie schrecklich verliebt ich in die kleine Emily sei Und daß man mich von ihr gerissen habe Während sich hier niemand um mich kümmerte Das machte mich derart unglücklich Daß ich mich in einen Zipfel der Bettdecke wickelte Und mich in Schlaf weinte Hörte dann jemand sagen Hier ist er Und wachte auf mit glühheißem Kopf Meine Mutter und Pegotti hatten mich aufgesucht Und eine von beiden musste die Worte gesprochen haben Davy, sagte meine Mutter, was fehlt dir? Ich fühlte es als etwas sehr Sonderbares, das sie mich noch fragen konnte Und antwortete Nichts Ich legte mich aufs Gesicht, damit sie meine zitternden Lippen nicht sähe Die ihr besser Auskunft gegeben hätten Davy, sagte meine Mutter Davy, mein Kind Keine Worte hätten mich mehr rühren können Als dass sie mich ihr Kind nannte Ich verbarg meine Tränen in den Kissen und drängte meine Mutter weg, als sie meinen Kopf aufheben wollte Das ist dein Werk, Pegotti, du grausames Ding, schrie meine Mutter Ich zweifle gar nicht daran Wie kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren Meinen eigenen Jungen gegen mich oder irgendjemand, den ich lieb habe, aufzuhetzen Was soll das heißen, Pegotti? Die arme Pegotti erhob Hände und Augen zum Himmel und antwortete nur mit einer Art Paraphrase des Tischgebets, das ich nicht dem Essen herzusagen pflegte Gott vergebe ihnen, Mrs. Copperfield, was sie in dieser Minute gesagt haben Mögen sie es niemals ernstlich bereuen Es ist zum Verrücktwerden, rief meine Mutter Noch dazu in meinen Flitterwochen, wo man denken sollte, mein erbitterster Feind müsste Erbarmen haben Und mir nicht ein bisschen Ruhe und Glück neiden Davy, du nichtsnutziger Junge Pegotti, du wildes Geschöpf Ach Gott, ach Gott, rief sie in ihrer kindischen Art Wie ist die Welt doch widerwärtig, gerade wenn man so viel Angenehmes von ihr erwartet Ich fühlte die Berührung einer Hand, der ich sogleich anmerkte, dass sie weder meiner Mutter noch Pegotti gehörte Und sprang rasch aus dem Bett Es war Mr. Murdstones Hand, der meinen Arm faßte Ich hörte, wie er sagte Was ist das, liebe Klara, hast du vergessen? Festigkeit, meine Liebe Es tut mir recht leid, Edward, sagte meine Mutter Ich habe mir alle Mühe gegeben, aber mir ist so unbehaglich Wirklich, antwortete er, sobald schon Das ist ja recht schlimm, Klara Es ist recht bitter, dass es mich jetzt so treffen muss, sagte meine Mutter schmollend Sehr, sehr bitter, nicht wahr? Er zog sie an sich, flüsterte ihr etwas ins Ohr und küsste sie Als ich sah, wie meine Mutter ihren Kopf an seine Schulter lehnte und ihren Arm um seinen Nacken schlang, da begriff ich damals so gut wie jetzt, dass er ihrem weichen Charakter jede beliebige Gestalt geben konnte Geh hinunter, meine Liebe, sagte er David und ich wollen auch hinunterkommen Meine Gute, fuhr er mit einem finsteren Gesicht zu Pegotti fort, als er meine Mutter an die Tür begleitet und mit einem Nicken und einem Lächeln verabschiedet hatte Sie kennen doch den Namen ihrer Herrin Sie war lange genug, meine Herrin, Sir, antwortete Pegotti, als dass ich ihn nicht kennen sollte Das ist richtig, antwortete er Aber mir schien es, wie ich die Treppe heraufkam, als ob Sie sie mit einem Namen anredeten, der nicht der ihrige ist Sie wissen doch, dass sie meinen angenommen hat Vergessen Sie das nicht Mit einigen besorgten Blicken auf mich knickste Pegotti sich aus dem Zimmer heraus, ohne zu antworten Sie begriff, dass sie gehen sollte Und fand keinen Vorwand, um da zu bleiben Als wir beide allein waren, machte er die Türe zu Setzte sich auf einen Stuhl, stellte mich vor sich hin, während er mich noch am Arm festhielt und sah mir unverwandt in die Augen Ich fühlte meinen Blick fest an ihn gebannt Wenn ich mir vorstelle, wie wir uns damals Auge in Auge gegenüberstanden, kommt es mir vor, als hörte ich wieder mein Herz schneller und lauter schlagen David, sagte er und presste seine Lippen ganz dünn zusammen Wenn ich einen eigensinnigen Gaul oder Hund vor mir habe, was glaubst du wohl, tue ich dann mit ihm? Ich weiß nicht Ich prügle ihn Ich hatte ihm mit einem atemlosen Geflüster geantwortet Aber in meinem Schweigen fühlte ich, dass mein Atem noch kürzer wurde Ich haue ihn Dass er sich windet vor Schmerz Ich sage mir, ich will den Burschen bezwingen Und wenn's ihm alles Blut im Leibe kosten sollte Was hast du im Gesicht? Schmutz, sagte ich Er wusste so gut wie ich, dass es Tränenspuren waren Aber wenn er mich zwanzigmal gefragt hätte, jedesmal mit zwanzig hieben, so glaube ich doch, mein Kinderherz wäre eher gebrochen, ehe ich ihm das eingestanden hätte Du bist recht gescheit für dein Alter, sagte er mit dem ernsten Lächeln, das ihm eigen war Und ich sehe, du hast mich ganz gut verstanden Wasche dir das Gesicht und komme mit mir herunter Er deutete auf den Waschtisch, der mir wie Mrs. Gummitsch vorkam Und machte eine Bewegung mit dem Kopf, ich solle sofort gehorchen Ich zweifelte damals nicht, und jetzt noch viel weniger Dass er mich ohne das geringste Erbarmen zu Boden geschlagen haben würde, wenn ich gezögert hätte Meine liebe Clara, sagte er, als er mit mir in das Wohnzimmer trat, immer noch meinen Arm festhaltend Ich hoffe, du wirst jetzt keinen Verdruss mehr haben Wir werden unsere jugendlichen Launen schon ablegen und uns bessern Gott helfe mir Ich hätte für mein ganzes Leben gebessert werden können Ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden durch ein einziges freundliches Wort damals Ein Wort der Ermutigung und Erklärung und des Mitgefühls für meine kindliche Unwissenheit Des Willkommens in der Heimat Eine Versicherung Dass das alte mütterliche Haus noch ganz dasselbe sei Hätten mich zu einem gehorsamen Sohn gemacht Anstatt dass ich jetzt gehorsam heuchelte Hätten mich ihn achten gelehrt und anstatt zu hassen Mir kam es so vor, als ob es meiner Mutter leidtäte, mich so scheu und fremd in Zimmer stehen zu sehen Und dass sie mir mit sorgenvollen Blicken folgte, als ich nach meinem Stuhle schlich Das Wort aber wurde nicht gesprochen Und die Zeit dazu war vorüber Wir speisten alle drei allein am Tisch Er schien meine Mutter sehr gern zu haben Und ich fürchte fast, er war mir deshalb nicht weniger zuwider Und sie war sehr zärtlich zu ihm Aus seinen Reden merkte ich, dass eine ältere Schwester von ihm ankommen sollte und bei uns bleiben Ich weiß nicht mehr, ob ich schon damals oder erst später erfuhr, dass er einen Geschäftsanteil an einer Weinhandlung in London besaß, schon von Großvaters Zeiten her An der seine Schwester in gleicher Weise beteiligt war Jedenfalls kann ich es gleich hier bemerken Nach dem Essen, als wir vor dem Feuer saßen und ich darüber nachsann, wie ich zu Pagotti flüchten könnte Dabei aber nicht den Mut hatte zu entschlüpfen Fuhr ein Wagen an der Gartentür vor und er ging hinaus, um den Besuch zu empfangen Meine Mutter folgte ihm Ich ging schüchtern hinter ihr drein Da drehte sie sich in der Stubentür um Drückte mich im Dunkeln ans Herz wie früher Und flüsterte mir zu, ich solle meinen neuen Vater lieben und ihm gehorsam sein Sie tat das so hastig und geheimnisvoll, als ob es ein Unrecht wäre Aber mit großer Zärtlichkeit Dann zog sie mich hinter sich her in den Garten, wo er stand Dort ließ sie mich wieder los Und legte ihren Arm in den Seinen Miss Mudstone war angekommen Eine finster aussehende Dame Schwarz wie ihr Bruder, dem sie im Gesicht und Stimme sehr glich Sie hatte starke, buschige Augenbrauen, die über ihrer großen Nase fast zusammenstießen Als wollten sie den Backenbart ersetzen, den ihr Geschlecht ihr versagt hatte Sie brachte ein paar unnachgiebige schwarze Koffer mit Auf deren Deckeln mit harten Messingnägeln ihr Monogramm stand Um den Kutscher zu bezahlen, holte sie ihr Geld aus einer harten, stählernen Börse Sie trug die Börse in einem wahren Kerker von Strickbeutel, der ihr an einer schweren Kette am Arm hing und wie ein Gebiss schloss Ich hatte bis dahin noch nie eine so durch und durch metallische Dame gesehen wie Miss Mudstone Dann blickte mich Miss Mudstone an und sagte Ist das denn junge Schwägerin? Meine Mutter bejahte Im Allgemeinen, sagte Miss Mudstone, kann ich Jungen nicht leiden Wie geht's dir, Junge? Unter diesen ermutigenden Umständen antwortete ich, dass es mir gut ginge und ich dasselbe von ihr hoffte Aber mit so wenig Wärme, dass Miss Mudstone mich mit den zwei Worten abfertigte Keine Manieren Nachdem sie dies mit großer Bestimmtheit ausgesprochen Wünschte sie auf ihr Zimmer geführt zu werden, das von der Zeit an für mich zu einem Ort des Grauens und der Furcht wurde Weil die beiden schwarzen Koffer stets verschlossen dort standen und eine Menge kleiner Stahlfesseln und Kettchen Mit denen sich Miss Mudstone zu verschönern pflegte, in furchtgebietenden Reihen über dem Spiegel hingen So viel ich herausbekommen konnte, war sie in der Absicht gekommen, Gutes zu stiften Und sie trug sich nicht mit dem Gedanken, jemals wieder wegzugehen Schon am nächsten Morgen fing sie an, meiner Mutter zu helfen Und ging den ganzen Tag in der Vorratskammer aus und ein, um alles zurechtzusetzen und die alte Ordnung umzustürzen Ihre hervorstechendste Eigenschaft schien mir die zu sein, dass sie mich ständig anwöhnte Die Dienstmädchen hielten irgendwo im Hause einen Mann verborgen Von diesem Wahnbesessen tauchte sie zu den ungewöhnlichsten Zeiten in den Kohlenkeller Und öffnete fast nie die Tür dunkler Schränke, ohne sie zugleich wieder zuzuschlagen Im Glauben, dass sie ihn erwischt hätte Obgleich durchaus nichts Lustiges sonst an Miss Mudstone war, glich sie doch in puncto früh aufstehen einer Lerche Sie war auf den Beinen, wie ich heute noch glaube, um nach dem Mann zu suchen, ehe sich noch irgendetwas im Hause regte Peggotty huldigte der Ansicht, dass ich stets nur mit einem Auge schliefe Ich konnte mich diesem Glauben nicht anschließen, seit ich selbst versucht und herausgefunden hatte, dass so etwas nicht möglich ist Schon am ersten Morgen nach ihrer Ankunft stand sie früh auf und klingelte beim ersten Hahnenschrei Als meine Mutter zum Frühstück herunterkam, gab ihr Miss Mudstone eine Art Schnabelhieb auf die Wange Das war bei ihr die Kussähnliche Bewegung Und sagte Nun, liebe Clara, du weißt, ich bin hergekommen, um dir alles abzunehmen Du bist viel zu hübsch und gedankenlos Meine Mutter errötete, lachte aber und schien diese Charakterisierung nicht übel zu nehmen Als dass dir Pflichten auferlegt werden dürfen, die ich erfüllen kann Wenn du so gut sein willst, mir die Schlüssel zu übergeben, meine Liebe So will ich alles das in Zukunft selber besorgen Von dieser Zeit an behielt Miss Mudstone die Schlüssel den Tag über in ihrem Beutel und die Nacht über unter ihrem Kopfkissen Meine Mutter hatte nicht mehr damit zu tun als ich selbst Meine Mutter ließ sich ihre Herrschaft nicht rauben, ohne vorher einen leisen Versuch von Widerstand zu machen Eines Abends, als Miss Mudstone ihrem Bruder gewisse Haushaltungspläne entwickelt hatte Und er seine Zustimmung gab, fing meine Mutter plötzlich an zu weinen und sagte Man hätte sie doch wohl auch zu Rate ziehen können Clara, sagte Mr. Mudstone streng Clara, ich bin erstaunt über dich Du hast gut von erstaunt sein sprechen, etwa, rief meine Mutter Und von Festigkeit Aber das würdest du dir auch nicht gefallen lassen Festigkeit, muss ich bemerken, war die große Eigenschaft Auf der beide Mr. und Miss Mudstone fußten Ich weiß nicht, welchen Namen ich damals dafür gewählt hätte Aber ich begriff genau, dass es nur eine andere Bezeichnung für Tyrannei war Und für eine gewisse finstere, anmaßende, teuflische Laune, die in den beiden steckte Das Glaubensbekenntnis, würde ich jetzt mich ausdrücken, Mr. Mudstone lautete Ich bin fest, niemand soll in der Welt so fest sein wie ich Niemand überhaupt fest und alles soll sich vor meiner Festigkeit beugen Miss Mudstone war die eine Ausnahme Sie durfte fest sein, aber nur aus verwandtschaftlichen Rücksichten Und in ihrem untergeordneten und tributpflichtigen Grad Meine Mutter war die zweite Ausnahme Sie konnte und durfte fest sein und musste es Aber nur im Ertragen der Festigkeit der beiden anderen Es ist sehr hart, sagte meine Mutter Dass ich in meinem eigenen Haus In meinem eigenen Hause, wiederholte Mr. Mudstone Clara In unserem eigenen Hause meine ich Stotterte meine Mutter ganz erschrocken Ich hoffe, du weißt, was ich meine, Edward Es ist sehr hart, dass ich in deinem eigenen Hause Nicht ein Wort über häusliche Angelegenheiten sagen darf Ich habe sicher sehr gut Haus gehalten, ehe wir heirateten Ich habe Beweise, setzte sie schluchzend hinzu Frag nur Pegody, ob es nicht recht gut ging, als man mir nicht reinredete Edward, sagte Miss Mudstone Machen wir der Sache ein Ende Ich reise morgen ab Jane Mudstone, donnerte Mr. Mudstone Wirst du schweigen? Was unterstehst du dich? Miss Mudstone zog ihr Taschentuch aus dem Kerker Und hielt es vor die Augen Klara, fuhr er fort Setz es mich in Erstaunen Ja, ich fand Befriedigung in dem Gedanken Eine unerfahrene und harmlose Person zu heiraten Und ihren Charakter zu bilden Und ihr etwas von der Festigkeit und Entschiedenheit zu geben Die ihr fehlen Aber wenn Jane Mudstone so gütig ist, mir darin beizustehen Und meinetwegen eine Stellung gleich der einer Haushälterin übernimmt Und dafür so schlechten Dank erntet Bitte, bitte, Edward, rief meine Mutter Sag nicht, dass ich undankbar bin Ich bin sicher nicht undankbar Das hat mir noch niemand gesagt Ich habe viele Fehler, aber nicht diesen Bitte sage das nicht, Liebling Wenn Jane Mudstone, sage ich, fuhr er fort, nachdem er meine Mutter hatte ausreden lassen Dafür undank erntet, so fühle ich meine Gefühle erkalten Liebling, bitte, sag das nicht Flehte meine Mutter kläglich Oh, bitte, Edward, ich kann das nicht ertragen Wie auch immer ich sein mag Ich bin nachgiebig und dankbar Ich weiß es, ich bin es Bin nachgiebig und dankbar Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht gewiss wüsste Frag nur Pegotti Sie wird es gewiss bestätigen Bloße Schwäche fällt bei mir nicht ins Gewicht, Clara Entgegnete er Du verschwendest nur deine Worte Komm, lass uns wieder gut sein, sagte meine Mutter Ich könnte nicht leben in Kälte und Unfreundlichkeit um mich herum Es tut mir so herzlich leid Ich habe sehr viele Fehler, ich weiß Und es ist gut von dir, Edward, dass du mit deinem starken Charakter dir Mühe gibst, mich zu bessern Jane Ich will dir nicht mehr widersprechen Es würde mir das Herz brechen, wenn du nur daran dächtest, uns zu verlassen Meine Mutter konnte nicht weitersprechen vor lauter Rührung Jane Murdstone, sagte Mr. Murdstone zu seiner Schwester Harte Worte sind zwischen uns selten Es ist nicht meine Schuld, dass heute Abend ein so ungewöhnliches Ereignis stattgefunden hat Ich wurde von jemand anders dazu gebracht Aber es ist auch nicht deine Schuld Auch dich hat jemand in eine schiefe Lage gebracht Wir wollen beide trachten, es zu vergessen Und da dies, fügte er nach diesen großmütigen Worten hinzu Kein passendes Bild ist für den Knaben So geh zu Bett, David Ich konnte kaum die Tür finden So voll Tränen standen meine Augen Ich fühlte meiner Mutter Schmerz so tief mit Ich schlich hinaus und tappte im Dunkeln die Treppe hinauf in mein Zimmer Ohne nur das Herz zu haben, Begott die gute Nacht zu sagen Oder mir eine Kerze von ihr geben zu lassen Als sie vielleicht eine Stunde später nach mir sah, wachte ich auf Und sie sagte mir, meine Mutter sei sehr betrübt zu Bett gegangen Und Mr. und Miss Murdstone säßen noch unten allein Am nächsten Morgen ging ich etwas früher als gewöhnlich hinunter Und hörte, wie drinnen meine Mutter Miss Murdstone demütigst um Verteilung bat Die Dame verzieh ihr Und es fand eine vollständige Aussöhnung statt Nie wieder später hörte ich meine Mutter über irgend etwas eine Meinung äußern Ehe sie sich nicht zuvor an Miss Murdstone gewendet oder in sichere Erfahrung gebracht hatte Was ihre Ansicht sei Und nie wieder sah ich Miss Murdstone in übler Laune nach dem Beutel greifen Als ob sie die Schlüssel herausnehmen und sie meiner Mutter zurückgeben wollte Ohne dass diese nicht in die schrecklichste Angst geraten wäre Das dunkle Blut, das in den Adern der Murdstones floss Gab auch ihrer Religion etwas Finsteres und Strenges Ich habe seitdem oft darüber nachgedacht Ob diese Eigenschaft nicht eine notwendige Folge war von Mr. Murdstones Festigkeit Die ihm niemals erlauben wollte Irgendjemand von der strengsten Strafe freizusprechen Seitdem, wie es wolle, ich kann mich noch recht gut der finsteren und ernsten Gesichter erinnern Mit denen wir zum Gottesdienst zu gehen pflegten Und des veränderten Eindrucks, den die Kirche auf mich machte Wieder kommt der gefürchtete Sonntag Und ich marschiere zuerst in den alten Beetstuhl wie ein bewachter Sträfling zu einem gefangenen Gottesdienst Dicht hinter mir folgt Miss Murdstone in einem schwarzen Samtkleid Das aus einem Leichentuch gemacht zu sein scheint Dann kommt meine Mutter, dann ihr Gatte Pegotti geht nicht mehr mit wie früher Wieder höre ich Miss Murdstone die Responsorien murmeln Und auf alle drohenden Worte mit grausamem Behagen besonderen Nachdruck legen Wieder sehe ich ihre dunklen Augen in der Kirche umherschweifen Wenn sie sagt elende Sünder Als wenn sie die ganze Gemeinde in diesem Namen einschließen wollte Wieder werfe ich verstohlene Blicke auf meine Mutter Die ihre Lippen schüchtern flüsternd bewegt Während das Summen der beiden in ihren Ohren brummt wie fernes Donner grollen Dann überkommt mich eine plötzliche Furcht Ob nicht vielleicht Mr. und Miss Murdstone recht haben Und unser guter Pfarrer unrecht Und dass alle Engel im Himmel Racheengel sein könnten Wenn ich einen Finger rühre Oder ein Muskel meines Gesichts schlaff wird Stößt mich Miss Murdstone mit ihrem Gebetbuch Das mich die Seite schmerzt Und auf dem Heimweg bemerke ich Wie die Nachbarn mich und meine Mutter ansehen Und uns nachblicken und miteinander flüstern Und wie die drei Arm in Arm gehen Und ich allein hinter ihnen drein Folge ich diesen Blicken Und frage mich, ob meiner Muttergang Wirklich nicht mehr so leicht ist Und ob das heitere Glück ihrer Schönheit Nicht schon ganz trüb geworden Ich frage mich, ob die Nachbarn wohl auch daran denken Wie wir beide früher nach Hause gingen Und ich zerbreche mir den Kopf darüber Den ganzen langsam sich hinschleppenden trüben Tag Von Zeit zu Zeit war die Rede davon gewesen Mich in eine Kostschule zu schicken Mister und Miss Murdstone hatten es angeregt Und meine Mutter hatte natürlich beigestimmt Nichtsdestoweniger kam es vorläufig noch nicht dazu Vorläufig hatte ich zu Hause Lehrstunden Werde ich diesen Unterricht wohl je vergessen Dem Namen nach stand ihm meine Mutter vor In Wirklichkeit aber Mister Murdstone und seine Schwester Die immer zugegen waren Und darin eine günstige Gelegenheit sahen Meiner Mutter Lektionen in der Festigkeit zu erteilen Die unser beider Leben vergiftete Ich glaube, nur das war der Grund Weshalb ich vorläufig zu Hause behalten wurde Ich hatte gut und willig gelernt Als meine Mutter und ich noch allein miteinander lebten Ich kann mich noch undeutlich erinnern Wie ich auf ihrem Schoß das Alphabet lernte Noch heute, wenn ich auf die fetten schwarzen Buchstaben in einer Fibel sehe Tritt mir die verwirrende Neuheit ihrer Gestalten Und die behäbige Gemütlichkeit des O, Q und S Ganz so vor die Augen wie damals Aber sie erinnern mich an kein Gefühl des Wiederwillens oder des Ekels Im Gegenteil, es ist mir Als ob ich auf einem Blumenpfad bis zum Krokodilbuch gewandelt sei Und als ob mich die sanfte Weise und Stimme meiner Mutter auf dem ganzen Wege gestärkt hätten Aber der feierliche Unterricht, der später kam, steht vor mir wie der Tod meines Seelenfriedens Wie eine tägliche, jämmerliche Plage und kummervolles Elend Die Lektionen waren sehr lang, sehr zahlreich, sehr schwer Einige vollkommen unverständlich für mich Und verwirrten mich meistens ebenso sehr wie vermutlich meine Mutter Ich will einmal in der Erinnerung so einen Morgen durchgehen Ich trete nach dem Frühstück mit meinen Büchern, einem Schreibheft und einer Schiefertafel ein Meine Mutter sitzt an ihrem Schreibtisch und ist bereit für mich Aber nicht halb so bereit wie Mr. Murdstone in seinem Lehnstuhl am Fenster Wenn er auch vorgibt, ein Buch zu lesen Oder wie Miss Murdstone, die in der Nähe meiner Mutter sitzt und Stahlperlen aufreiht Der bloße Anblick der beiden wirkt auf mich Dass ich merke, wie die Worte, die ich mir mit so unendlicher Mühe eingeprägt habe Mir alle entfallen und gehen, ich weiß nicht wohin Nebenbei gesagt, möchte ich übrigens wirklich gerne wissen, wo sie eigentlich hingehen Ich reiche das erste Buch meiner Mutter Es ist eine Grammatik, vielleicht ein Geschichts- oder Geografiebuch Ich werfe noch einen letzten Blick auf die Seite Wie ein Ertrinkender, während ich hier das Buch hinhalte Und fange an, im Galopp aufzusagen, um fertig zu werden Solange ich noch alles frisch im Kopf habe Ich stocke bei einem Wort Mr. Murdstone blickt auf Ich werde rot Werfe ein halbes Dutzend Worte verwirrt durcheinander Und bleibe stecken Ich fühle, meine Mutter würde mir das Buch zeigen, wenn sie es wagte Aber sie wagt es nicht und sagt sanft Oh, Davy, Davy Clara, sagt Mr. Murdstone Sei fest mit dem Jungen Sag nicht Davy, Davy Das ist kindisch Entweder kann er seine Lektion oder er kann sie nicht Er kann sie nicht, fällt Miss Murdstone mit grauenerregendem Nachdruck ein Ich fürchte wirklich, er kann sie nicht, sagt meine Mutter Nun dann, Clara, erwidert Miss Murdstone Solltest du ihm das Buch zurückgeben und ihm das sagen Ja, gewiss, stimmte meine Mutter bei Das wollte ich tun, liebe Jane Also, Davy, versuche es noch einmal und mach es gut Ich gehorche dem ersten Teil der Ermahnung und versuche es noch einmal Mit dem zweiten Teil bin ich nicht so glücklich, denn ich mache es sehr schlecht Ich bleibe stecken, früher noch als vorhin, an einer Stelle, die ich eben noch gut kannte Und halte inne, um nachzudenken Aber ich kann nicht an die Aufgabe denken Ich muss daran denken, wie viel Ellen Spitzen auf Miss Murdstones Haube sein mögen Oder was Mr. Murdstones Schlafrock gekostet Oder an andere alberne Dinge, die mich nichts angehen Mr. Murdstone macht die ungeduldige Bewegung, die ich schon lange erwartet habe Miss Murdstone tut dasselbe Meine Mutter blickt unterwürfig nach ihnen hin Klappt das Buch zu und legt es beiseite als einen Rückstand, der nachgeholt werden muss Wenn die anderen Aufgaben beendet sind Bald liegt ein ganzer Stoß solcher Rückstände da und wächst an wie eine Lawine Je höher er wird, umso vernagelter werde ich Der Fall ist so hoffnungslos, dass ich das Gefühl habe, in einem tiefen Sumpf von Unsinn herumzuwarten Und jeden Gedanken, wieder herauszukommen, aufgebe und mich meinem Schicksal überlasse Die verzweifelte Angst, mit der meine Mutter und ich einander ansehen, ist wirklich trübsinnig Aber der Hauptschlag kommt, wenn meine Mutter sich unbeobachtet glaubt und mir das Stichwort durch eine Bewegung der Lippen zu verraten sucht In diesem Augenblick sagt Miss Murdstone, die bloß darauf gewartet hat mit tiefer, warnender Stimme Klara Meine Mutter fährt zusammen, wechselt die Farbe und lächelt schüchtern Mr. Murdstone steht von seinem Stuhle auf, wirft mir das Buch an den Kopf oder schlägt es mir um die Ohren und schiebt mich bei den Schultern zur Tür hinaus Wenn die Stunden aus sind, kommt erst das Schlimmste in Gestalt eines entsetzlichen Rechenexempels Das ist für mich besonders erfunden und wird mir durch Mr. Murdstone mündlich überliefert Es fängt an Wenn ich in einen Käseladen gehe und kaufe 5000 doppelte Glosterkäse zu vier und einem halben Penny Augenblicklich zahlbar Miss Murdstones Züge werden überglücklich bei dieser Wendung Und so weiter und so weiter Bis Mittag brüte ich über diesen Käsen ohne Resultat oder Erleuchtung Und wenn ich dann durch Abwischen der mit schiefer, beschmutzen Finger an meinem schweißtrefenden Gesicht einen Mulatten aus mir gemacht habe So bekomme ich ein Stückchen Brot ohne Butter zu meinen Käsen und bin für den Abend in Ungnade gefallen Nach so vielen Jahren scheint es mir, als ob meine unglücklichen Studien immer denselben Verlauf genommen hätten Ich wäre sehr gut vorwärts gekommen ohne die Murdstones Aber ihr Anfluss auf mich war wie der bannende Blick, den zwei Schlangen auf einen armen kleinen Vogel richten Selbst wenn ich ziemlich gut durch die Morgenarbeiten kam Hatte ich nicht viel mehr gewonnen als die freie Zeit des Mittagessens Denn Miss Murdstone konnte mich nie unbeschäftigt sehen Und wenn ich unvorsichtigerweise merken ließ, dass ich gerade nichts zu tun hatte So lenkte sie ihres Bruders Aufmerksamkeit auf mich, indem sie sagte Liebe Clara, es geht nichts über die Arbeit Gib deinem Jungen etwas auf Und das hatte stets zur Folge, dass sie sofort über eine neue Arbeit geduckt wurde Von Zerstreuungen mit anderen Kindern meines Alters war kaum die Rede Denn dem finstern Puritanismus der Murdstones erschienen alle Kinder wie eine Brut kleiner Fippern Als ob niemals ein Kind in die Mitte der Jünger gestellt worden wäre Die natürliche Folge dieser vielleicht sechs Monate oder noch länger fortgesetzten Behandlungsweise war Dass ich ganz stumpf, verstockt und schwer von begriffen wurde Nicht wenig trug dazu bei, dass ich mich täglich mehr meiner Mutter entfremdete Ich glaube, wenn mir nicht ein glücklicher Umstand geholfen hätte, ich wäre blödsinnig geworden Und das war folgender Mein Vater hatte eine kleine Büchersammlung in einer Dachstube neben meinem Schlafraum, um die sich niemand kümmerte, hinterlassen Aus diesem gesegneten kleinen Stübchen kamen Der Landprediger von Wakefield, Don Quixote, Schillblass und Robinson Crusoe Eine glorreiche Schar zu mir, um mir Gesellschaft zu leisten Sie erhielten meine Fantasie lebendig Und meine Hoffnung auf etwas über diesen Ort und diese Zeit hinaus Sie und Tausend und eine Nacht und die persischen Märchen brachten mir keinen Schaden Denn was in einigen von ihnen Schädliches sein mochte, war für mich nicht da Ich verstand nichts davon Es ist mir unbegreiflich, woher ich inmitten meines Hockens und Brütens über schwierigere Themen die Zeit nahm, alle diese Bücher zu lesen Es ist mir jetzt wunderbar, wie es für mich in meinen kleinen und doch so großen Leiden tröstlich sein konnte, dass ich die Rollen meiner Lieblingscharaktere in diesen Geschichten auf mich übertrug Und Mr. und Miss Murdstone mit allen Schlechten bedachte Eine ganze Woche lang war ich Tom Jones in Kindergestalt Die Rolle Roderick Rantoms habe ich wohl einen Monat lang gespielt Ich fraß förmlich ein paar Bände Reisebeschreibungen Ich weiß nicht mehr welche Und tagelang bin ich in der oberen Region des Hauses heimlich herumgestreift Bewaffnet mit dem Mittelstück eines alten Stiefelholzes Als Kapitän so und so von der königlich-britischen Flotte Der von Wilden bedroht war und sein Leben so teuer wie möglich verkaufen wollte Niemals verlor der Kapitän seine Würde Wenn ihm die lateinische Grammatik um die Ohren geschlagen wurde Ich litt wohl darunter Der Kapitän aber blieb Kapitän und ein Held trotz aller Grammatiken aller lebenden und toten Sprachen Das bildete meinen einzigen und beständigen Trost Wenn ich daran denke Steht mir ein Sommerabend vor Augen Wo die Kinder draußen auf dem Kirchhof spielten Und ich auf dem Bette saß und auf Tod und Leben drauf loslas Jede Scheune in der Nachbarschaft, jeder Stein in der Kirche, jeder Fußbreit des Friedhofs Standen in meiner Seele in Verbindung mit diesen Büchern Und vertraten die Stelle eines in ihnen berühmt gewordenen Ortes Ich habe gesehen, wie Tom Pipes den Kirchturm hinaufkletterte Habe Strape mit dem Schnapsack auf dem Rücken beobachtet, wie er an der Gitterpforte am Zang ausruhte Und ich weiß, dass Commodore Trunnion seine Clubsitzung mit Mr. Pickle in der Gaststube unserer kleinen Dorfschenke abhielt So war ich damals geartet Als das Ereignis eintrat, von dem ich jetzt berichten will Eines Morgens, als ich mit meinen Büchern in das Wohnzimmer trat, bemerkte ich, dass meine Mutter sehr ängstlich aussah Und Miss Mudstone sehr fest Während Mr. Mudstone etwas um das untere Ende seines Rohrstocks wickelte Es war ein geschmeidiges und schächtiges Rohr, das er in der Hand wippte und durch die Luft sausen ließ, als ich hereinkam Ich sage dir doch, Clara, bemerkte Mr. Mudstone, ich selbst bin oft durchgehauen worden Gewiss, selbstverständlich, sagte Miss Mudstone Gewiss, liebe Jane, stammelte meine Mutter demütig Aber, aber meinst du, dass es Edward gut getan hat? Glaubst du, dass es Edward geschadet hat, Clara, fragte Mr. Mudstone ernst Das ist der springende Punkt, sagte seine Schwester Gewiss, liebe Jane Weiter sagte meine Mutter nichts mehr Mich beschlich das Gefühl, dass ich das Zwiegespräch auf mich bezöge Und ich suchte und begegnete Mr. Mudstones Blick Nun, David, sagte er, und sein Auge blitzte Du musst dich heute viel mehr in Acht nehmen als gewöhnlich Er hieb weiter mit dem Rohr durch die Luft Und nachdem er diese Vorbereitung beendigt hatte Legte er es mit ausdrucksvollem Blick neben sich hin und nahm ein Buch zur Hand Nur für den Beginn war dies eine gute Auffrischung meiner Geistesgegenwart Dann fühlte ich, wie die Morte mir beim Aufsagen entschwanden Nicht einzeln oder zeilenweise, sondern gleich ganze Seitenlang Ich versuchte, meine Gedanken wieder einzufangen Aber es war, als ob sie die Schlittschuhe anhätten Und mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit wegglitten Wir fingen schlecht an und fuhren noch schlechter fort Ich war hereingekommen mit dem Bewusstsein, dass ich mich heute sogar auszeichnen würde Denn ich glaubte, recht gut vorbereitet zu sein Aber es stellte sich als vollständiger Irrtum heraus Ein Buch nach dem anderen vermehrte den Haufen der Rückstände Und Miss Mödstone wandte die ganze Zeit über den Blick nicht von uns Und als wir endlich zu den 5000 Käsen kamen Er machte an diesem Tage Rohrstöcke daraus Fing meine Mutter zu weinen an Clara, sagte Miss Mödstone mit warmer Stimme Ich fühle mich nicht ganz wohl, meine liebe Jane, glaube ich Sagte meine Mutter Ich sah Mr. Mödstone feierlich seiner Schwester zuwinken Als er aufstand, das Rohr nahm und sagte Nun, Jane, wir können kaum erwarten, dass Clara mit unerschütterlicher Festigkeit den Ärger und die Qual trägt Die David ihr heute verursacht hat Das würde stoisch sein Clara hat sich sehr gefestigt und ist viel stärker geworden Aber wir können kaum so viel von ihr erwarten David, wir wollen jetzt beide hinaufgehen Als er mich aus der Tür zog, rannte meine Mutter auf uns zu Miss Mödstone sagte Clara, bist du denn ganz närrisch? Und trat dazwischen Ich sah, wie sich meine Mutter die Ohren zuhielt Und hörte sie weinen Er führte mich in mein Zimmer Langsam und feierlich Ich weiß bestimmt, es machte ihm Freude, die Exekution so förmlich zu gestalten Und als wir oben angekommen waren, klemmte er plötzlich meinen Kopf unter seinen Arm Mr. Mödstone, Sir, schrie ich auf Oh, bitte schlagen Sie mich nicht Ich habe mir solche Mühe beim Lernen gegeben, Sir Aber ich kann es nicht aufsagen, wenn Sie und Miss Mödstone dabei sind Ich kann es wirklich nicht Kannst du wirklich nicht, David? fragte er Wir wollen's mal versuchen Er hielt meinen Kopf fest wie in einem Schraubstock Aber ich entwand mich doch noch Es gelang mir, ihn einen Augenblick aufzuhalten Nur einen Augenblick Denn gleich darauf versetzte er mir einen heftigen Schlag In demselben Augenblick erhaschte ich seine Hand mit meinem Mund Und biß sie durch und durch Es zuckt mir jetzt noch in den Zähnen, wenn ich daran denke Er schlug mich dann, als ob er mich totpeitschen wollte Durch all den Lärm, den wir machten, hörte ich die anderen die Treppe heraufrennen und aufschreien Ich hörte meine Mutter aufschreien und Pegotti Dann war er fort und die Tür war von außen verschlossen Und ich lag fieberheiß und zerrissen und wund auf dem Boden und raste in ohnmächtiger Wut Ich weiß mich gut zu erinnern, welch unnatürliche Stille im ganzen Hause herrschte, als ich wieder ruhig wurde Ich kann mich gut entsinnen, als Schmerz und Leidenschaft sich legten Wie schlecht ich mir vorkam Ich saß lange Zeit lauschend da Aber es war kein Laut zu vernehmen Ich raffte mich vom Boden auf Und sah mein Gesicht im Spiegel so verschwollen und entstellt, dass ich mich entsetzte Die Striemen waren wund und hart Und ich musste aufschreien, wenn ich mich rührte Aber sie waren nichts gegen mein Schuldbewusstsein Es lastete schwer auf meiner Brust, wie wenn ich der schlimmste Verbrecher gewesen wäre Es fing an zu dunkeln, und ich machte das Fenster zu Ich hatte die ganze Zeit über mit dem Kopf auf dem Fensterbrett gelegen und abwechselnd geweint Halb geschlafen oder gedankenlos hinausgesehen Als ich der Schlüssel herumdrehte und Miss Murdstone mit Brot, Fleisch und Milch hereintrat Ohne ein Wort zu sprechen, setzte sie es auf den Tisch und starrte mich währenddessen ununterbrochen mit größter Festigkeit an Entfernte sich dann und schloss die Türe hinter sich zu Noch lange saß ich im Dunkeln da und grübelte, ob sonst noch jemand kommen werde Als das für diesen Abend unwahrscheinlich wurde, zog ich mich aus und ging zu Bett Und fing an, mich furchtsam zu fragen, was jetzt wohl mit mir geschehen würde War es ein Verbrechen, das ich begangen hatte? Würde man mich verhaften und ins Gefängnis stecken, mich am Ende gar hängen? Ich werde nie das Erwachen am nächsten Morgen vergessen Im ersten Augenblick froh und heiter war ich plötzlich durch die erwachende Erinnerung wie niedergeschmettert Miss Murdstone erschien wieder, ehe ich mich erhob sagte mir mit kurzen Worten, dass ich eine halbe Stunde, aber nicht länger spazieren gehen dürfte und verschwand. Sie ließ diesmal die Tür offen, damit ich von der Erlaubnis Gebrauch machen könnte Ich tat es und jeden folgenden Morgen meiner Gefangenschaft die fünf Tage dauerte Wenn ich meine Mutter allein hätte sehen können, wäre ich vor ihr auf die Knie gefallen und hätte sie um Verzeihung gebeten Aber ich bekam niemand zu Gesicht, außer Miss Murdstone Eine Ausnahme bildete nur die Zeit des Abendgebets in der Wohnstube Dorthin führte mich Miss Murdstone und ich musste wie ein junger Sträfling an der Tür stehen bleiben während alle ihre Plätze einnahmen und ehe sie sich erhoben, führte ich meine Kerkermeisterin mit großer Feierlichkeit wieder ins Gefängnis Ich bemerkte, dass meine Mutter am allerweitesten von mir entfernt ihr Gesicht von mir abgewandt hielt und dass Mr. Murdstones Hand mit einem großen leinenen Tuch verbunden war Wie entsetzlich lang mir diese fünf Tage wurden, kann ich nicht beschreiben Sie nehmen in meiner Erinnerung den Raum von Jahren ein Die Spannung, mit der ich allen Vorkommnissen im Hause lauschte Das Klingeln, das Öffnen und Schließen von Türen, das Murmeln von Stimmen Die Schritte auf den Treppen, das Lachen, Pfeifen und Singen draußen Das mir in meiner Einsamkeit und Verstoßenheit furchtbarer erschien als alles andere Das ungewisse Schleichen der Stunden, besonders des Nachts Wenn ich in dem Glauben aufwachte, es sei schon morgen Während die Familie noch nicht zu Bett gegangen war Und ich noch die ganze lange Nacht vor mir hatte Die quälenden Träume mit ihrem Albtrücken Die Wiederkehr von morgen, Mittag, Nachmittag und Abend Wo die Jungen draußen auf dem Kirchhof spielten Und ich sie vom Hintergrund des Zimmers aus beobachtete Weil ich mich schämte, mich wie ein Gefangener am Fenster zu zeigen Das fremdartige Gefühl, dass ich mich nie sprechen hörte Die flüchtigen Pausen schnell entschwinden der Erleichterung Die mit dem Essen und Trinken kam und wieder ging Der Regen eines Abends mit seinem frischen Duft Wie er immer dichter und dichter wurde zwischen mir und der Kirche Bis er und die hereinbrechende Nacht mich in einer Fensternis von Frucht und Reue zu ersticken drohten Alles das scheint Jahre statt Tage gedauert zu haben So lebendig und tief hat es sich mir eingeprägt In der letzten Nacht meiner Haft wachte ich auf und hörte meinen Namen flüstern Ich richtete mich im Bette auf, breitete meine Arme im Dunkeln aus und fragte Bist du's, Pegotti? Es kam nicht sogleich eine Antwort Aber nicht lange darauf hörte ich wieder meinen Namen in einem so geheimnisvollen und schaurigen Ton Dass ich vor Schrecken wahrscheinlich ohnmächtig geworden wäre Hätte ich nicht plötzlich begriffen, dass er durch das Schlüsselloch kommen müsse Ich tappte mich zur Tür und legte den Mund an das Schlüsselloch und flüsterte Bist du's, liebe Pegotti? Ja, mein einziger lieber Davy Sei so leise wie eine Maus, sonst hört uns die Katze Ich verstand sogleich, dass Miss Murdstone gemeint war und fühlte die Notwendigkeit der Vorsicht Denn ihr Zimmer stieß dicht an meines Was macht Mama, liebe Pegotti? Ist sie sehr böse auf mich? Ich konnte hören, dass Pegotti leise vor der Tür weinte Wie ich, ehe sie antworten konnte Nein, nicht sehr Was wird mit mir geschehen, liebe Pegotti? Weißt du es? Schule Bei London War Pegottys Antwort Sie musste es noch einmal wiederholen Denn sie hatte es das erste Mal in meinen Hals hineingesprochen, weil ich vergaß, den Mund vom Schlüsselloch wegzunehmen und das Ohr daran zu legen Ihre Worte kitzelten mich sehr, aber verstehen konnte ich sie nicht Wann, Pegotti? Morgen Hat deshalb Miss Murdstone meine Kleider aus der Kommode genommen? Ja, sagte Pegotti Koffer Werde ich Mama nicht wiedersehen? Ja, sagte Pegotti Ja, sagte Pegotti Morgen früh Dann legte sie ihre Lippen dicht an das Schloss und sprach die folgenden Worte so gefühlvoll und innig, wie sie wohl nie durch ein Schlüsselloch mitgeteilt worden sind Und stieß jeden Satz abgebrochen mit einem krampfhaften kleinen Ruck hervor Lieber Davy Wenn ich jetzt nicht mehr so ganz herzlich mit dir bin wie früher So ist's nicht, weil ich dich nicht sehe und noch mehr liebe mein Liebesherzensbüppchen Sondern bloß, weil ich glaube, es ist besser für dich und für jemand anderes Davy, mein Liebling, hörst du mich? Kannst du hören? Ja, Pegotti, schluchzte ich Du, mein Herzenskind, flüsterte Pegotti mit unendlichem Mitleid Ich will dir nur sagen, du darfst mich niemals vergessen Auch ich will dich niemals vergessen Aber ich will deine Mama, Davy, so in Acht nehmen, wie ich dich in Acht genommen habe Und ich werde sie nie verlassen Der Tag wird noch kommen, wo sie gern ihren armen Kopf ihrer dummen, mürrischen, alten Pegotti wieder auf den Arm legen wird Ich werde dir schreiben, Liebling Wenn ich auch kein Gelehrter bin Und ich will, ich will Pegotti fing an, das Schlüsselloch zu küssen, das sie mich nicht küssen konnte Ich danke dir, meine liebe Pegotti, sagte ich Ich danke, danke dir Willst du mir nur eins versprechen, Pegotti Wirst du Mr. Pegotti und der kleinen Emily und Mrs. Gummidge und Ham sagen Dass ich nicht so schlecht bin, wie sie vielleicht denken Und dass ich sie alle von Herzen grüßen lasse, besonders die kleine Emily Willst du so gut sein, Pegotti? Die gute Seele versprach mir's, und wir küssen beide das Schlüsselloch mit der größten Zärtlichkeit Ich streichelte es mit der Hand, entsinne ich mich noch, als ob es ihr ehrliches Gesicht gewesen wäre Und trennten uns Seit dieser Nacht wuchs in mir ein Gefühl für Pegotti Das ich nicht recht beschreiben kann Sie ersetzte mir nicht meine Mutter, niemand hätte das können Aber sie fühlte eine Leere in meinem Herzen aus, die sich über ihr schloss Und ich fühlte etwas für sie, was ich nie für ein anderes menschliches Wesen empfunden habe Es mischte sich ein Gefühl des Komischen wohl unter meine Zärtlichkeit Und dennoch kann ich mir nicht vorstellen, wie ich den Schmerz ertragen hätte, wenn sie gestorben wäre Frühmorgens erschien Miss Murdstone wie gewöhnlich und sagte mir, dass ich in die Schule geschickt würde Was mich durchaus nicht so überraschte, wie sie wohl angenommen hatte Sie sagte mir auch, dass ich hinunterkommen sollte in die Wohnstube zum Frühstück Dort fand ich meine Mutter sehr blass und mit roten Augen Ich lief ihr in die Arme und bat sie aus tiefbewegter Seele um Verzeihung Oh, Davy, sagte sie, dass du jemand wehtun konntest, den ich liebe Versuche, dich zu bessern, bete darum, dass du besser werdest Ich verzeihe dir Aber ich bin voll Kummer, Davy, dass du ein so böses Herz hast Sie hatten ihr eingeredet, dass ich ein verworfenes Geschöpf wäre Und das schmerzte sie mehr als mein Fortgehen Auf mich machte es einen tiefen Eindruck Ich versuchte, mein Abschiedsfrühstück zu essen Aber die Tränen tröpfelten auf mein Butterbrot und in meinen Tee Ich sah, wie meine Mutter mich von Zeit zu Zeit anblickte Und dann auf miß Murdstone sah und die Augen niederstug oder wegschaute Ist Master Copperfields Koffer da? fragte miß Murdstone, als draußen der Wagen vorfuhr Ich sah mich nach Peggottie um Aber weder sie noch Mr. Murdstone erschien Mein alter Bekannter, der Fuhrmann, stand an der Tür, nahm den Koffer und hob ihn auf den Wagen Klara, sagte miß Murdstone in warnendem Ton Ich bin bereit, liebe Jane, sagte meine Mutter Leb wohl, Davy, du gehst zu deinem eigenen Besten Leb wohl, mein Kind Du wirst in den Feiertagen nach Hause kommen und ein besserer Junge sein Klara, wiederholte miß Murdstone Gewiß, meine liebe Jane, antwortete meine Mutter und hielt meine Hand noch immer fest Ich verzeihe dir, mein lieber Junge Gott segne dich Klara Wiederholte miß Murdstone Sie hatte die Güte, mich zum Wagen zu führen und mir unterwegs zu sagen Sie hoffe, ich würde in mich gehen, ehe es ein schlimmes Ende mit mir nähme Und dann stieg ich in den Wagen und das faule Pferd trottete mit mir davon Ende des vierten Kapitels Fünftes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Fünftes Kapitel Man schickt mich fort Wir waren kaum eine Viertelstunde gefahren und mein Taschentuch war ganz durchnäßt, als der Kutscher plötzlich anhielt Als ich hinaussah, brach zu meinem Erstaunen Peggotty aus einer Hecke hervor und kletterte in den Wagen Sie schloß mich in die Arme und preßte mich derartig an ihren Schnürleib, das mir die Nase wehtat Nicht ein einziges Wort sprach Peggotty Sie ließ mich mit dem einen Arm los, griff bis an den Ellbogen in ihren Rock und holte ein paar in Papier gewickelte Kuchen hervor, die sie mir in die Tasche stopfte Einen Geldbeutel drückte sie mir in die Hand Sie sprach dabei kein Wort Sie presste mich noch ein letztes Mal an ihren Schnürleib, stieg aus und lief davon, wie ich glaube und stets geglaubt habe, ohne einen einzigen Knopf an ihrem Kleid Ich hob einen der vielen, die herumrollten, auf und bewahrte ihn lange Zeit als ein teures Andenken Der Fuhrmann sah mich fragend an, ob sie zurückkäme Ich schüttelte den Kopf und sagte, ich dächte nicht Also los, rief er seinem faulen Pferde zu, das sich daraufhin in Bewegung setzte Da ich mich ordentlich ausgeweint hatte, fing ich jetzt an zu überlegen Das Tränen doch nichts nützten, umso mehr, als wir der Roderick Random noch jener Kapitän der englischen Flotte jemals in schwierigen Lagen geweint hätten, soviel ich mich entsinnen konnte Als der Fuhrmann mich so gefasst sah, schlug er mir vor, mein Taschentuch zum trocknen dem Pferd auf den Rücken zu legen Ich dankte ihm und gab es ihm, und merkwürdig klein sah es aus, als es dort lag Ich hatte jetzt Muße, die Börse zu untersuchen Es war ein steifer Lederbeutel mit einem Schloß, und darin befanden sich drei glänzende Schillinge, die Pegotti mit Putzpulver poliert hatte, damit es mich noch mehr freuen sollte Aber sein kostbarster Inhalt bestand aus zwei halben Kronen in einem Stück Papier, worauf mit meiner Mutter Handschrift stand, für Davy, mit herzlichem Gruß Ich war davon so gerührt, dass ich den Fuhrmann bat, mir mein Taschentuch wieder hereinzureichen, aber er meinte, es ginge wohl auch so, und so wischte ich meine Augen mit dem Rockhermer und bezwang mich Es gelang mir, wenn mich auch noch hier und da das Schluchzen zerriss Nach einer Weile Trottes fragte ich den Fuhrmann, ob er die ganze Reise mache Welche Reise, fragte er Dahin, sagte ich Wo, dahin, fragte der Fuhrmann Nun, bei London, sagte ich Das Pferd, sagte der Fuhrmann und schlenkerte mit dem Zügel, statt hinzudeuten Wäre toter als Schweinefleisch, ehe wir noch halb hinkämen Sie fahren also nur bis Yarmouth, fragte ich Stimmt, sagte der Fuhrmann Dort bringe ich sie zur Postkutsche, und die bringt sie nach, wo's eben ist Da das für den Fuhrmann, der Mr. Barkis hieß Bei seinem phlegmatischen und wenig gesprächigen Temperament eine sehr lange Rede war Bot ich ihm als Zeichen meiner Erkenntlichkeit einen Kuchen an Den er auf einen Bissen verschlang, gerade wie ein Elefant Und der auf sein breites Gesicht nicht mehr Eindruck machte Als er auf das eines Elefanten gemacht hätte Hat sie den gebacken? Fragte Mr. Barkis Der immer vorwärtsgebeugt auf seinem Sitze hockte Auf jedes Knie einen Arm gestützt Peggotty, meinen Sie? Hm, sagte Mr. Barkis Sie Ja, sie backt alle unsere Kuchen und kocht für uns Wahrhaftig Er spitzte den Mund, als wolle er pfeifen, aber er pfiff nicht Er saß da und zielte nach den Ohren des Pferdes, als sähe er dort etwas ganz Besonderes So saß er geraume Zeit Endlich sagte er Keine Schätze Sagten Sie Plätzchen, Mr. Barkis? Ich dachte, er wollte noch etwas zu essen haben und hätte auf diese Art Erfrischung angespielt Schätze, sagte Mr. Barkis Schätze, niemand geht mit ihr Mit Pegotty Hm, mit ihr Oh nein, sie hat niemals einen Schatz gehabt Wahrhaftig Wieder spitzte er den Mund zum Pfeifen, aber wieder pfiff er nicht, sondern zielte nach den Ohren des Pferdes Sie macht also die Apfeltorten und besorgt die Küche, was? Fragte er nach einer langen Pause des Nachdenkens Ich bejahte Gut, ich will Ihnen was sagen Schreiben Sie ihr vielleicht Ich schreibe jedenfalls an Sie Hm, sagte er und wandte mir langsam seine Augen zu Gut, wenn Sie ihr schreiben, sagen Sie ihr, dass Barkis will Ja? Dass Barkis will, fragte ich unschuldig Ist das alles? Jawohl, sagte er nachdenklich Jawohl Barkis will Aber Sie sind doch morgen wieder zurück in Blunderstone, Mr. Barkis, sagte ich Und meine Stimme bebte ein wenig bei dem Gedanken, dass ich dann so weit fort sein würde Und könnten Ihre Botschaft doch selber viel besser ausrichten Da er aber diesen Vorschlag mit einem Ruck seines Kopfes zurückwies und seinen ersten Wunsch mit tiefem Ernst wiederholte Barkis will Übernahm ich freiwillig den Auftrag Später nachmittags, während wir im Gasthofen Yarmus auf die Postkutsche warteten, ließ ich mir einen Bogen Papier und ein Tintenfass bringen und schrieb folgenden Brief an Pegotty Meine liebe Pegotty, ich bin hier glücklich angekommen Barkis will Viele herzliche Grüße an Mama Dein getreuer Davy Nachschrift Es ist mir nochmals aufgetragen worden Barkis will Als ich Mr. Barkis noch im Wagen mein Versprechen gegeben hatte, fiel er wieder in sein tiefes Schweigen Und ich, ganz ermattet von den letzten Ereignissen, legte mich auf einen Sack im Wagen und schlief ein Ich schlief gesund, bis wir in Yarmus ankamen Dass mir von dem Gasthaus auf, vor dem wir hielten, so neu und seltsam vorkam Dass sich sogleich die stille Hoffnung aufgab, hier jemand von Mr. Pegotys Familie oder vielleicht gar die kleine Emily selbst zu treffen Die Postkutsche stand über und über glänzend im Hofe Aber noch waren keine Pferde vorgespannt Und sie sah in diesem Zustande aus, als wäre nichts unwahrscheinlicher, als dass sie je nach London fahren könnte Ich fragte mich, was wohl aus meinem Koffer werden sollte, den Mr. Barkis auf das Pflaster gesetzt hatte Und aus mir, als eine Frau aus einem Bogenfenster, an dem Geflügel und Fleischstücke aufgehangen waren, heraussah und fragte Ist das der junge Herr aus Blunderstone? Ja, Madam, sagte ich Wie heißen Sie? fragte die Frau Copperfield, Madam, sagte ich Stimmt nicht, für Copperfield ist nichts bestellt Vielleicht für Murdstone, sagte ich Wenn Sie Master Murdstone sind, warum sagen Sie da zuerst einen anderen Namen? Ich erklärte ihr den Zusammenhang Worauf sie eine Glocke zog und rief William, bring ihn ins Frühstückszimmer Aus der Küche am anderen Ende des Hofes kam ein Kellner herausgerannt Und schien sehr erstaunt, als er bloß mich sah Es war ein sehr geräumiges Zimmer mit verschiedenen großen Landkarten an den Wänden Ich setzte mich scheu mit der Mütze in der Hand auf die Ecke des Stuhles, der der Tür am nächsten stand Und als der Kellner für mich einen Tisch steckte, musste ich ganz rot vor Bescheidenheit geworden sein Er brachte mir einige Koteletts mit Gemüse und nahm den Deckel in so heftiger Weise herunter, dass ich glaubte, ich hätte ihn irgendwie beleidigt Aber ich beruhigte mich wieder, als er mir den Stuhl an den Tisch schob und sehr lautselig sagte Nun, sechs Fuß hoch, kommen Sie her Ich dankte ihm und setzte mich an den Tisch, fand es aber sehr schwer, mit Messer und Gabel zu handieren, ohne mich zu bespritzen Währenddessen stand er mir gegenüber und wollte kein Auge von mir und machte mich immer schrecklich erröten, wenn ich seinem Blicke begegnete Nachdem er mir bis zum zweiten Koteletts zugesehen, sagte er Es ist auch eine halbe Pinde Ale für Sie bestellt Wollen Sie sie jetzt haben? Ich dankte und sagte Ja Hierauf goß er das Bier aus einem Krug in ein großes Glas und hielt es gegen das Licht Meiner Seele, sagte er, es scheint eine ganze, ganze Menge, was? Ja, es scheint eine ganze Menge, antwortete ich lächelnd, denn ich war ganz entzückt, dass er zu mir so freundlich war Er war ein Mann mit zwinkernden Augen und sinnigem Gesicht und das Haar stand ihm zu Berge Wie er den Arm in die Seite gestemmt hatte und das Glas gegen das Licht hielt, sah er jedoch ganz gemütlich aus Gestern war ein Gentleman hier, fing er wieder an Ein großer, starker Gentleman, der hieß Oberniedersäger Kennen Sie ihn vielleicht? Nein, sagte ich, ich glaube nicht Kurze Hosen und Gamaschen, breitkrempigen Hut, schäckiges Halstuch, sagte der Kellner Nein, sagte ich gedrückt, ich habe nicht das Vergnügen Er kehrte hier ein, sagte der Kellner und sah immer noch durch das Glas, bestellte auch Ale, trotzdem ich ihm abriet Trank es und war tot auf der Stelle War zu alt für ihn Es sollte nicht ausgeschenkt werden, das ist die Sache Der tragische Vorfall machte mich ganz bestürzt und ich sagte Ich würde ein Glas Wasser vorziehen Ja, sehen Sie, sagte der Kellner, immer noch mit einem Auge durch das Glas spähend Das andere hatte er zugemacht Unsere Leute sehen es nicht gern, wenn etwas bestellt wird und stehen bleibt Nehmen es übel Aber ich will's trinken, wenn Sie erlauben Bin dran gewöhnt und die Gewohnheit kann alles Ich glaube nicht, dass es mir schadet, wenn ich den Kopf zurücklege und es rasch hinuntergieße Was? Ich erwiderte, ich wäre ihm sehr verpflichtet, wenn er es tränke und es ihm nicht schaden würde Sonst aber möge er es ja nicht tun Als er den Kopf zurücklegte und es rasch hinuntergoss, erfasste mich eine schreckliche Angst Er könnte das Schicksal des bedauernswerten Mr. Oberniedersäger teilen und tot zu Boden fallen Aber es tat ihm nichts Im Gegenteil, es schien ihn nur erfrischt zu haben Was haben wir denn da, sagte er und fuhr dann mit einer Gabel in meine Schüssel Doch nicht Cotelettes Cotelettes, sagte ich Gott bewahre, rief er aus Ich wußte gar nicht, dass es Cotelettes sind Ein Cotelettes ist das Beste gegen Bier Ist das ein Glück, was? Damit nahm er ein Cotelettes, den Knochen in die eine Hand und eine Kartoffel in die andere Und verschlang beide zu meiner größten Befriedigung mit außerordentlichem Appetit Dann nahm er noch ein Cotelettes und noch eine Kartoffel Und noch ein Cotelettes und noch eine Kartoffel Hierauf brachte er mir einen Pudding, setzte ihn auf den Tisch und schien ein paar Augenblicke in Gedanken zu versinken Wie ist die Pastete? fragte er, wie aus einem Traum erwachend Es ist ein Pudding, gab ich zur Antwort Pudding, rief er aus, Gott bewahre Wirklich Und genauer hinblickend Es ist doch nicht etwa Blätterpudding Ja, es ist Blätterpudding Was? Blätterpudding, sagte er Und nahm einen Esslöffel Das ist ja mein Lieblingspudding Ist das nicht ein Glück? Komm, kleiner, wolle mal sehen, wer das meiste kriegt Er bekam wirklich das meiste Er bat mich mehr als einmal, ich möchte mich doch dazu halten Aber das Mißverhältnis seines Esslöffels zu meinem Teelöffel Seiner Fertigkeit zu meiner Seines Appetits zu meinem Appetit bewirkten Dass ich schon bei den ersten Bissen weit zurückblieb und keine Aussicht mehr hatte Ich glaube, ich habe niemals jemand einen Pudding mit so viel Genussessen sehen Und er lachte, als er fertig war Als ob seine Freude noch fortdauerte Da er so freundlich und so gefällig war, bat ich ihn um Feder, Tinte und Papier, um an Pegotti zu schreiben Er brachte es nicht nur sogleich, sondern war auch so freundlich, mir über die Achsel zu sehen, während ich schrieb Als ich fertig war, fragte er mich, wo ich zur Schule ginge Ich sagte, bei London, denn ich wusste weiter nicht Gott bewahre, sagte er und schaute sehr traurig drein Das tut mir leid Warum? Fragte ich ihn Ach, mein Gott, sagte er und schüttelte den Kopf Das ist die Schule, wo sie dem Jungen die Rippen zerbrachen Zwei Rippen Es war ein kleiner Junge Er war etwa Warten Sie mal, wie alt sind sie ungefähr? Ich sagte ihm zwischen acht und neun Jahre Das ist gerade sein Alter Er war acht Jahre und sechs Monate, als sie ihm die erste Rippe brachen Acht Jahre und acht Monate alt, als sie ihm die zweite Rippe brachen Und dann war es aus mit ihm Ich konnte weder mir noch dem Kellner verhehlen, dass das ein recht unangenehmer Vorfall sei und forschte, wodurch es denn geschehen wäre Seine Antwort klang durchaus nicht ermutigend für mich Denn sie bestand aus zwei schrecklichen Worten Durch Strixe Das Blasen des Posthorns auf dem Hof veranlasste mich, aufzustehen und mit einem aus Stolz und Ängstlichkeit gemischten Gefühl im Besitz einer Börse zu sein, fragte ich, ob noch etwas zu bezahlen wäre Ein Bogen Briefpapier, sagte er Haben Sie schon einmal einen Bogen Briefpapier gekauft? Ich konnte mich nicht erinnern Ist sehr teuer, von wegen die Steuer, sagte er Drei Pents So werden wir hier besteuert Sonst weiter nichts Bloß der Kellner noch Die Tinte kostet nichts Bei der setze ich zu Was möchten Sie? Was soll ich? Wie viel hätte ich? Was gibt man wohl dem Kellner, bitte? Stammelte ich und wurde rot Wenn ich keine Familie besäße Und die Familie nicht die Pocken hätte, sagte der Kellner Würde ich nichts Expens nehmen Wenn ich keinen alten Vater nicht hätte und keine lübliche Schwester Hier wurde der Kellner sehr aufgeregt Möchte ich keinen Pfennig nicht nehmen Wenn ich eine gute Stelle hier hätte und gut behandelt würde Würde ich selbst Trinkgeld geben, anstatt eins zu nehmen Aber ich lebe von Abfall und schlafe auf Kohlen Hier brach er in Tränen aus Mich ergriff seine unglückliche Lage sehr Und ich fühlte, dass sein Trinkgeld von weniger als neun Pents Eine wahre Brutalität und Herzenshärte wäre Daher gab ich ihm einen meiner drei blanken Schillinge Den er mit großer Demut und Ehrerbietung entgegennahm Und gleich darauf mit dem Daumennagel auf seine Echtheit untersuchte Ich geriet einigermaßen in Verlegenheit Als ich beim Einsteigen in die Postkutze bemerkte Dass ich im Verdacht stand Das ganze Mittagessen allein aufgegessen zu haben Ich hörte nämlich die Frau aus dem Bogenfenster sagen Nehmen Sie das Kind in Acht, Georg, sonst platzt es Und die Dienstmädchen kamen heraus, staunten mich an Und bekicherten mich wie ein junges Naturwunder Mein unglücklicher Freund, der Kellner Der sich von seiner Betrübnis vollständig erholt hatte Teilte, ohne im geringsten Verlegen zu scheinen Die allgemeine Verwunderung Wenn ich einigermaßen Verdacht gegen ihn fasste So entstand es wahrscheinlich dadurch Aber ich glaube, dass ich bei meiner jugendlichen Adlosigkeit Und der natürlichen Achtung Die ein Kind vor höherem Alter hat Selbst damals kein ernstes Misstrauen gegen ihn hegte Immerhin ärgerte ich mich ein bisschen Dass ich so, ohne es zu verdienen Zur Zielscheibe des Spottes zwischen dem Postillon und dem Schaffner wurde Sie sagten, dass die Kutsche hinten zu schwer würde Wenn ich dort säße Und es wäre vorteilhafter, wenn ich in der Gepäckabteilung reiste Als die Fabel von meinem Appetint Oder den Außenpassagieren ruchbar wurde Machten auch sie ihre Späße über mich Und fragten mich, ob in der Schule für mich zwei oder für drei Brüder bezahlt würde Ob ein besonderer Kontrakt abgeschlossen worden sei Oder ob ich wie jeder andere bezahlte Und noch dergleichen vergnügliche Fragen mehr Aber das Schlimmste an der Sache war Dass ich wusste, ich würde mich schämen Bei der nächsten Haltestelle etwas zu essen Und dass ich mit dem sehr knappen Mittagessen im Magen Die ganze Nacht würde hungern müssen Zumal ich in der Eile meine Kuchen im Gasthaus vergessen hatte Meine Befürchtungen trafen ein Als wir abends an einem neuen Wirtshaus anhielten Konnte ich es nicht über mich bringen Am Nachtessen teilzunehmen Obgleich ich großen Appetit hatte Sondern setzte mich an den Kamin und sagte Ich esse nichts Aber auch das rettete mich nicht vor Späßen Denn ein heiserer Herr mit einem rohen Gesicht Der unterwegs die ganze Zeit über Aus einer Butterbrotschachtel gegessen hatte Außer wenn er gerade aus einer Flasche trank Verglich mich mit einer Riesenschlange Die auf einmal so viel verschlingt Dass es lange Zeit vorhält Bei diesen Worten machte er einen heftigen Angriff Auf das gekochte Rindfleisch Wir waren um drei Uhr nachmittags von Yarmouth abgefahren Und sollten in London um acht Uhr am nächsten Morgen ankommen Es war Hochsommerwetter und ein sehr schöner Abend Als wir durch ein Dorf fuhren Malte ich mir aus, wie die Häuser wohl innen aussehen Und was für Leute drin wohnten Und als die Jungen hinter uns herliefen Und sich eine Strecke weit an den Wagen klammerten Hätte ich sie gerne gefragt Obwohl ihre Väter noch lebten Und sie zu Hause glücklich wären Viel ging mir im Kopf herum Und nicht am wenigsten die Schule In die ich eintreten sollte Von Zeit zu Zeit dachte ich auch an die Heimat Und an Peggoty und trachtete Mir meine Empfindungen vorzustellen Ehe ich noch Mr. Murdstone gebissen hatte Ich kam damit nicht zurecht Es schien mir seitdem eine Ewigkeit vergangen zu sein Die Nacht war nicht so schön wie der Abend Es wurde kühl Und da man mich zwischen zwei Herren Den mit dem rohen Gesicht Und einen anderen gesetzt hatte Damit ich nicht herunterfiele So erstickten mich die beiden fast Wenn sie einschliefen und mich ganz zudeckten Sie quetschten mich manchmal so sehr Dass ich mich nicht mehr helfen konnte Und rufen musste Ach bitte, bitte Was ihnen gar nicht angenehm war Weil es sie aufweckte Mir gegenüber saß eine ältliche Dame In einem großen Pelzmantel Die im Finstern wie ein Heuschober aussah Diese Dame hatte einen Korb bei sich Und wusste lange Zeit nichts damit anzufangen Bis sie herausfand, dass er wegen meiner kurzen Beine Unter meinen Sitz gehöre Er belästigte mich so sehr, dass ich ganz unglücklich darüber war Aber wenn ich mich nur ein bisschen rührte Und das Glas, das im Korb lag Klappern machte Stieß sie mich heftig mit dem Fuß Und sagte So sitz doch still Deine Knochen sind jung genug Sollte ich meinen Endlich ging die Sonne auf Und jetzt fingen meine Gefährten an Ruhiger zu schlafen Von den Schwierigkeiten Unter denen sie sich die ganze Nacht Mit schrecklichem Ächzen und Schnarchen Hindurchgekämpft hatten Kann man sich keinen Begriff machen Als die Sonne höher stieg Wurde ihr Schlaf leiser Und endlich wachte einer nach dem anderen auf Ich musste mich sehr wundern Daß niemand eingestehen wollte Er hätte geschlafen Sondern mit größter Entrüstung Diesen Vorwurf zurückwies Ich kann es noch heute nicht begreifen Weshalb wir von allen menschlichen Schwächen Die am wenigsten zugeben wollen In einem Wagen eingeschlafen zu sein Wie wunderbar kam mir London vor Als ich es in der Entfernung erblickte Mir vorstellte Daß Abenteuer Wie die meiner Lieblingshelden Dort täglich vorkämen Und mir dunkel ausmalte Daß es reicher an Wundern und Verbrechern sein müßte Als jeder andere Ort der Welt Wir näherten uns der Stadt allmählich Und lagten zur richtigen Zeit An einem Gasthaus in Whitechapel an Von dem ich nicht mehr weiß Ob es der blaue Ochse Oder der blaue Eber war Irgendetwas Blaues war es Und sein Abbild war auf die Rückseite Der Kutsche gemalt Als der Schaffner herunterstieg Fiel sein Blick auf mich Und er fragte zum Fenster Des Einschreibebüros hinein Wartet hier jemand auf einen Knaben namens Mudstone Aus Blunderstone in Suffolk Niemand antwortete Bitte, Sir, versuchen Sie es mit Copperfield Sagte ich Und sah ratlos hinab Wartet hier jemand auf einen Knaben namens Mudstone Aus Blunderstone in Suffolk Der sich aber zu dem Namen Copperfield bekennt Und abgeholt werden soll Fragte der Schaffner Hey da, ist niemand da? Nein, es war niemand da Ich sah mich ängstlich um Aber auf niemand der Umstehenden Machte die Nachfrage den geringsten Eindruck Außer höchstens auf den einäugigen Mann in Gamaschen Der den Rat gab, mir ein Messinghalsband anzulegen Und mich im Stalle anzubinden Man brachte eine Leiter Und ich stieg erst nach der Dame hinunter Die einem Heuschober ähnlich sah Da ich mich nicht zu rühren wagte Bis sie ihren Korb weggenommen hatte Der Wagen war jetzt leer von Reisenden Die Gepäckstücke waren bald heruntergeholt Die Pferde ausgespannt Und die Kutsche wurde von ein paar Hausknechten Zur Seite geschoben Noch immer erschien niemand Um den staubbedeckten Knaben aus Blunderstone Ins Suffolkab zu holen Noch verlassener als Robinson Dem wenigstens niemand zusah Als er einsam war Begab ich mich in die Schreibstube Verfügte mich auf die Einladung des Kommis hinter den Ladentisch Und setzte mich auf die Gepäckwaage Während ich hier saß und Pakete und Kisten und Bücher musterte Und den Stallgeruch atmete Begann eine Prozession der beängstigendsten Betrachtungen in meiner Seele Was, wenn mich niemand abholen würde Wie lange würden sie mich dann hier behalten Wie lange würden meine sieben Schillinge reichen Müsste ich des Nachts mit dem anderen Gepäck in einem der hölzernen Fächer schlafen Und mich am Morgen unter dem Brunnen im Hofe waschen Oder würde man mich jede Nacht hinausjagen Und dürfte ich erst am nächsten Morgen bei der Eröffnung des Büros wiederkommen Bis man mich abholte Was, wenn es gar kein Irrtum wäre Und Mr. Muldstone hätte sich bloß den Plan ausgedacht Um mich auf die Art loszuwerden Was sollte ich dann tun? Wenn sie mich auch da ließen Bis meine sieben Schillinge zu Ende sein würden Konnte ich doch nicht hoffen, bleiben zu dürfen Wenn ich anfinge zu verhungern Das wäre doch den Kunden unbequem gewesen Und hätte den blauen Sohn so Begräbniskosten verursacht Und wenn ich gleich ginge, um zu Fuß nach Hause zurückzukehren Hätte ich den Weg finden können Vorausgesetzt, dass mich dort überhaupt jemand Außer Pegotti vielleicht aufgenommen hätte Wenn ich zu der ersten besten Behörde ging Und mich als Soldat und Matrose anböte Würden sie wahrscheinlich einen so kleinen Jungen wie mich nicht nehmen Solche und hundert andere Gedanken machten Dass mir der Kopf glühte Und ich vor Angst und Sorge ganz schwindlig wurde Als ich auf dem Höhepunkt meines Fiebers angelangt war Trat ein Mann ein und sagte etwas leise zu dem Kommi Dieser schob mich von der Waage und sah zu dem Manne hin Als ob ich gewogen, gekauft, abgeliefert und bezahlt wäre Als ich Hand in Hand mit dem neuen Bekannten das Büro verließ Warf ich einen verstohlenen Blick auf ihn Er war ein hagerer, bleicher, junger Mann mit hohlen Wangen Und einem Kinn, das fast schon schwarz aussah wie Mr. Nodstones Kinn Aber damit hörte die Ähnlichkeit auf Denn sein Backenbart war abrasiert und das Haar fuchsig und trocken Statt glänzend schwarz Er trug einen schwarzen Anzug, der auch fuchsig und trocken Und an Armen und Beinen etwas zu kurz war Außerdem hatte er ein weißes, nicht besonders reines Tuch um den Hals Ich nahm nicht an, dass dieses Halstuch die einzige Wäsche ausmachte, die er trug Jedenfalls konnte ich sonst keine bemerken Du bist der neue Junge? Ja, Sir, gab ich zur Antwort Ich bin einer der Lehrer von Salemhaus, sagte er Ich verbeugte mich und fühlte mich sehr eingeschüchtert Ich schämte mich so sehr, von etwas so Alltäglichem wie meinem Koffer einem Gelehrten und Lehrer von Salemhaus gegenüber zu sprechen Dass wir schon eine Strecke weit gegangen waren, als ich ihn daran erinnerte Wir kehrten auf meine demütige Vorstellung hin, dass mir der Koffer vielleicht später nützlich sein möchte Um, und er sagte dem Kommi, dass der Fuhrmann alles nachmittags abholen werde Erlauben Sie, Sir, fragte ich nach einer Weile Ist es weit? Es ist nicht weit von Blackheath, sagte er Ist das weit, Sir? Ein hübsches Stück, wir werden mit der Post fahren Es sind so sechs Meilen Ich war so müde und matt, dass noch sechs Meilen aushalten zu müssen mir unerträglich schien Ich faßte mir ein Herz und gestand Dass ich seit gestern Mittag nichts gegessen hatte Ich würde ihm sehr dankbar sein, wenn er mir erlauben wollte, dass ich mir etwas zu essen kaufte Er schien sich darüber sehr zu wundern Ich sehe ihn noch stillstehen und mich ansehen Und nachdem er einen Augenblick überlegt hatte, sagte er Er wollte eine alte Frau, die nicht weit weg wohnte, aufsuchen Und das Beste werde sein, wenn ich unterwegs Brot oder was ich sonst brauchte kaufte Und bei ihr, wo wir Milch bekommen könnten, frühstückte Wir traten also in einen Bäckerladen Und nachdem ich nacheinander fast alles, was schwer verdaulich war, hatte kaufen wollen Und er mir abgeraten Entschieden wir uns endlich für einen netten kleinen Leib Schwarzbrot, der drei Pens kostete Dann kauften wir bei einem Höckler ein Ei und eine Schnitte Schinken Und da mir von meinem zweiten Schilling noch recht viel Kleingeld übrig blieb Kam mir London als ein sehr billiger Ort vor Mit unseren Einkäufen fertig gingen wir durch entsetzlichen Lärm und großes Getöse Das meinen Kopf unbeschreiblich verwirrte über eine Brücke Und ich glaube, er nannte sie Londonbrücke Und ich war halb eingeschlafen, als wir bei dem Hause der alten Frau anlangten Das zu einem Teil eines armen Asils gehörte Wie ich aus einer Überschrift auf der Tür entnahm Die besagte, dass es für 25 arme Frauen eingerichtet war Der Schulmeister von Salemhaus öffnete eine der kleinen schwarzen Türen Die alle ganz gleich aussahen Und neben denen sich ein paar kleine Fenster aus geritten Blas befanden Und wir traten in das Häuschen einer dieser armen Personen Die gerade ein Feuer anblies, um einen kleinen Napf zum Kochen zu bringen Als die Alte den Schullehrer eintreten sah Ließ sie den Blasebalg sinken und sagte etwas, was wie »Mein Charlie« klang Als sie dann auch mich bemerkte, rieb sie sich die Hände und knickste verlegen ein wenig »Kannst du diesem jungen Herrn vielleicht sein Frühstück kochen?« Fragte der Schulmeister von Salemhaus »Ob ich kann?« »Natürlich kann ich« »Wie geht's, Mrs. Phibbitzen?« Fragte der Schullehrer Und sah eine andere alte Frau an Die in einem großen Stuhl beim Ofen saß Und in so viel Kleidern versteckt war Dass ich bis heute noch froh bin Mich nicht irrtümlich auf sie gesetzt zu haben »Ach jämmerlich« »Sagte die erste alte Frau« »Sie hat heute ihren ganz schlechten Tag« Wenn das Feuer zufällig ausginge, glaube ich wirklich, sie würde auch ausgehen und nicht mehr zu sich kommen Als sie Mrs. Phibbitzen ansahen, folgte ich ihrem Beispiel Obgleich es ein warmer Tag war, schien diese Frau doch an nichts anderes als das Feuer zu denken Ich glaube, sie gönnte selbst dem Napf sein Plätzchen nicht Und vermute, sie nahm es mir sehr übel, dass die Pfanne durch das Kochen meines Frühstücks noch länger in Anspruch genommen werden sollte Ich sah nämlich mit meinen eigenen müden Augen Wie sie mir während des Kochens mit der Faust drohte Als einmal niemand achtgab Der Sonnenschein strömte zu dem kleinen Fenster herein Aber sie saß mit Stuhl und Rücken dagegen und schützte das Feuer Als wolle sie es eifersüchtig warm halten Anstatt dass es sie warm hielt Und bewachte es aufs Argwöhnischste Als die Vorbereitungen für mein Frühstück beendet waren und das Feuer frei wurde Freute sie sich so außerordentlich, dass sie laut auflachte Wie ich gestehen muss, sehr unmelodisch Ich setzte mich nieder zu meinem Schwarzbrot, dem Ei und dem Schinken Und einem Napf mit Milch Und hatte ein köstliches Mahl Während ich noch in vollem Genutze schwelgte, sagte die erste Alte zu dem Schullehrer Hast du deine Flöte bei dir? Ja, antwortete er Mach einen Blaser darauf, sagte die alte Frau Schmeicheln Bitte Daraufhin faßte der Lehrer mit seiner Hand unter seine Rockschöße Und brachte eine Flöte in drei Stücken hervor Die er zusammenschraubte, worauf er zu blasen begann Nach langen Jahren der Überlegung muss ich doch immer noch bei der Meinung beharren Dass es niemals einen Menschen auf der Welt gegeben haben kann, der schlechter blies Er brachte die grässlichsten Töne hervor Die ich jemals auf natürliche oder künstliche Weise hatte erzeugen können Ich weiß nicht, was es für Melodien waren Wenn es überhaupt Melodien waren, was ich sehr bezweifle Aber auf mich übten sie die Wirkung aus, dass mir plötzlich alle meine Sorgen wieder einfielen Und ich kaum meine Tränen zurückhalten konnte Dann raubten sie mir den Appetit Und schließlich machten sie mich so schläfrig, dass ich meine Augen nicht mehr offen halten konnte Ich habe jetzt noch einen Drang zu nicken, wenn ich daran denke Und wieder steigt das kleine Stübchen vor mir auf Mit dem offenen Wandschrank in der Ecke Den Stühlen mit den hohen Lehnen Der kleinen Winkeltreppe, die in die obere Stube führte Und den drei Pfauenfedern über dem Kamin Sims Gleich als ich eingetreten war, hätte ich gerne gewusst Was sich wohl der Pfau gedacht haben würde, wenn er geahnt hätte Was aus seinem Federschmuck noch einmal werden sollte Das Bild verschwimmt langsam im Nebel Und ich nicke und schlafe Die Flöte wird unhörbar Und ich höre stattdessen die Räder der Postkutsche Und bin wieder auf Reisen Der Wagen stößt Ich wache mit einem Ruck auf Und die Flöte ist wieder da Und der Schulmeister von Salemhaus sitzt mit verschlungenen Beinen da Und bläst kläglich Während die alte Frau verzückt vor sich hinschaut Sie zergeht wieder in Nebel Und er zergeht und alles zergeht Es ist keine Flöte mehr da Kein Salemhaus Kein David Copperfield Sondern nichts als tiefer, fester Schlaf Ich träumte Worauf Mrs. Phibbitzen antwortete Ei, ja Und dem Feuer zu nickte Indem sie wahrscheinlich die Entstehung der Musik zuschrieb Ich muss ziemlich lange geschlafen haben Der Schulmeister von Salemhaus schraubte schließlich seine Flöte wieder in drei Stücke auseinander Steckte sie wieder ein Der Omnibus stand nicht weit und wir stiegen auf das Dach Ich war fest eingeschlafen, als wir unterwegs einmal anhielten und man mich innen sitzen ließ Weil es keine Passagiere mehr drin waren Endlich fuhr der Wagen unter einem grünen Laubdach im Schritt einen steilen Hügel hinan Dann hielt er und wir befanden uns am Ziel Wenige Schritte brachten den Schulmeister und mich an das Salemhaus Das von einer hohen Ziegelmauer umgeben sehr öde aussah Über der Tür hing ein Brett mit der Inschrift Salemhaus Und durch ein Gitterfenster in der Tür musterte uns, nachdem wir geklingelt hatten Ein mürrisches Gesicht, das, wie ich nach dem Öffnen der Tür sah Einen dicken Mann mit einem Stiernacken, einem hölzernen Bein, hervorstehenden Schläfen Und gleichmäßig um den ganzen Kopf verschnittenen Haaren gehörte Der neue Junge, sagte der Lehrer Der Mann mit dem Holzbein musterte mich von oben bis unten, wozu er sehr lange brauchte Schloss die Türe hinter uns und zog den Schlüssel ab Wir gingen unter ein paar großen Bäumen auf das Haus zu, als er den Schulmeister zurückrief Hallo Wir sahen uns um, und der Mann stand in der Tür des Pförtnerhauses und hielt ein paar Stiefel in der Hand Hey, der Schuhflicker war da und sagte, er könne sie nicht mehr flicken Er sagte, es wäre kein Stück mehr ganz Er möchte gerne wissen, was sie eigentlich wollten Mit diesen Worten war für die Stiefel Mr. Mel, so hieß der Lehrer, vor die Füße Und dieser hob sie auf und betrachtete sie mit betrübtem Blick, als wir weitergingen Ich bemerkte jetzt zum ersten Mal, dass seine Schuhe sich in einem sehr schlechten Zustand befanden Und dass an einer Stelle der Strumpf hervorlugte wie eine Knospe Saal im Haus Ein viereckiges Gebäude aus roten Ziegel mit einem Flügel auf jeder Seite sah öde und leer aus Überall war es so totenstill, dass ich zu Mr. Mel sagte, die Schüler seien wohl ausgegangen Er schien sich zu wundern, dass ich nicht wusste, dass jetzt in den Ferien alle Schüler nach Hause gereist wären Mr. Creakle, der Eigentümer, so wie Mrs. und Miss Creakle befänden sich im Seebad Und man habe mich zur Strafe für meine Missetat während der Ferien hierher geschickt Die Schulstube erschien mir als der ungemütlichste und traurigste Ort, der mir jemals vorgekommen Ein langes Zimmer mit drei langen Reihen Pulten und sechs Reihen Bänken und rundherum Haken zum Aufhängen der Hüte und Schiefertafeln Ausgerissene Blätter aus alten Schreib- und Lehrbüchern lagen auf dem schmutzigen Boden verstreut Einige Käferhäuschen aus demselben Material lagen auf den Pulten Zwei elende kleine weiße Mäuse mit roten Augen, von ihren Besitzern zurückgelassen Liefen in ihren kleinen Käfigen hin und her und schnupperten in den Ecken nach Nahrung herum Ein Vogel in einem Bauer hüpfte traurig auf und nieder, sang und zwitscherte aber nicht Das ganze Zimmer durchdrang ein merkwürdiger, dumpfer Geruch wie von schimmligem Tuch, faulen Äpfeln und modrigen Büchern Wenn das Haus von Anfang an dachlos gewesen wäre und der Himmel hätte das ganze Jahr hindurch Tinte geregnet, gehagelt, geschneit und gestürmt, hätte die Stube nicht verspritzter sein können Mr. Mell hatte mich allein gelassen, während er seine unflickbaren Stiefel hinauftrug Und ich ging unterdessen leise an das andere Ende des Zimmers Als ich an den Tisch des Lehrers kam, fand ich einen Pappendeckel mit der schön geschriebenen Inschrift Acht geben Erbeißt Ich kletterte unverzüglich auf das Pult hinauf, denn ich fürchtete, es sei unten ein großer Hund versteckt So vorsichtig ich mich auch umsah, konnte ich doch nichts entdecken Ich blickte noch immer mit ängstlichen Augen umher, als Mr. Mell zurückkam und mich fragte, was ich da oben mache Ich bitte um Verzeihung, Sir, ich suche den Hund Hund, fragte er, welchen Hund Es ist kein Hund da, Sir Was für ein Hund denn? Vor dem man sich in Acht nehmen soll, weil er beißt Nein, Copperfield, sagte der Lehrer ernst Das ist kein Hund, das ist ein Knabe Ich habe den Befehl, Copperfield, diesen Zettel auf deinem Rücken zu befestigen Es tut mir leid, dass ich so mit dir anfangen muß, aber ich muß es tun Damit zog er mich vom Pult herunter und band mir das zu diesem Zweck sinnreich vorbereitete Plakat Wie einen Tornister auf den Rücken Und von nun an hatte ich den Trost, es, wo ich ging, mit mir herumtragen zu müssen Was ich unter diesem Plakat zu leiden hatte, kann sich niemand vorstellen Ob mich jemand sehen konnte oder nicht, immer bildete ich mir ein, jeder müßte es lesen Es war mir keine Erleichterung, wenn ich mich umdrehte und niemand da war Ich konnte den Gedanken nie loswerden, immer jemand hinter meinem Rücken stehen zu wissen Der grausame Mensch mit dem Holzbein vermehrte noch meine Leiden Er hatte zu befehlen, und wenn er sah, dass ich mich an einen Baum oder an eine Wand oder an das Haus lehnte Brüllte er mir aus seinem Häuschen zu He da, Copperfield, lass nur das Ehrenzeichen sehen, oder ich zeig dich an Der Spielplatz war ein kahler, mit Sand bestreuter Hof vor den Fenstern der Küche und Gesindestube Und ich wusste, dass die Dienerschaft, der Fleischer und der Bäcker den Zettel lasen Mit einem Wort, wer früh, wenn ich auf dem Spielplatz sein musste, im Hause kam oder ging, musste lesen Dass man sich vor mir in Acht zu nehmen hätte, weil ich bisse Ich fing mich vor mir selbst zu fürchten an, wie vor einem wilden Jungen, der wirklich beißt Auf dem Spielplatz war eine alte Tür, bedeckt von Namen, die die Schulknaben dort eingeschnitten hatten In meiner Furcht vor dem Ende der Ferien und der Rückkunft der Schüler konnte ich keinen Namen lesen, ohne mich zu fragen In welchem Tone wird der oder jener sagen, Acht geben er beißt Da war besonders einer, Jay Steerforth, der seinen Namen sehr oft und sehr tief eingeschnitten hatte Und der, wie ich mir vorstellte, das Plakat mit sehr lauter Stimme vorlesen und mich immer an den Haaren zupfen würde Dann ein anderer, Tommy Trattles, von dem ich fürchtete, er werde Späße treiben und sich stellen Als ob er sich entsetzlich vor mir fürchtete Von einem dritten, George Stempel, glaubte ich, er werde die Inschrift singen Ich, das kleine, eingeschüchterte Geschöpf, hatte so oft die Tür angesehen, bis die Träger aller dieser Namen Wie mir Mr. Mell sagte, waren 45 Schüler da Mich auf allgemeinen Beschluss in Verruf zu tun schienen Wobei jeder in seiner eigenen Weise ausrief Acht geben er beißt Ebenso verhielt es sich mit den Plätzen vor dem Pulte und den Bänken Ebenso mit den Reihen verlassener Bettstellen Wenn ich aus meinem Lager heraus einen Blick auf sie warf Ich erinnere mich, dass ich eine Nacht nach der anderen träumte Ich sei wieder bei meiner Mutter, wie früher Oder auf Besuch bei Mr. Peggoty Oder reise als Außenpassagier mit der Postkutsche Oder speise wieder mit meinem unglücklichen Freunde, dem Kellner Und überall wunderten sich die Leute, wenn sie bemerkten, dass ich nichts anhatte als mein kleines Nachthemd Und das Plakat auf dem Rücken In der Einförmigkeit meines Lebens und in beständiger Furcht vor dem Schulbeginn Bereitete es mir unerträgliche Leiden Ich hatte jeden Tag lange Lektionen bei Mr. Mel Da aber Mr. und Miss Murdstone nicht anwesend waren, kam ich gut weg Vorher und nachher musste ich spazieren gehen, überwacht von dem Mann mit dem Holzbein Wie lebhaft ich mich an die Feuchtigkeit rings ums Haus erinnere An die grünen, zersprungenen Steine im Hof, das alte, lecke Wasserfass Und die verwaschenen Stämme der düstern Bäume, die mehr als andere Gewächse im Regen getröpfelt Und weniger in der Sonne geblüht zu haben schienen Um ein Uhr aßen wir zu Mittag, Mr. Mel und ich, an dem oberen Ende eines langen, kahlen Esszimmers Das voll war von hölzernen Tischen und stark nach Fettroch Dann arbeiteten wir wieder bis zum Tee, den Mr. Mel aus einer blauen Tasse und ich aus einem Zinthopf tranken Den ganzen Tag lang bis abends sieben oder acht war Mr. Mel angestrengt an seinem besonderen Pult im Schulzimmer Mit Feder, Tinte, Lineal, Büchern und Schreibpapier beschäftigt Er zog die Rechnungen aus für das vergangene halbe Jahr Wenn er seine Sachen für die Nacht aufgeräumt hatte, zog er seine Flöte hervor und blies Bis ich glaubte, er müsste allmählich sein ganzes Ich am oberen Ende hineingeblasen und sich durch die Klappen verflüchtigt haben Ich stellte mir mein eigenes kleines Ich vor Wie ich in dem schwach erhellten Zimmer Den Kopf in die Hand gestützt sitze Und der kläglichen Musik Mr. Mel's zuhöre Und die Aufgaben für den nächsten Tag lerne Ich sehe mich, wie ich die Bücher weggelegt habe Und immer noch den kläglichen Melodien Mr. Mel's lausche Und ich höre darin, was mir früher das mütterliche Haus war Höre den Wind wehen über die Dünen von Jarmuth Und fühle mich bedrückt und einsam Ich sehe, wie ich zu Bette gehe In dem ungastlichen Zimmer Und mich auf das Bett setze Und mich mit Tränen nach einem tröstenden Wort von Pegotti sehne Ich sehe mich, wie ich früh die Treppe herunterkomme Und durch ein Gangfenster auf dem Dache eines Häuschens draußen die große Schulglocke betrachte Mit einer Wetterfahne darüber Und wie ich mich vor der Zeit fürchte Wo sie J. Steerforth und die übrigen zur Arbeit rufen wird Was an Schrecklichkeit nur von dem Zeitpunkt übertroffen wird Wo der Mann mit dem Holzbein das rostige Tor aufschließen Und den furchtbaren Mr. Creagle einlassen wird Ich glaube nicht, dass ich in meiner Fantasie mir gefährlich vorkam Aber ich trug doch die Warnung auf dem Rücken Mr. Mell sprach niemals viel mit mir Aber er war niemals rau gegen mich Ich glaube, wir leisteten einander gute Gesellschaft Auch ohne miteinander zu sprechen Manchmal redete er mit sich selbst Lachte vor sich hin Ballte die Faust Knirschte mit den Zähnen Und raufte sich die Haare in gar nicht so schildernder Weise Er hatte nun einmal diese Eigentümlichkeiten Erst flößten sie mir Furcht ein Aber bald gewöhnte ich mich daran Ende des fünften Kapitels Sechstes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Sechstes Kapitel Ich erweitere den Kreis meiner Bekanntschaft So hatte ich ungefähr einen Monat gelebt Als der Mann mit dem hölzernen Bein Mit dem Besen und dem Wassereimer herumzuhumpeln begann Woraus ich schloß, dass man sich auf den Empfang Mr. Crickles Und der Schüler vorbereitete Ich hatte mich nicht geirrt Es dauerte nicht lange So kam der Besen in die Schulstube Und verdrängte Mr. Mell und mich Ein paar Tage lang mussten wir uns im ganzen Haus herumdrücken Und waren beständig zwei oder drei Mädchen Die ich vorher nie gesehen hatte Im Wege Und fortwährend so ein Staub gehüllt Dass ich immerfort niesen musste Als ob Sale im Haus eine einzige große Schnupftabaksdose gewesen wäre Eines Tages sagte mir Mr. Mell Dass Mr. Crickle abends ankommen werde Nach dem Tee hörte ich, dass er da war Vor dem Schlafengehen holte mich der Mann mit dem hölzernen Bein zu ihm Mr. Crickles Teil des Hauses sah viel angenehmer aus als der unsere Hatte einen kleinen Garten, der sich sehr hübsch ausnahm Verglichen mit dem staubigen Spielplatz Der so sehr eine Wüste in Miniatur war Dass ich bloß ein Kamel oder ein Dromedar darin hätte wohlfühlen können Ich getraute mich kaum, alles das anzublicken, als ich zittern hindurchging Ich war so verschüchtert, dass ich kaum Mrs. Crickle oder Miss Crickle bemerkte Oder überhaupt etwas anderes sah als Mr. Crickle Einen dicken Herrn mit einer mächtigen Uhrkette und Berlocks daran Der in einem Lehnstuhl saß und Glas und Flasche neben sich stehen hatte So, sagte Mr. Crickle, das ist also der junge Herr, den die Zähne abgefeilt werden müssen Dreh ihn um Der Mann mit dem hölzernen Bein drehte mich um und zeigte das Plakat Dann, als Mr. Crickle es gelesen, drehte er ihm wieder mein Gesicht zu und stellte mich neben ihn Mr. Crickles Gesicht glühte förmlich und seine kleinen Augen lagen tief im Kopf Er hatte dicke Adern auf der Stirn, eine kleine Nase, ein großes Kinn, eine Glatze Und ein spärliches, feucht aussehendes Haar, das anfing, grau zu werden Und so von den Schläfen nach oben gebürstet war, dass sich die Enden auf dem Scheitel begegneten Was mir am meisten auffiel, war, dass er mit flüsternder Stimme sprach Die Anstrengung, die ihn das kostete, oder das Bewusstsein, nicht lauter reden zu können Machten sein zorniges Gesicht noch zorniger und die dicken Ader noch dicker beim Sprechen So daß ich mich nicht wundere, wenn dieser Zug seines Äußern am lebendigsten in meiner Erinnerung fortlebt Was ist von dem Knaben zu melden? fragte er Es liegt noch nichts gegen ihn vor, erwiderte der Mann mit dem Stelzfuß Es hat sich noch keine Gelegenheit ergeben Mr. Crickle schien enttäuscht zu sein Mrs. und Miss Crickle hingegen, die ich jetzt zum ersten Mal ansah Und die beide hager und dünn waren durchaus nicht Komm her, sagte Mr. Crickle und winkte mir Komm her, sagte der Mann mit dem Stelzfuß und wiederholte die Gebärde Ich habe das Glück, deinen Stiefvater zu kennen, flüsterte Mr. Crickle und nahm mich beim Ohr Er ist ein würdiger Mann und ein Mann von starkem Charakter Er kennt mich und ich kenne ihn Kennst du mich auch? Und er zwickte mich mit grausamer Scherzhaftigkeit ins Ohr Noch nicht, Sir, sagte ich, vor Schmerzen zurückweichend Noch nicht, wiederholte Mr. Crickle Aber du wirst es bald Wirst bald, wiederholte der Mann mit dem Stelzfuß Ich fand später heraus, dass er mit seiner starken Stimme als Mr. Crickle Und knifft mich noch einmal zum Abschied, dass mir das Wasser in die Augen trat Ich bin ein Eisenschädel Ein Eisenschädel, sagte der Mann mit dem hölzernen Bein Wenn ich sage, ich will etwas tun, so tue ich es Und wenn ich sage, es soll etwas geschehen, so muss es geschehen Soll etwas geschehen, so muss es geschehen, wiederholte der Mann mit dem Stelzfuß Ich bin ein unbeugsamer Charakter, das bin ich Ich tue meine Pflicht, die tue ich immer Mein eigen Fleisch und Blut Er sah bei diesen Worten Mrs. Crickle an Ist nicht mehr mein Fleisch und Blut, wenn es sich mir widersetzt Ich verstoße es Ist der Kerl wieder da gewesen, fragte er dann den Mann mit dem hölzernen Bein Nein, war die Antwort Nein, sagte Mr. Crickle, er weiß warum Er kennt mich, er soll sich vor mir hüten Und ich sage, er soll sich vor mir hüten Und Mr. Crickle schlug mit der Faust auf den Tisch Und sah Mrs. Crickle an Denn er kennt mich Jetzt hast du angefangen, mich auch kennen zu lernen, junger Freund Du kannst gehen Führ ihn fort Ich war sehr froh, gehen zu dürfen, denn Mrs. und Miss Crickle wischten sich beide die Augen Und ich fühlte mich ihretwegen noch unbehaglicher als meinetwegen Aber ich hatte eine Bitte auf dem Herzen, die mich so drückte, dass sie heraus musste Obgleich ich mich selbst über meinen Mut wunderte Verzeihen Sie, Sir Mr. Crickle flüsterte Ha, was ist das? Und bohrte seine Augen in meine, als ob er mich verbrennen wollte Verzeihen Sie, Sir, stotterte ich Wenn Sie mir erlauben wollten, Sir Ich bereue doch so sehr, was ich getan habe Den Zettel mit der Schrift abzulegen, ehe die Knaben zurückkommen Ob Mr. Crickle ernst machte oder nur so tat, um mich zu erschrecken, weiß ich nicht Aber er sprang mit solcher Heftigkeit von seinem Stuhle auf Dass ich eilig retirierte, ohne die Begleitung des Mannes mit dem Stelzfuß abzuwarten Und erst wieder in meinem Schlafzimmer Halt machte Als sie mich nicht verfolgt sah, ging ich zu Bett Und lag zitternd und bebend ein paar Stunden da Am nächsten Morgen kehrte Mr. Sharp zurück Mr. Sharp war erster Lehrer und stand über Mr. Mel Mr. Mel aß mit den Schülern, er hingegen an Mr. Crickles Tisch Er war ein schmächtiger, zart aussehender Mann mit einer großen Nase Und einer Art, den Kopf auf der Seite zu tragen Als ob er ihm ein wenig zu schwer wäre Sein Haar war sehr weich und gelockt Der erste Schüler, der zurückkam, sagte Es wäre eine Perücke Eine abgelegte, wie er es nannte Und Mr. Sharp ginge jeden Samstagnachmittag aus Um sie sich brennen zu lassen Es war niemand anders als Tommy Traddles, der mir dies verriet Er war der erste Kneipe, der zurückkehrte Er stellte sich mir mit den Worten vor Sein Name stünde in der rechten Ecke des Tors auf dem obersten Querbalken Traddles fragte ich Worauf Tommy erwiderte Zerselbe Und dann forderte er von mir volle Auskunft über mich und meine Familie Ein Glück für mich, dass Traddles zuerst zurückgekommen war Ihm machte das Plakat so viel Spaß, dass er mich aus einer großen Verlegenheit rettete Indem er mich jedem einzelnen Jungen mit den Worten vorstellte Schau her, das ist ein Jux Ein weiteres Glück war, dass der größte Teil der Schüler sehr niedergeschlagen zurückkehrte Und sich auf meine Kosten nicht so viel Späße erlaubte, als ich gefürchtet hatte Einige tanzten allerdings um mich herum wie wilde Indianer Die meisten konnten der Versuchung nicht widerstehen zu tun, als ob ich ein Hund wäre Und mich zu streicheln und zu besänftigen, damit ich nicht bisse Und zu sagen, schön legen und mich Schnapsel zu nennen Das war natürlich unter so viel Fremden unangenehm und kostete mich manche Träne Aber im großen Ganzen lief es viel besser ab, als ich mir vorgestellt hatte In aller Form in die Schule aufgenommen, galt ich jedoch nicht eher, als bis Jay Steerforth ankam Vor diesen Knaben, der für ungemein gelehrt galt und sehr hübsch aussah Wenn man mindestens ein halbes Dutzend Jahre älter war als ich, führte man mich wie vor einen Richter Unter einem Schutzdach auf dem Spielplatz befragte er mich über die Einzelheit meiner Strafe Und geruhte, seine Meinung dahin auszusprechen, dass das eine Affenschande sei und ein Riesenjux Wofür ich ihm für alle Zeit dankbar blieb Wie viel Geld hast du mit Copperfield? fragte er, als er nachher mit mir beiseite ging und die Angelegenheit mit besagten Ausdrücken erledigt hatte Ich sagte ihm, ich hätte sieben Schillinge Es ist besser, du gibst sie mir zum Aufheben Übrigens kannst du das tun, wenn du willst Du brauchst es auch nicht zu tun, wenn du nicht willst Ich beeilte mich, seinem freundlichen Wink zu folgen Öffnete Pegottys Börse und schüttete sie in seine Hand aus Willst du jetzt davon etwas ausgeben? fragte er mich Nein, ich danke, entgegnete ich Du kannst, wenn du Lust hast, du brauchst es nur zu sagen Nein, ich danke, wiederholte ich Vielleicht möchtest du ein paar Schillinge an eine Flasche Johannisbeerwein wenden, meinte Steerforth Du gehörst doch zu meinem Schlafraum nicht? Es war mir vorher nichts dergleichen eingefallen, aber ich sagte, ja, das möchte ich Sehr gut, sagte Steerforth Und einen Schilling vielleicht in Mandelkuchen Ja, auch das Und einen Schilling für Biskuits und einen für Obst, nicht wahr, sagte Steerforth Copperfield, du machst dich Ich lächelte, weil er lachte Aber innerlich fühlte ich mich doch ein wenig beunruhigt Gut, sagte Steerforth, wir müssen sehen, dass es recht lang reicht, nur darauf kommt's an Ich will alles tun, was in meiner Macht steht Übrigens kann ich ausgehen, wann ich will Und werde den Plutter schon hereinschmuggeln Mit diesen Worten steckte er das Geld in die Tasche und sagte mir Gütig, ich solle mich nicht grämen Er werde schon alles in die Hand nehmen Und er hielt Wort Innerlich kam es mir wie ein Unrecht vor Dass ich meiner Mutter beide halbe Kronen so unnütz verschwendete Das Stück Papier aber, in dem das Geld eingewickelt gewesen, bewahrte ich auf Wie einen kostbaren Schatz Als wir zu Bette gingen, wickelte er aus, was er für die ganzen sieben Schillinge gekauft hatte Und legte es im Mondschein auf das Bett und sagte So, kleiner Copperfield, ein königliches Mahl hast du bekommen Solange er anwesend war, konnte ich bei meinem Alter nicht daran denken Die Honours des Festes zu machen Bei dem bloßen Gedanken daran zitterte mir die Hand Ich bat ihn, den Vorsitz zu übernehmen Und da die anderen Schüler im Schlafzimmer meinen Wunsch unterstützten Gab er nach und nahm auf meinem Kopfkissen Platz Er teilte die Lebensmittel aus Ich muss sagen, vollkommen unparteiisch Und ließ den Johannisbeerwein in einem kleinen Glase ohne Fuß, das ihm gehörte, herumgehen Ich saß zu seiner Linken Und die übrigen hatten sich auf den nächsten Betten und auf dem Fußboden um uns herum gruppiert Wir saßen da zusammen und sprachen flüsternd miteinander Oder besser gesagt, die anderen sprachen Und ich hörte ehrerbittig zu Das Mondlicht fiel ins Zimmer und malte ein bleiches Fenster auf den Fußboden Die meisten von uns saßen im Dunkeln Nur Steerforth tauchte zuweilen ein Zündhölzchen in die Phosphorbüchse Wenn er etwas auf dem Tische suchen wollte Was jedes Mal einen blauen Schein über uns ergoss, der gleich wieder erlosch Ein Gefühl des Geheimnisvollen, hervorgerufen durch die Dunkelheit Die Heimlichkeit des Gelages und den flüsternden Ton, in dem sich alle unterhielten Beschleicht mich wieder Und ich höre allen zu mit einem dunklen Gefühl der Ehefurcht und des Grauens Das mich froh sein lässt, dass sie alle so nahe sind Und wenn ich auch tue, als lache ich So klopft mir doch das Herz, wenn Trettl sein Gespenst in der Ecke zu sehen behauptet Ich höre allerlei Geschichten über die Schule und was mit ihr zusammenhängt Höre, dass Mr. Crickle nicht ohne Grund ein Eis in Schädel zu sein behauptet Dass er der strengste aller Lehrer sei Und jeden Tag schonungslos und unbarmherzig über die Knaben herfalle Und um sich schlüge Dass er weiter nichts könne als die Kunst des Prügelns Und wie Stierforce sagte Unwissender sei als der letzte in der Schule Und vor vielen, vielen Jahren ein kleiner Hopfenhändler In einem Marktflecken gewesen sei Und das Schullehrergeschäft erst angefangen habe Als er den Hopfen bankrott gemacht Und Mrs. Crickles Vermögen verbraucht habe Ich erfuhr noch vielerlei der Art und staunte, dass sie so viel wussten Ich hörte, dass der Mann mit dem Stelzfuß, der Tongay hieß Ein hartherziger Barbar Früher auch im Hopfengeschäft gewesen Und mit Mr. Crickle zum Schulfach übergegangen sei Weil er das Bein in Mr. Crickles Dienst gebrochen Und mancherlei schmutzige Geschäfte für ihn verrichtet hatte Und um alle seine Geheimnisse wüsste Hörte, dass Tongay mit Ausnahme Mr. Crickles Die ganze Anstalt, Schullehrer und Knaben Als seine natürlichen Feinde betrachtete Und dass es die einzige Freude seines Lebens sei Mürrisch und boshaft zu sein Ich hörte, dass Mrs. Crickle einen Sohn habe Den Tongay nicht hatte ausstehen können Und der einmal als Unterlehrer in der Schule seinem Vater Vorstellungen über die zu grausame Züchtigung eines Knaben gemacht Und gegen die Art, wie Crickles eine Gattin behandelte, protestiert hätte Ich hörte, dass Mr. Crickle ihn deswegen verstoßen hätte Und dass Mrs. und Miss Crickle darüber sehr bekümmert seien Das Wunderbarste aber war, dass ein Knabe in der Schule sei An den Mr. Crickles niemals wagte, die Hand anzulegen Nämlich Jay Steerforth Steerforth selbst bestätigte das und sagte Er möchte es gerne mal sehen, wenn Crickle so was probieren wollte Als ein kleiner, schüchterner Junge fragte Was er in so einem Fall denn tun würde Brannte er ein Zündholz an Wie um einen hellen Schein über seine Antwort zu verbreiten Und sagte Er würde ihn zuerst einmal mit der schweren Tintenflasche Die immer auf dem Kamin stand Zu Boden schlagen Eine Zeit lang saßen wir dann atemlos im Dunkeln da Ich vernahm, dass Mr. Schaap und Mr. Merl Vermutlich beides sehr schlecht bezahlt würden Und dass, wenn warmes und kaltes Fleisch Auf Mr. Crickles Tafel stünde Man beim Mittagessen von Mr. Schaap stets erwartete Er werde kaltes vorziehen Was wiederum von Steerforth Der allein an der Tafel des Vorstehers aß Bestätigt wurde Ich vernahm, dass Mr. Schaap seine Perücke nicht genau passe Und dass er damit gar nicht so groß zu tun Aufzudrehen, wie einer es nannte, brauchte Da man ganz deutlich sehen könne Wie sein rotes Haar darunter hervorschaue Ich hörte ferner, dass ein Schüler, der Sohn eines Kohlenhändlers, da wäre Im Gegenrechnung für bezogene Kohlen Und dass man ihn deshalb Wechsel oder Tauschgeschäft Welche Bezeichnung aus dem Arithmetikbuch stammte Benannte Ich hörte, dass das Tischbier, eine an den Eltern verübte Räuberei Und der Pudding eine Unverschämtheit wäre Ich hörte, dass man in der Schule allgemein annehme Miss Creakle sei verliebt in Steerforth Und wenn ich im Dunkeln saß und an seine gewinnende Stimme, sein feines Gesicht, die ungezwungenen Manieren und sein lockiges Haar dachte, hielt ich es für sehr wahrscheinlich Ich erfuhr, dass Mr. Mel kein übler Mensch wäre, aber keinen Sixpence besäße, um sich etwas leisten zu können Und dass die alte Mrs. Mel seine Mutter so arm sei wie Hiob Ich musste an mein damaliges Frühstück denken Und an das, was wie mein Charlie geklungen hatte Aber ich schwieg darüber mäuschenstill Die Erzählung dieser und vieler anderer Sachen dauerte viel länger als das Festmahl Der größere Teil der Gäste ging schlafen, als das Essen und Trinken vorbei war Und wir, die wir halb entkleidet in flüsterndem Gespräch noch aufblieben, verfügten uns endlich auch ins Bett Gute Nacht, kleiner Copperfield Ich werde dich unter meinen Schutz nehmen Sie sind sehr freundlich, erwiderte ich dankbar Ich bin Ihnen außerordentlich verpflichtet Du hast wohl keine Schwester? Fragte dann Steerforth gähnend Nein, antwortete ich Das ist schade, meinte Steerforth Wenn du eine hättest, müsste es ein kleines, schüchternes, hübsches Mädchen mit hellen Augen sein, glaube ich Ich müsste sie kennenlernen Gute Nacht, kleiner Copperfield Gute Nacht, Sir Antwortete ich Ich musste sehr viel an ihn denken, als ich dann im Bette lag Und richtete mich manchmal auf, um ihn anzusehen, wie er im Mondschein da lag Das schöne Gesicht aufwärts gewendet und den Kopf auf dem Arm eruhend Meine Gedanken beschäftigten sich so viel mit ihm, weil er in meinen Augen eine Person von großer Macht bedeutete Keine ungewisse Zukunft, umschimmerte ihn trüb im Mondlicht Und keine dunkle Spur hinterließen seine Tritte in dem Garten, in dem zu wandeln ich die ganze Nacht träumte Ende des sechsten Kapitels Siebtes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Siebtes Kapitel Mein erstes Semester ins Salemhaus Die Schule fing am nächsten Morgen allen Ernstes an Es machte einen tiefen Eindruck auf mich, wie der laute Lärm in der Klasse plötzlich zur toten Stille wurde Als Mr. Creakle nach dem Frühstück eintrat, in der Tür stehen blieb und sich umsah, wie der Riese im Märchenbuch, wenn er seine Gefangenen betrachtet Tom Gay stand dicht neben Mr. Creakle Ich dachte mir, er hat doch gar keine Ursache, so grimmig Ruhe zu rufen Alle Schüler saßen sowieso stumm und regungslos da Jetzt sah man Mr. Creakle sprechen Und Tom Gay wiederholte laut seine Worte Also, ihr Jungen, es ist ein neues Semester angegangen Nehmt euch in Acht in diesem neuen Semester Zeit bei der Hand bei euren Aufgaben, rat ich euch Denn ich werde rasch bei der Hand mit den Strafen sein Ich werde nicht nachgeben Es wird euch nichts nützen, wenn ihr euch reibt Ihr werdet die Striemen nicht wegtreiben, die ich euch versetzen werde Jetzt macht euch an die Arbeit, jeder Einzelne Als diese schreckliche Eingangsrede vorüber und Tom Gay wieder hinausgehumpelt war Kam Mr. Creakle an meine Bank und sagte mir Dass, wenn ich auch gut beißen könne, er darin noch viel berühmter sei Er zeigte mir dabei das spanische Rohr und fragte mich, was das wohl für ein Zahn wäre Ist es ein Scharferzahn? Ist es ein Doppelzahn? Hat er eine gute Schneide? Beißt er? Beißt er wirklich? Bei jeder dieser Fragen versetzte er mir einen Hieb, dass ich mich wand und bald in Salemhaus mündig gesprochen war Wie Steerforth es nannte, auch sehr bald in Tränen schwamm Nicht etwa, dass diese Behandlung eine besondere Auszeichnung bedeutet hätte Im Gegenteil Bei der großen Mehrzahl der Knaben, besonders bei den Kleinen Machte sich Mr. Creakle auf dieselbe Art bemerkbar, wenn er die Runde im Zimmer machte Die halbe Klasse weinte und krümmte sich vor Schmerzen, ehe das Tagewerk begann Wie viel Unglückliche noch dazu kamen, bevor die Stunde zu Ende ging Getraue ich mich gar nicht anzugeben, um nichts der Übertreibung beschuldigt zu werden Ich glaube, es kann nie einen Menschen gegeben haben, den sein Beruf mehr freute als Mr. Creakle Seine Wonne, die Jungen schlagen zu können, kam der Befriedigung nagenden Hungers gleich Ich bin fest überzeugt, dass er sich pauspäckigen Jungen gegenüber nicht halten konnte Dass darin für ihn etwas von starker Anziehungskraft lag und ihm keine Ruhe ließ Bis er nicht den Betreffenden für den Tag gezeichnet hatte Ich war selbst pauspäckig und musste es wissen Wenn ich jetzt an diesen Menschen denke, walt mein Blut und alles empört mich umso mehr Weil ich jetzt weiß, dass er noch dazu ein unfähiger Schuft war Und kein größeres Recht auf den Vertrauensposten, den er bekleidete, hatte Als auf dem Posten eines ersten Admirals oder eines Feldmarschalls Nur hätte er dort wahrscheinlich weniger Unheil angerichtet Wie demütig wir elenden kleinen Hasenfüße gegen ihn, diesen erbarmungslosen Götzen, waren In welchem Licht erscheint mir jetzt dieser Stapel laufendes Leben Angesichts solcher Demut und Untertänigkeit vor einem Mann von solchem Unwert Hier sitze ich wieder auf der Bank und beobachte sein Auge Voll Unterwürfigkeit beobachte ich ihn, wie er ein Rechenbuch für ein anderes Opfer liniert Das mit dem Lineal eben eins auf die Hand bekommen hat Und die Schwiele mit dem Taschentuch reibt Ich hätte voll auf zu tun Ich beobachte sein Auge jedoch nicht, weil ich müßig bin Sondern weil es mich unnatürlich anzieht Mich mit dem schrecklichen Wunsch erfüllt, zu erraten, was er in der nächsten Minute tun wird Ob er wohl über mich herfallen wird oder über einen anderen Eine Reihe kleiner Jungen hinter mir beobachtet ihn mit demselben Interesse Ich glaube, er weiß es und verstellt sich nur Er schneidet furchtbare Grimassen, während er das Rechenbuch liniert Und jetzt wirft er einen Seitenblick auf uns Und wir alle lassen den Blick auf die Bücher sinken und fangen an zu zittern Einen Augenblick später starren wir ihn schon wieder an Ein Unglücklicher, der seine Aufgabe schlecht gemacht hat, wird herausgerufen Er stammelt Entschuldigungen und verspricht, es morgen besser zu machen Mr. Kriekel reißt einen Witz, ehe er ihn prügelt Und wir lachen darüber Wir elenden kleinen Hunde lachen darüber Mit aschfahlen Gesichtern und Herzen, die uns in die Hosen gefallen sind Hier sitze ich wieder in der Bank an einem schläfrigen Sommernachmittag Ein Surren und Summen rings um mich her Als seien die Jungen lauter große Fliegen Ein dumpfer Druck lastet nach dem lauen, fetten Mittagessen auf mir Und mein Kopf ist so schwer wie Blei Ich würde eine Welt darum geben, wenn ich schlafen dürfte Mein Auge ist auf Mr. Kriekel gerichtet Und ich blinzle ihn an wie eine junge Eule Der Schlaf überwältigt mich eine Minute Er verschwimmt vor meinen Augen Wie er die Rechenhefte liniert Leise schleicht er sich hinter mich Und ich erwache mit einem roten Striemen auf dem Rücken Wieder zu klarer Wahrnehmung Dann bin ich auf dem Spielplatz Wo mein Auge immer noch von ihm gebannt ist Obgleich ich ihn nicht sehen kann Das Fenster, nicht weit von dem Orte, wo er zu Mittag ist Vertritt ihn Und ich beobachte es immer an seiner Stadt Wenn sein Gesicht dahinter erscheint Nimmt das meine einen fliehendlichen und unterwürfigen Ausdruck an Wenn er durch die Scheiben herunter sieht Bricht auch der Verwegenste Nur Steerforth ausgenommen Mitten in einem Ruf oder Schrei ab Und wird nachdenklich Einmal wirft Traddles, der größte Pechvogel von der Welt Zufällig das Fenster mit einem Ball ein Noch jetzt überläuft es mich eiskalt, wie ich es geschehen sehe Und begreife, dass der Ball Mr. Creakles geheiligtes Haupt getroffen hat Armer Traddles In seinem engen, himmelblauen Anzug Der seine Arme und Beine wie Würste oder Teigrollen erscheinen ließ War er der lustigste und zugleich unglücklichste unter den Schülern Er wurde immer mit dem spanischen Rohr gehauen Ich glaube, jeden Tag im ganzen Semester Mit Ausnahme eines Montags, wo er nur mit dem Lineal eins überweite Hände bekam Und immer stand er im Begriff, deshalb an seinen Onkel zu schreiben Und immer unterließ er es wieder Wenn er den Kopf eine Weile auf das Pult gelegt hatte, wurde er wieder lustig Fing an zu lachen Und zeichnete auf seine Schiefertafel Gerippe Ehe noch seine Augen ganz trocken waren Ich konnte mir lange Zeit nicht erklären, welchen Trost Traddles im Zeichen dieser Gerippe finden mochte Und sah in ihm eine Art Einsiedler Der sich durch solche Symbole der Sterblichkeit vor Augen halten will Dass auch Prügel nicht ewig dauern können Aber jetzt, glaube ich, er zeichnete sie nur, weil sie so leicht waren Und er ihnen keine Gesichter zu machen brauchte Traddles war sehr ehrenhaft Und betrachtete es als eine heilige Pflicht der Schüler, einander beizustehen Er hatte oft darunter zu leiden Und besonders einmal, als Styrford während des Gottesdienstes gelacht hatte Und der Kirchendiener glaubte, es wäre Trattels gewesen Und diesen hinausführte Ich sehe ihn jetzt noch vor mir, wie er von dem Diener gepackt hinausging Verabscheut von der ganzen Gemeinde Er verriet nie den eigentlichen Täter Obgleich er den ganzen nächsten Tag dafür büßen musste Und so lang eingesperrt war, dass er einen ganzen Kirchhof voll Gerippen In seinem lateinischen Wörterbuch mit herausbrachte Dann bekam er aber auch seinen Lohn Styrford nämlich sagte In Traddles sei auch keine Spur von einem Mucker Und wir alle fühlten, dass das das höchste Lob bedeutete, das es geben konnte Ich für meinen Teil hätte viel erdulden mögen, um solchen Lohn zu verdienen Obgleich ich lange nicht so tapfer war wie Traddles und nicht annähernd so alt Styrford arm in arm mit Miss Creakle in die Kirche gehen zu sehen War für mich ein überwältigender Anblick Ich konnte Miss Creakle der kleinen Emily hinsichtlich Schönheit nicht an die Seite stellen Ich liebte sie nicht, ich wagte es nicht Aber sie erschien mir als eine junge Dame von ungewöhnlichen Reizen Und von unübertrefflicher Eleganz Wenn Styrford ihren weißen Hosen den Sonnenschirm trug, war ich stolz, ihn zu kennen Und glaubte, dass sie nicht anders konnte, als ihn von ganzem Herzen anzubeten Mr. Schaap und Mr. Merl waren wohl in meinen Augen alle beide sehr beachtenswerte Persönlichkeiten Aber gegen Styrford verbleichten sie wie Sterne gegenüber der Sonne Styrford blieb mein Beschützer Und er wies sich mir als ein sehr nützlicher Freund Da niemand einen Knaben, der in seiner Gunststand etwas zu tun wagte Er konnte mich gegen Mr. Creakle nicht schützen Oder wenigstens tat er es nicht Aber wenn mich Mr. Creakle noch härter als gewöhnlich gestraft hatte Sagte er mir stets, es fehlte mir ein wenig von seinem Mute Und dass er an meiner Stelle es sich nicht hätte gefallen lassen Damit wollte er mich trösten Und ich fand das sehr freundlich von ihm Einen einzigen Vorteil nur hatte Mr. Creakles Strenge Das Plakat auf meinem Rücken war ihm im Wege Wenn er mir im Vorbeigehen eins versetzen wollte Aus diesem Grunde wurde es entfernt und ich sah es nie wieder Ein Zufall befestigte das vertrauliche Verhältnis zwischen Styrford und mir In einer Weise, die mich mit Befriedigung und Stolz erfüllte Wenn es auch mancherlei Beschwerlichkeit mit sich brachte Als er mir nämlich einmal die Ehre erwies Auf dem Spielplatz mit mir zu sprechen Geschah es, dass ich die Bemerkung wagte Irgendjemand oder etwas passe auf Peregrine Pickle Er sagte nichts Aber als wir zu Bett gingen, fragte er mich, ob ich das Buch besäße Ich sagte nein und erzählte ihm, wieso ich es gelesen Und erwähnte auch die anderen Bücher Und erinnerst du dich noch auf alles? Fragte Styrford Oh ja, gab ich zur Antwort Ich hätte ein gutes Gedächtnis Und glaubte noch, alles fast auswendig zu wissen Ich will dir etwas sagen, kleiner Copperfield Meinte Styrford daraufhin Du kannst sie mir erzählen Ich mag abends sowieso nicht so bald zu Bett gehen Und wache gewöhnlich zu früh auf Wir wollen sie alle nacheinander durchgehen Wir werden regelmäßige arabische Nächte einführen Ich fühlte mich außerordentlich geschmeichelt Und wir fingen noch am selben Abend an Welche Sünden ich im Verlauf meiner Erzählungen An meinen Lieblingsdichtern beging Weiß ich nicht mehr Aber ich hatte einen unerschütterlichen Glauben an sie Und eine einfache Art zu erzählen Und damit kamen wir recht weit Die Kehrseite der Medaille war nur Dass ich mich abends oft schläfrig oder verstimmt Und nicht aufgelegt fühlte Die Geschichte fortzusetzen Und dann kostete es ein schweres Stück Arbeit Aber es musste geschehen Styrfordes Erwartung zu täuschen Oder ihm die Freude zu verderben Ging natürlich nicht an Auch früh Wenn ich gern noch eine Stunde geschlummert hätte War es recht fad Wie die sultanin'sche Herazade aufweckt Und zum Erzählen einer langen Geschichte gezwungen zu werden Ehe die große Schulglocke läutete Aber Styrford bestand darauf Und da er mir dafür bei meinen Rechenaufgaben und Aufsetzen half Wenn sie zu schwer waren Verlor ich nichts bei dem Geschäft Ich muss gerecht sein Es bewegte mich kein selbstsüchtiges Motiv Und auch nicht Furcht vor ihm Ich bewunderte und liebte ihn Sein Beifall war mir genug Styrford konnte auch fürsorglich für mich sein Und bewies das bei einer Gelegenheit Auf so halsstarrige Art Dass er dem armen Trädels Und den übrigen damit Tantalusqualen bereitete Piggottys versprochener kostbarer Brief kam an Ehe noch einige Wochen des Semesters verstrichen waren Und mit ihm ein Kuchen In einem wahren Nest von Orangen Und zwei Flaschen Obstwein dabei Diese Schätze legte ich pflicht gemäß dir vorst zu Füßen und bat ihn sie zu verteilen Ich will dir was sagen Kleiner Copperfield Meinte er Der Wein wird aufgehoben Um dir die Zunge anzufeuchten Wenn du Geschichten erzählst Ich wurde rot und bat ihn bescheiden Doch nicht daran zu denken Aber er meinte Ich würde manchmal etwas heiser Und jeder Tropfen müsse für mich bleiben Also schloss er den Wein in seinen Koffer Und labte mich mit ihm Vermittels einer im Kork angebrachten Federspule Wenn ich seiner Meinung nach einer Erfrischung bedurfte Zuweilen war er so gütig Und presste Pomeranzensaft hinein Um den Saft zu verbessern Rührte Ingwer hinein Oder löste ein Pfefferminzzeltchen darin auf Obwohl ich nicht behaupten kann Dass das Getränk dadurch wesentlich besser wurde Oder abends vor dem Anschlafen Und früh nüchtern Genossen Besonders magenstärkend gewesen wäre Trank ich es doch dankbar Und war gerührt von Steerfors Aufmerksamkeit Wir hatten wohl wochenlang mit Peregrine Pickle Und mehrere Monate mit den anderen Geschichten zugebracht Mangel an Stoff trat nie ein Und der Wein hielt fast so lange an wie der Stoff Der arme Treadles Ich kann nie an diesen Jungen denken Ohne Tränen in den Augen Und zugleich eine komische Neigung zu lachen Treadles wirkte gewöhnlich verstärkend Wie ein Chor und tat bei den lustigen Stellen Als ob er sie vor Heiterkeit nicht lassen könnte Und bei den Beunruhigenden Als ob er ganz vor Angst verginge Das brachte mich manchmal ganz aus der Fassung Es machte ihm einen Hauptspaß Mit den Zähnen zu klappern Sobald in den Abenteuern des Schilblas von Alguazil Die Rede war Und ich erinnere mich Dass der Arme Als Schilblas dem Räuberhauptmann in Madrid begegnete Die Rolle des tödlich Entsetzten so lebhaft spielte Dass ihn Mr. Crickle Der auf den Gängen herumlauerte Hörte und wegen Störung im Schlafzimmer Am anderen Morgen ordentlich durchwichste Was an Neigung zum Romantischen und Träumerischen in mir lag Wurde durch dieses Erzählen im Dunkeln sehr gestärkt Und in dieser Hinsicht mag es nicht besonders von Vorteil für mich gewesen sein Aber das Gefühl Dass ich im Schlafsaal wie eine Art Spielzeug behandelt wurde Und das Bewusstsein auch bei den anderen Knaben meiner Fähigkeiten Wegen ein gewisses Ansehen zu genießen Trotzdem ich der Jüngste war Mutterte mich sehr auf In einer Schule, die von bloßer Grausamkeit beherrscht wird Wird nie viel gelernt Ob er jetzt ein Dummkopf vorsteht oder nicht Ich glaube, unsere Schüler waren so unwissend wie nur möglich Sie wurden viel zu sehr gepeinigt und herumgestoßen, um etwas lernen zu können Es hatte für sie keinen Zweck, sich zu bemühen In einem Leben voll beständiger Qual und Mühsal Aber mein bisschen Eitelkeit und Steerforths Hilfe Trieben mich an und machten mich, wenn es mir auch keine Strafen ersparte Zu einer Ausnahme unter den übrigen, indem ich wenigstens einige Brauchsamenkenntnisse auflas Mr. Mel, an den ich mit Dankbarkeit zurückdenke, legte stets eine gewisse Teilnahme für mich an den Tag und half mir darin sehr Es schmerzte mich immer Immer fürchtete ich, Steerforth würde es verraten und ihn damit verhöhnen Als ich an jenem Morgen mein Frühstück in dem Asyl gegessen und im Schatten der Pfauenfedern und bei dem Ton der Flöte eingeschlafen war Hätte wohl keiner der damals Anwesenden geahnt, welche Folgen der Besuch einer so unbedeutenden Person wie ich noch einmal haben würde Leider hatte er ganz unvorhergesehene Folgen und zwar in ihrer Art recht ernste Eines Tages nämlich, als Mr. Krekel wegen Unpestlichkeit das Zimmer hütete Was natürlich die lebhafteste Freude über die ganze Schule verbreitete Herrschte in der Morgenstunde viel Lärm Alle benahmen sich so übermütig, dass kaum mit ihnen auszukommen war Selbst dass der gefürchtete Tongay mit seinem Holzbein zwei- oder dreimal hereingestellt kam Und die Namen der ersten Übeltäter aufschrieb, machte es keinen Eindruck Alle wussten, sie würden morgen sowieso gestraft Mochten sie tun oder lassen, was sie wollten Und hielten es deshalb für das Gescheiteste, sich wenigstens der Gegenwart möglichst zu freuen Es war eigentlich ein halber Feiertag, nämlich Samstag Aber da der Lärm auf dem Spielplatz Mr. Krekel möglicherweise hätte stören können Und das Wetter zum Ausgehen nicht günstig schien, mussten wir nachmittags bei einigen leichteren Aufgaben in der Klasse bleiben Es war der Tag in der Woche, an dem Mr. Schab sich die Perücke kräuseln ließ Und daher fiel auf Mr. Merl, das Amt Schule zu halten Wenn ich die Vorstellung von einem Stier oder einem Bären mit einer so sanften Person wie Mr. Merl überhaupt in Verbindung bringen könnte So an diesem Nachmittag, als das Lärm an seine höchste Spitze erreichte Und nur unter dem Bilde eines dieser Tiere, wenn es von tausend Hunden angefallen wird Ich sehe ihn noch vor mir, wie er den Kopf auf seine knochige Hand stützt Und über das Buch auf seinem Pult geneigt, sich vergeblich bemüht, mitten unter einem Lärm Der den Sprecher des Unterhauses schwindelig gemacht haben würde, seine anstrengende Arbeit fortzusetzen Die Jungen haschten sich zwischen den Bänken, sie lachten, tanzen, heulten, scharrten mit den Füßen Andere sprangen um Mr. Merl herum, grunzten, schnitten Gesichter, äfften ihn nach, hinter dem Rücken und vor seinen Augen Verspotteten seine Armut, seine Stiefel, seinen Rock, seine Mutter, kurz alles, was ihm gehörte und was sie hätten achten sollen Ruhe, schrie Mr. Merl, plötzlich aufspringend und mit dem Buch auf das Pult schlagend Was soll das heißen? Es ist nicht auszuhalten Es ist zum Verrücktwerden Wie könnt ihr mir das antun, Jungen? Er schlug mit meinem Buch auf das Pult und wie ich so neben ihm stehend seinem Auge, das im Zimmer umherschweifte, folgte Sah ich, wie sie alle schwiegen, einige aus plötzlicher Überraschung, manche halb aus Angst, manche vielleicht aus Reue Steerforths Platz war am unteren Ende der Schulstube Er hatte sich mit dem Rücken an die Wand gelehnt, die Hände an den Taschen und sah Mr. Merl an, die Lippen zum Pfeifen gespitzt Ruhe, Mr. Steerforth, sagte Mr. Merl Selbstruhe, sagte Steerforth und wurde rot Mit wem sprechen Sie eigentlich? Setzen Sie sich, sagte Mr. Merl Setzen Sie sich selber, sagte Steerforth und kümmern Sie sich um Ihre Sachen Man hörte ein Kichern und einige Beifallsrufe, aber Mr. Merl war so bleich, dass es fast augenblicklich wieder still wurde Und ein Junge, der hinter ihn gesprungen war, um wieder Mr. Merls Mutternacht zu äffen, besann sich anders und gab vor, er möchte eine Feder geschnitten haben Wenn Sie vielleicht glauben, Steerforth, sagte Mr. Merl, es wäre mir nicht bekannt, welche Macht hier über jedes Gemüt ausüben können Er legte seine Hand, vielleicht ohne es zu wissen, was er tat, auf meinem Kopf Oder ich hätte nicht bemerkt, wie Sie vor wenigen Minuten Ihre jüngeren Mitschüler in jeder Weise aufreizten, mich zu beschimpfen So irren Sie sich Ich gebe mir überhaupt nicht Mühe, an Sie zu denken, sagte Steerforth kaltblütig Also irre ich mich zufällig gar nicht Und wenn Sie Ihre Stellung als Günstling hier missbrauchen, Sir fuhr Mr. Merl mit bebenden Lippen fort, um einen anständigen Menschen zu beleidigen Einen was? Wo ist er? fragte Steerforth Hier rief jemand Pfeu, Steerforth, das ist gemein Es war Traddles Den Mr. Merl augenblicklich zurecht wies, indem er ihm befahl, den Mund zu halten Jemanden zu beleidigen, der nicht glücklich im Leben ist Und ihnen nie das Geringste getan hat Und zugleich die vielen Gründe können, die sie veranlassen sollten, es nicht zu tun Gründe, die zu kennen, sie alt und klug genug sind, sagte Mr. Merl Und seine Lippen zitterten immer mehr So begehen Sie damit eine niedrige und gemeine Handlung Sie können sich jetzt setzen oder stehen bleiben, wie Sie wollen Weiter, Copperfield Kleiner Copperfield, sagte Steerforth und kam ans Pult Warte einen Augenblick Ich will Ihnen was sagen, Mr. Merl, ein für allemal Wenn Sie sich die Freiheit nehmen, mich niedrig oder gemein zu nennen oder einen ähnlichen Ausdruck zu gebrauchen, so sind Sie ein unverschämter Bettler Sie sind überhaupt ein Bettler, das wissen Sie ja Aber wenn Sie das tun, so sind Sie ein unverschämter Bettler Es war mir nicht klar Ob er nach Mr. Merl oder Mr. Merl nach ihm schlagen wollte Oder ob auf einer der beiden Seiten überhaupt eine solche Absicht vorhanden war Ich sah die ganze Klasse wie versteinert dasitzen Und Mr. Creakle plötzlich in unserer Mitte erscheinen Und John Gay neben ihm unter der Tür Misses und Miss Creakle mit scheuen und erschrockenen Gesichtern Mr. Merl, die Ellbogen auf das Pult und das Gesicht in die Hände gelegt, saß einige Augenblicke regungslos da Mr. Merl, sagte Mr. Creakle, den Schullehrer am Arm fassend und schüttelnd Und sein Flüstern war diesmal so laut, dass Tom Gay die Worte nicht zu wiederholen brauchte Sie haben sich doch nicht etwa vergessen? Nein, Sir, nein, erwiderte der Lehrer, wieder sein Gesicht zeigend und sich die Hände reibend Er schüttelte in großer Aufregung den Kopf Nein, Sir, nein, ich habe mich nicht vergessen, ich, nein, Mr. Creakle, ich habe mich nicht vergessen, ich, ich, ich wünschte, Sie hätten etwas früher an mich gedacht, Mr. Creakle Es, es wäre gütiger gewesen und gerechter, Sir, es hätte mir etwas erspart, Sir Mr. Creakle sah streng auf Mr. Merl, legte seine Hand auf Tongays Schulter, stieg auf eine Bank und setzte sich auf das Pult Nachdem er von diesem Drohne noch eine Weile Mr. Merl, der noch immer in größter Aufregung den Kopf schüttelte und sich die Hände rieb, streng angesehen hatte Wannte er sich zu Steerforth und sagte Nun, Sir, da er sich nicht herablässt, es mir so sagen Was ist also? Steerforth wich der Frage eine Weile aus Er sah seinen Gegner mit zornigem und wildem Gesicht an und blieb stumm Selbst damals konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, wie nobel sein Aussichen war und wie gewöhnlich und dürftig sich Mr. Merl gegen ihn ausnahm Was hat er eigentlich gemeint, als er von Günstlingen sprach? sagte Steerforth endlich Günstlinge, wiederholte Mr. Creakle, und die Adern auf seiner Stimme schwollen plötzlich an Wer hat von Günstlingen gesprochen? Er, sagte Steerforth Bitte, was haben Sie damit gemeint, Sir? fragte Mr. Creakle und wandte sich voll Zorn an seinen Unterlehrer Ich meinte, was ich sagte, Mr. Creakle Erwiderte der Gefragte ruhig Dass kein Schüler das Recht hat, seine Günstlingsstellung zu benutzen, um mich zu erniedrigen Sie zu erniedrigen Ausgezeichnet Aber Sie werden mir gestatten zu fragen, Mr. Dingsda Und Mr. Creakle verschränkte seine Arme mit dem Rohstock auf der Brust und zog seine Brauen so zusammen, dass seine Augen fast verschwanden Ob Sie, als Sie von Günstlingen sprachen, mir damit die gehörige Achtung bezeigt haben? Mir, Sir? fragte Mr. Creakle und schnellte plötzlich mit dem Kopfgegel Mr. Mell vor und zog ihn wieder zurück Mir, dem Prinzipal dieser Anstalt und ihrem Brotherm Ich gebe gern zu, dass es unüberlegt war, sagte Mr. Mell Ich würde es nicht getan haben, wenn ich bei kaltem Blute gewesen wäre Hier fiel Steerforth ein Und dann sagte er, ich wäre niedrig und gemein Und dann habe ich ihn einen Bettler genannt Wenn ich bei kaltem Blute gewesen wäre, hätte ich vielleicht keinen Bettler genannt Aber ich tat es und nehme die Folgen auf mich Ohne wahrscheinlich zu überlegen, ob ihn überhaupt Folgen treffen könnten, erglühte ich förmlich bei dieser mutigen Rede Sie machte auch auf die Jungen Eindruck und es entstand eine leise Unruhe unter ihnen, wenn auch keiner ein Wort sprach Ich bin erstaunt, Steerforth, obgleich Ihre Aufrichtigkeit Ihnen Ehre macht, sagte Mr. Creakle Ja, gewiss, Ihnen Ehre macht Ich bin erstaunt, Steerforth, ich muss schon sagen Dass Sie solch eine Bezeichnung für eine Person brauchten, die in Salemhaus angestellt ist und bezahlt wird, Sir Steerforth lachte kurz auf Das ist keine Antwort, Sir, sagte Mr. Creakle Auf meine Bemerkung Ich erwarte mehr von Ihnen, Steerforth Wenn Mr. Merle in meinen Augen gegenüber dem hübschen Knaben schon abstach Wäre es ganz unmöglich gewesen zu sagen, was Mr. Creakle für einen Eindruck machte Er soll es ableugnen, sagte Steerforth Ableugnen, dass er ein Bettler ist, Steerforth, aber wo bettelt er denn? Wenn er nicht selbst ein Bettler ist, so ist es seine nächste Verwandte, sagte Steerforth Das kommt doch auf dasselbe heraus Er sah mich an und Mr. Merles Hand klopfte mir sanft auf die Schulter Ich blickte auf, schamröte im Gesicht und Reue im Herzen Aber Mr. Merles Augen ruhten auf Steerforth Er fuhr fort, mich freundlich auf die Schulter zu klopfen Aber er blickte Steerforth an Da Sie eine Rechtfertigung von mir verlangen, Mr. Creakle, sagte Steerforth Und ich sagen soll, was ich meine, so sage ich Dass seine Mutter von Almosen in einem Armenhaus lebt Immer noch sah ihn Mr. Merle an und klopfte mir immer noch freundlich auf die Schulter Leise sagte er dann vor sich hin Ja, das habe ich mir gedacht Mr. Creakle wandte sich an den Unterlehrer mit strengem Stirnrunzeln und erkünstelter Höflichkeit Nun, Sie hören, was dieser Herr sagt, Mr. Merle Haben Sie die Güte, seine Aussage vor der ganzen Schule gefälligst zu berichtigen? Er hat vollständig recht, Sir, antwortete Mr. Merle inmitten der tiefsten Stille Was er gesagt hat, ist wahr Wollen Sie dann so gut sein und öffentlich erklären, sagte Mr. Creakle Legte den Kopf auf die Seite und rollte mit den Augen Ob ich bis diesen Augenblick etwas davon in Erfahrung gebracht habe Ich glaube nicht direkt, erwiderte Mr. Merle Sie wissen, dass es nicht der Fall war, sagte Mr. Creakle Oder wissen Sie es nicht, Mensch? Ich nehme an, dass Sie wohl niemals meine Verhältnisse für sehr gut gehalten haben, antwortete der Unterlehrer Sie wissen doch, wie meine Lage hier ist und immer war Ich nehme an, sagte Mr. Creakle und seine Adern wurden noch dicker Dass Sie wohl überhaupt in einer falschen Stellung hier gewesen sind Und diese Anstalt vermutlich für eine Armenschule gehalten haben Mr. Merle, wir werden uns trennen und je eher, desto besser Es ist keine Zeit besser als die Gegenwärtige Erwiderte Mr. Merle und stand auf Für Sie, ja, sagte Mr. Creakle Ich nehme Abschied von Ihnen, Mr. Creakle und von Euch allen, sagte Mr. Merle Saß ich im Zimmer um und klopfte mir wieder sanft auf die Schulter James Deerforth, der beste Wunsch, den ich Ihnen hinterlassen kann Ist, dass Sie sich eines Tages schämen mögen über das, was Sie heute getan haben Heute möchte ich Ihnen lieber alles andere sehen als einen Freund oder sonst jemand, für den ich ein Interesse fühle Noch einmal legte er die Hand auf meine Schulter Dann nahm er seine Flöte und ein paar Bücher aus dem Pult Ließ den Schlüssel stecken für seinen Nachfolger Und verließ die Klasse Seinen ganzen Besitz unter dem Arm Mr. Creakle hielt dann noch unter Tongays Assistenz Seine Rede, in der er Steerforth dankte, dass er, wenn auch vielleicht ein wenig zu warm, das Ansehen von Salem House und seine Unabhängigkeit verteidigt hatte Er wandte sich durch bis zu dem Punkte, wo er Steerforth die Hand schüttelte Während wir dreimal hoch riefen, ich weiß nicht mehr für wen, aber ich glaube für Steerforth Wenigstens rief ich mit, obwohl ich sehr niedergeschlagen war Dann wichste Mr. Creakle den kleinen Tommy Trattles durch, weil er über Mr. Mells fortgehen geweint hatte, statt in das Hoch einzustimmen Und kehrte wieder zu seinem Sofa oder seinem Bett oder wo er sonst hergekommen zurück Wir waren uns jetzt selbst überlassen und sahen einander ratlos an Ich empfand so viel Gewissensbisse und Reue über das Geschehene, dass nur die Furcht, Steerforth, der mich oft ansah, möchte es für unfreundschaftlich oder besser gesagt für pflichtwidrig halten, wenn ich weinte, meine Tränen zurückhielt Er war sehr böse auf Trattles und sagte, es freue ihn, dass er es gekriegt habe Der arme Trattles, der schon wieder über das Stadium hinaus war Wo er den Kopf auf das Pult zu legen pflegte und seinem Verdruss wieder mit einem Haufen Gerippe Luft machte Sagte, es sei ihm ganz Wurst Aber Mr. Mell sei ein Unrecht geschehen Wer hat ihm denn Unrecht getan, du Mädchen? fragte Steerforth Wer denn sonst als du? Was habe ich denn getan? fragte Steerforth Was du getan hast, gab Trattles zur Antwort Du hast seine Gefühle verletzt und ihn um seine Stelle gebracht Seine Gefühle, wiederholt es Steerforth verächtlich Seine Gefühle werden sich schon wieder erholen Darauf will ich wetten Seine Gefühle sind nicht wie deine, Fräulein Trattles Und was seine Stelle betrifft Die so glänzend war, was? So werde ich doch natürlich nach Hause schreiben Und dafür sorgen, dass er Geld bekommt Uns kam dieser Vorsatz Steerforth, dessen Mutter eine reiche Witwe ihm in allem nachgab, sehr hochherzig vor Wir freuten uns alle, dass Trattles beschämt war und hoben Steerforth in den Himmel Besonders, als er uns gnädigst erklärte Dass er alles nur unsretwegen getan und uns durch sein selbstloses Benehmen einen Riesendienst erwiesen hätte Aber ich muss gestehen Als ich abends im Dunkeln eine Geschichte erzählte Schien mir Mr. Mertflöte mehr als einmal traurig in den Ohren zu klingen Und als endlich Steerforth schlief und ich in meinem Bette lag Machte mich der Gedanke, die Flöte werde jetzt woanders gespielt, ganz elend Ich vergaß Mr. Merle bald über der Bewunderung Steerforth Der in leichter, dilettanten Art und ohne Buch Den erschien alles auswendig zu wissen Einige der Lehrstunden übernahm, bis der neue Lehrer erschien Dieser kam aus einer Lateinschule und speiste, bevor er sein Amt antrat, bei dem Direktor, um Steerforth vorgestellt zu werden Steerforth fand großen Gefallen an ihm und nannte ihn eine Leuchte Wenn ich auch nicht begriff, was für ein gelehrten Titel das wäre Brachte ich ihm doch große Ehrfurcht entgegen und zweifelte nicht im Geringsten an seinen großartigen Kenntnissen Obwohl er sich nie solche Mühe mit mir gab wie Mr. Merle Aber ich war er auch gar nicht zu rechnen Noch ein ungewöhnliches Ereignis in diesem Semester machte einen tiefen Eindruck auf mich Der noch immer fortlebt, aus verschiedenen Gründen fortlebt Eines Nachmittags, als wir alle in einem Zustand ärgster Verwirrung und Angst waren, weil Mr. Creakle so fruchterlich um sich schlug, kam Tongay herein und rief laut Besuch für Copperfield Mr. Creakle wechselte mit ihm ein paar Worte über den Rang des Besuchs und das Zimmer, in das man die Gäste weisen sollte, und sagte dann zu mir Ich war wie üblich aufgestanden und ganz verblüfft vor Erstaunen Ich sollte die Hintertreppe hinaufgehen und einen reinen Kragen anziehen, ehe ich ins Speisezimmer ginge Ich gehorchte in einer Aufregung, wie ich sie noch gar nicht gekannt hatte Und als ich an die Tür des Besuchszimmers kam und der Gedanke in mir aufblitzte Es könnte vielleicht meine Mutter sein Bis dahin hatte ich nur an Mr. und Miss Murdstone gedacht Ließ ich die Klinke wieder los und blieb stehen Und holte tief Atem, bevor ich eintrat Zuerst sah ich niemand Aber da ich ein Hindernis an der Tür fühlte, blickte ich dahinter Und erkannte zu meinem Erstaunen Mr. Pagotty und Ham Die mit ihren Hüten in der Hand vor mir knicksten und einander an die Wand drückten Ich musste lachen, aber mehr aus Freude, sie zu sehen, als über ihren Anblick Wir schüttelten uns herzlich die Hände Und ich lachte und lachte, bis ich mein Taschentuch herausziehen und mir die Augen wischen musste Mr. Pagotty, der während des ganzen Besuchs kein einziges Mal den Mund zumachte, legte große Teilnahme an den Tag Als er das sah und gab Ham einen Rippenstoß, damit der etwas sagen sollte »Alveto Lussig, Master Davy«, fragte Ham mit seinem gewohnten Grinsen »Wat sind sei Grotworren?« »Bin ich gewachsen?«, fragte ich und trocknete mir die Augen Ich weinte über nichts Besonderes, nur das Wiedersehen mit den alten Freunden entlockte mir Tränen »Grotworren, Master Davy?« »Ob hei Grotworren ist«, sagte Ham »Ob hei Grotworren ist«, wiederholte Mr. Pagotty Sie lachten einander an, bis ich mitlachen musste Und dann lachten wir alle drei, bis mir wieder die Tränen kamen »Wissen Sie, wie es Mama geht, Mr. Pagotty«, fragte ich »Und meiner lieben, lieben alten Pagotty?« »Ungemein«, sagte Mr. Pagotty »Und der kleinen Emily und Mrs. Gummidge?« »Ungemein«, sagte Mr. Pagotty Es trat eine große Pause ein Um sie zu beenden, holte Mr. Pagotty zwei ungeheure Hummern Eine riesige Krabbe und einen großen Segeleinwandbeutel voll Krevetten aus seinen Taschen Und häufte sie auf Hams Armen auf »Weil Sie das gerne haben, wissen Sie«, sagte er »Haben wir uns die Freiheit genommen« »Und die Alte hat sie gekocht, Mrs. Gummidge hat sie gekocht« »Jawohl«, fügte er langsam hinzu, wie mir schien, weil er von nichts anderem zu reden wusste »Wahrhaftig, Mrs. Gummidge hat sie gekocht« Ich drückte ihm einen Dank aus Und Mr. Pagotty fuhr fort »Ham, hilfesuchend anblickend«, der die Krebse angrinste, ohne einen Versuch zu machen, ihn zu unterstützen »Wie kamen mit Flut und günstigen Wind in eh'n von uns Yarmouth boten nach Gravesend« »Min Schwester hätt mich den Namen von dem Ort hier schreben, und schreft »Wenn ich nach Gravesend komme, soll ich heröver kommen und nach Maser Davy fragen, und jem'n schön Gruß von ihr bringen, und Gutes wünschen, und säcken, das sei ungemein gut geht« »Lüt emly soll an Min Schwester schreben, wenn ich weder do husbün, dat ich sehen hev und dat sie wohl sün, und so wahret den ganz lustigen Rundgang« »Ich mußte erst ein wenig nachdenken, was Mr. Pagotty sagen wollte, dann dankte ich ihm herzlich und sagte, rot werdend, wie ich fühlte« »Die kleine Emily werde sich wohl auch verändert haben, seit wir zusammen Muscheln und Kiesel am Strande gesucht hatten« »Iss in grot deren Wohren, säis«, sagte Mr. Pagotty, »fragen Sie ihn«, er meinte Ham, der Wonne strahlend über seinem Krovettenbeutel nickte und seine freudige Zustimmung ausdrückte. »Er sollt Gesicht«, sagte Mr. Pagotty, »und sein eigenes glänzte wie ein Licht.« »Die Gelehrsamkeit«, sagte M. »Erhandschrift«, sagte Mr. Pagotty, »schwarz wie Kohle und so grott, von Wieden zu sehen.« »Es war wirklich eine Lust, welche Begeisterung über Mr. Pagotty kam, wenn er an seinen kleinen Liebling dachte.« »Er steht wieder vor mir mit seinem wetterharten, haarigen Gesicht, strahlend vor freudiger Liebe und Stolz, dass es sich gar nicht beschreiben lässt.« Seine ehrlichen Augen leuchteten auf und glänzten, als ob etwas Schimmerndes ihre Tiefen aufrührte. Seine breite Brust hob sich vor Entzücken, seine großen, starken Hände ballten sich unwillkürlich bei seinem Ernst zusammen, und er gab dem, was er sprach, Nachdruck durch Bewegungen seines Arms, der mir dem Knirps wie ein Schmiedehammer vorkam. »Hämm«, meinte es ebenso ernsthaft, »ich glaube, sie würden noch mehr von ihr erzählt haben, wenn sie nicht durch das unvermutete Erscheinen Steerforths in Verlegenheit geraten wären.« Als mich dieser in einer Ecke mit zwei Fremden sprechen sah, brach er das Lied ab, das er eben laut sang, und sagte, »Ich wusste nicht, dass du hier bist, kleiner Copperfield.« »Es war nicht das gewöhnliche Besuchszimmer, und er wollte vorbeigehen.« »Ich weiß nicht, ob es der Stolz war, einen Freund wie Steerforth zu besitzen, oder der Wunsch, ihm zu erklären, wie ich zu solchen Bekannten wie Mr. Peggotty käme, was mich veranlasste, ihn herbeizurufen.« »Bitte, Steerforth«, sagte ich, »hier sind zwei Schiffer aus Yarmouth, so gute, liebe Leute, Verwandte meiner alten Kindsfrau, die von Gravesend gekommen sind, um mich zu besuchen.« »Oh, oh«, sagte Steerforth und drehte sich um, »freut mich, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen?« »Es lag etwas Ungezwungenes in seinem Wesen, etwas Frisches, Munteres, aber gar nichts Anmaßendes, das immer bestreckend auf alle wirkte.« Immer noch kommt es mir vor, als ob seine Haltung, seine Lebhaftigkeit, seine gewinnende Stimme, sein hübsches Gesicht und eine gewisse, ihm innewohnende Anziehungskraft einen Zauber ausübten, dem nur wenige widerstehen konnten. Es entging mir nicht, wie sehr er ihnen gefiel, und wie sich ihm im Augenblick ihre Herzen erschlossen. »Sie müssen auch zu Hause sagen, Mr. Peggotty, dass Mr. Seerforth sehr freundlich zu mir ist, und dass ich ohne ihn gar nicht wüsste, was anfangen.« »Unsinn«, lachte Steerforth, »so etwas dürfen Sie Ihnen dort nicht sagen.« »Und wenn Steerforth einmal nach Norfolk oder Suffolk kommt, Mr. Peggotty«, sagte ich, »und ich bin auch dort, so bringe ich ihn ganz gewiß mit nach Yarmouth, um ihm ihr Haus zu zeigen.« »Du hast noch nie so ein Haus gesehen, Steerforth.« »Es ist aus einem Schiff gemacht.« »Aus einem Schiff, wahrhaftig«, sagte Steerforth, »das ist das richtige Haus für so einen tüchtigen Schiffer.« »Jawohl, Sir, ist es auch«, sagte Ham grinsend. »Haben recht, junger Gentleman. Maser Davy, der Gentleman hat recht.« »Fixer Schipper«, »jawohl«, »dat is hay.« »Mr. Peggotty fühlte sich nicht weniger geschmeichelt als sein Neffe, wenn ihm auch seine Bescheidenheit verbot, ein persönliches Kompliment so laut auf sich zu beziehen.« »Woi, Sir«, sagte er mit einem Katzenbuckel und in sich hineinlachend und die Zipfel seines Taschentuchs verlegen in die Weste stopfend, »scheuen Dank, Sir, scheuen Dank.« »Ich dauer meine Schuldigkeit an Bord.« »Auch der Beste kann nicht mehr, Mr. Peggotty«, sagte Steerforth, der sofort den Namen aufgefaßt hatte. »Wette, Sie tun's auch«, sagte Peggotty und schüttelte Steerforth die Hand, »un tun's gehörig, ganz gehörig.« »Scheuen Dank, Sir, dank Ihnen, Sir, dass Sie mich so fründlich aufgenommen heven.« »Ig bin schlecht und recht, Sir«, »heist, hoffe, bin recht, verstehen Sie?« »An mein Haus ist noch fällt zu sehen.« »Aber Sie seien willkommen, wenn Sie einmal mit Master Davy kommen.« »Ig bin wie ein paar Gütt, dat bin ich«, sagte Peggotty. Er meinte damit wahrscheinlich eine Schnecke und spielte auf seine Langsamkeit im Fortgehen an, denn er hatte nach jedem Satz versucht, fortzugehen, war aber immer wieder umgekehrt. »Aber, ich segg sei beid adjus und wünsch sei viel glück.« Ham wiederholte diesen Gefühlsausbruch, und wir schieden von beiden auf das Herzlichste. Ich fühlte mich an diesem Abend so versucht, Steerforth von der hübschen kleinen Emily zu erzählen, aber ich fürchtete, von ihm ausgelacht zu werden. Ich erinnere mich, dass ich viel und unruhig über Mr. Peggotys Wort nachdachte, dass sie ein großes Mädchen geworden sei, verwarf aber diesen Gedanken später als Unsinn. Wir schleppten die Krebse, dat Tüch, wie Peggotty es bescheiden benannt hatte, unbemerkt in unser Zimmer und hielten an diesem Abend ein großes Festessen. Treadles kam dabei nicht gut weg, er war ein zu großer Pechvogel, als dass er sich eines Essens, das jedem anderen Menschen bekam, lange hätte erfreuen können. Es wurde ihm in der Nacht schlecht, ganz miserabel schlecht, nach der Krabbe, und nachdem er schwarze Tropfen und blaue Pillen in einer Menge geschluckt hatte, das Dembel, dessen Vater Arzt war, meinte, es wäre genug, um eines Pferdes Gesundheit zu untergraben. Er wurde durchgehauen und bekam sechs Kapitel aus dem griechischen Testament auf, weil er sich zu beichten weigerte. Den Rest des Semesters füllt ein Schwall von Erinnerungen aus an die ewigen Plagen und Mühseligkeiten unseres täglichen Lebens, an den schwindenden Sommer und den Wechsel der Jahreszeiten, an die kühlen Morgen, wenn man uns aus den Betten läutete, und den kalten, kalten Geruch der dunklen Nächte, wenn wir wieder ins Bett mussten, an die schlecht beleuchtete, schlecht geheizte Abendschulstube und die Morgenklasse, die weiter nichts war als eine große Frostelmaschine, an die Abwechslung zwischen gekochtem Rindfleisch und Rinderbraten, gekochtem Hammelfleisch und Hammelbraten, an Butterbrote, Schulbücher mit Eselsohren, zerbrochene Schiefertafeln, Schreibhefte mit Tränenflecken, an spanische Ohr- und Linealhiebe, Ohrenbeutel, regnerische Sonntage, Talgpuddings und die schmutzige Tintenatmosphäre, die alles umgibt. Ich erinnere mich noch so recht an die ferne Hoffnung auf die Feiertage, die in all der langen Zeit wieder ein sich feste Punkt erschien. Ein Punkt, der sich uns immer mehr näherte und beständig größer wurde, wie wir zuerst Monate, dann Wochen, dann nur mehr Tage zählten, wie ich dann anfing zu fürchten, dass ich nicht würde nach Hause reisen dürfen, indessen, wie es dir vor, herausbrachte, schon zu Hause angemeldet war und dann von dunklen Ahnungen gequält wurde, ich könnte inzwischen das Bein brechen. Wie endlich der Tag der Abreise näher kam, von der zweitnächsten Woche auf die nächste, dann auf die gegenwärtige, auf übermorgen, morgen, heute, heute Abend, wo ich in der Postkutsche in Yarmouth sitze und nach Hause fahre. Ich schlummere meilenweise in der Kutsche und habe einen zusammenhängenden Traum von allen diesen Dingen, aber wenn ich manchmal aufwache, ist die Gegend draußen vor dem Fenster nicht der Spielplatz von Salemhaus und was in meine Ohren ruft, ist nicht Mr. Kriekel, der eben Trettels prügelt, sondern der Kutscher, der die Pferde antreibt. Ende des siebten Kapitels Achtes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Achtes Kapitel Meine Ferien Ein glücklicher Nachmittag Als wir kurz vor Tagesanbruch vor dem Gasthof hielten, aber nicht vor dem, wo mein Freund der Kellner diente, wies man mir ein kleines, hübsches Schlafzimmer zu, über dessen Türe Delphin stand. Ich fror sehr, trotz des heißen Tees, den sie mir unten vor einem großen Feuer eingeschenkt hatten, und legte mich gern in das Bett des Delphins, wickelte mich in die Bettdecke des Delphins und schlief ein. Mr. Barkis, der Fuhrmann, sollte mich morgen früh um neun Uhr abholen. Ich stand um acht Uhr auf, ein wenig verschlafen nach dem kurzen Schlummer, und wartete auf ihn noch lange vor der Zeit. Er nahm mich auf, als ob seit unserem letzten Zusammensein nicht fünf Minuten verstrichen wären, und ich bloß in den Gasthof gegangen sei, um Kleingeld einzuwechseln. Sobald ich und mein Koffer im Wagen waren und er seinen Platz eingenommen hatte, setzte sich das faule Pferd in seinen gewohnten Trott. »Sie sehen sehr gut aus, Mr. Barkis«, fing ich an. Mr. Barkis rieb sich seine Backen mit dem Ärmel und sah dann hin, als ob er darauf die Blüte seines Gesichts abgefärbt zu sehen erwartete. »Weiter gab er kein Zeichen der Anerkennung meines Kompliments von sich.« »Ich habe Ihren Auftrag ausgerichtet, Mr. Barkis«, sagte ich, »und an Peggottie geschrieben.« »Hm«, meinte Mr. Barkis. Er schien verdrießlich zu sein und antwortete sehr kurz. »War's nicht richtig, Mr. Barkis?«, fragte ich nach einigem Zögern. »Nun, nein«, sagte Barkis. »Falsch ausgerichtet?« »Ausgerichtet war's schon gut«, sagte Mr. Barkis. »Aber dann war's aus.« »Da ich nicht verstand, was er meinte,« wiederholte ich fragend, »dann war's aus, Mr. Barkis.« »Wurde nichts daraus«, erklärte er und blickte mich von der Seite an. »Keine Antwort.« »Sie erwarteten also eine Antwort, Mr. Barkis«, sagte ich und riss die Augen auf, denn das kam mir ganz überraschend. »Wenn ein Mensch sagt, er will«, sagte Mr. Barkis und wendete seine Augen langsam wieder auf mich, »heißt's doch so viel, wie man wartet auf Antwort.« »Wirklich, Mr. Barkis?« »Wirklich,« sagte Mr. Barkis und zielte mit den Augen nach den Pferdeohren. Der Mensch wartet immer noch auf die Antwort. »Haben Sie ihr das gesagt, Mr. Barkis?« »Hm«, brummte Mr. Barkis und dachte darüber nach. »Hab mich noch nicht entschlossen.« »Sprach noch keine sechs Worte mit dir.« »Kann's ihr nicht sagen.« »Soll ich's ihr vielleicht sagen, Mr. Barkis?« »Fragte ich schüchtern.« »Könntens schon, wenn Sie wollten«, sagte Mr. Barkis wieder mit einem langsamen Blick zu mir, »daß Barkis auf Antwort wartet.« »Wie ist doch der Name?« »Ihr Name?« »Hm«, sagte Mr. Barkis mit einem Kopfnicken. »Peggottie.« »Taufname?« »Vorname?« »Fragte Mr. Barkis.« »Nein, das ist nicht Ihr Taufname.« »Ihr Vorname ist Clara.« »So«, sagte Mr. Barkis.« Meine Antwort schien ihn außerordentlich stark zum Nachdenken anzuregen, denn er saß lange grübelnd da und pfiff innerlich. »Hm«, fing er endlich wieder an. »Sagen Sie, Peggottie.« »Barkis wartet.« »Und sagt Sie, worauf?« »Sagen Sie, auf Antwort.« »Sagt Sie, worauf?« »Sagen Sie, Barkis will.« Diese außerordentlich knappe Erklärung begleitete Mr. Barkis mit einem freundschaftlichen Rippenstoß, das mir die Seite wehtat.« Darauf hockte er wieder wie gewöhnlich ruhig auf seinem Platz und blieb in dieser Stellung, bis er eine halbe Stunde später ein Stück Kreide aus der Tasche holte und innen an die Wagendecke schrieb »Clara Peggottie«, offenbar als Privatnotiz. »Was für ein seltsames Gefühl, sich der Heimat zu nähern, die einem fremd geworden ist.« Jeder Gegenstand, den man erblickt, erinnert einen an das alte liebe Vaterhaus. Es kam mir alles wie ein Traum vor, den ich nie wieder träumen könnte. Die Tage, wo meine Mutter, ich und Peggottie einander alles waren und noch niemand sich zwischen uns gedrängt hatte, erstanden unterwegs vor meinen Augen mit so traurigen Erinnerungen, dass ich am liebsten umgekehrt wäre und in Stierforsgesellschaft vergessen hätte. Aber ich war jetzt angekommen und stand bald vor unserem Hause, wo die kahlen, alten Ulmen ihre vielen Hände in die kalte Winterluft hinausstreckten und Fetzen von den alten Krähennestern vom Winde fortgeweht wurden. Der Vormann lud meinen Koffer an der Gartentür ab und verließ mich. Ich ging den Fußsteig nach dem Hause zu, sah nach den Fenstern und fürchtete jeden Augenblick, Mr. oder Miss Murdstone zu erblicken. Es zeigte sich jedoch kein Gesicht und ich trat leise und schüchtern ein. Gott weiß, aus wie früher Kindheit die Erinnerungen stammen musste, die beim Klang der Stimme meiner Mutter wieder wach wurde, als ich den Fuß in den Flur setzte. Sie sang leise. Ich glaube, ich muss in ihren Armen gelegen und sie so singen hören haben, als ich noch ein Säugling war. Das Lied kam mir neu und doch so alt vor, dass es mein Herz zum Überströmen erfüllte. Es war mir wie ein alter Freund, der nach langer Abwesenheit zurückkehrt. Aus der Weise, wie meine Mutter das Lied sang, schloss ich, dass sie allein sei, und ich trat leise ins Zimmer. Sie saß beim Feuer und zeugte ein Kind, dessen winzige Händchen an ihrem Halse ruhten. Ihre Augen hingen an seinem Gesicht und sie sang ihm etwas vor. Ich sah sofort, dass sie allein war. Ich sprach sie an, sie fuhr auf und stieß einen Schrei aus, aber als sie mich erkannte, nannte sie mich ihren lieben Davy, ihr geliebtes Kind, kam ihr entgegen, kniete vor mir nieder und küßte mich und legte meinen Kopf an ihre Brust, neben das kleine Wesen, das sich an sie klammerte, und legte seine Händchen an meine Lippen. Ich wollte, ich wäre gestorben, mit diesem Gefühl im Herzen. Ich hätte besser für den Himmel gepasst als jemals später. »Es ist ein Brüderchen«, sagte meine Mutter und liebkoste mich. »Dävi, mein hübscher Junge, mein armes Kind.« Dann küßte sie mich immer mehr und mehr und umschlang meinen Nacken. Dann kam Peggotty hereingelaufen, warf sich auf dem Boden neben uns hin und war eine Viertelstunde lang halb von Sinnen. Man hatte mich nicht so zeitig erwartet, und der Fuhrmann war früher angekommen als gewöhnlich. Mr. und Miss Mudstone befanden sich in der Nachbarschaft auf Besuch und würden, erfuhr ich, nicht vor Abend zurückkommen. Das hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir drei würden wieder einmal ungestört beisammen sein können, und für dies eine Mal waren für mich die alten vergangenen Zeiten zurückgekehrt. Wir speisten zusammen beim Kamin. Peggotty wollte uns bedienen, aber meine Mutter litt es nicht, und sie musste sich mit zum Tisch setzen. Ich hatte meinen alten Teller wieder mit einem braunen Kriegsschiff unter vollen Segeln darauf, den Peggotty sorgfältig aufgehoben und für hundert Pfund nicht zerbrochen hätte, wie sie sagte. Ich hatte meinen alten Trinkbecher mit dem Namen David darauf und mein altes Besteck, das noch immer stumpf war. Als wir bei Tische saßen, hielt ich es für den geeignetsten Moment, Mr. Barkis Auftrag auszurichten. Ehe ich damit zu Ende kam, fing Peggotty an zu lachen und hielt die Schürze vors Gesicht. »Pegotty«, sagte meine Mutter, »was gibt's denn?« Peggotty lachte nur noch mehr, und hielt ihre Schürze noch fester vors Gesicht, als meine Mutter sie wegziehen wollte. Sie saß da, wie mit dem Kopf in einem Sack. »Was hast du denn, du dummes Ding?« fragte meine Mutter lachend. »Ach, der alberne Mensch.« Er will mich heiraten. »Wäre das nicht eine ganz gute Partie für dich?« fragte meine Mutter. »Ach, ich weiß nicht«, sagte Peggotty. »Fragen Sie mich nicht. Ich möchte ihn nicht haben, und wenn er von Gold wäre. Ich will überhaupt niemand haben.« »Also, warum sagst du sie ihm nicht, du kindisches Ding?« »Ihm sagen«, meinte Peggotty und sah unter ihrer Schürze hervor. »Er hat noch nie ein Wort davon erwähnt. Er weiß ganz gut, warum. Wenn er sich's unterstehen würde, würde ich ihm eine Ohrfeige geben.« Ihr Gesicht war röter, als ich es je gesehen hatte. Sie deckte es gleich wieder zu und brach in ein heftiges Lachen aus. Und nachdem sich dieser Anfall zwei- oder dreimal wiederholt hatte, aß sie ruhig weiter. Ich bemerkte, dass meine Mutter wohl lächelte, wenn Peggotty sie ansah, aber immer ernster und nachdenklicher wurde. Mir war gleich aufgefallen, wie sehr sie sich verändert hatte. Ihr Gesicht war noch immer sehr hübsch, aber es schien allzu zart und sehr vergrämt. Ihre Hand war so weiß und dünn, dass sie mir fast durchsichtig vorkam. Aber jetzt trat noch eine andere Veränderung dazu, wie mir auffiel. Sie schien nämlich sehr beklommen und aufgeregt. Endlich legte sie ihre Hand liebevoll auf die ihrer alten Dienerin und sagte, »Liebe Peggotty, du verheiratest dich jetzt nicht?« »Ich, Madame«, erwiderte Peggotty und sah sie mit großen Augen an, »Gott bewahre, nein!« »Jetzt noch nicht«, bat meine Mutter zärtlich. »Nie«, rief Peggotty aus. Meine Mutter ergriff ihre Hand und sagte, »Verlaß mich nicht, Peggotty. Bleibe bei mir. Es wird vielleicht nicht mehr lange nötig sein. Was sollte ich ohne dich anfangen?« »Ich dich verlassen«, herzplatt, rief Peggotty, »nicht um den ganzen Erdball und seine Frau. Wer hat das nur in das kleine törichte Köpfchen gesetzt?« Peggotty war aus alter Zeit her gewohnt, mit meiner Mutter manchmal wie mit einem Kind zu sprechen. Meine Mutter gab ihr keine Antwort, außer einem einfachen. Dank dir. »Ich sie verlassen, das möchte ich sehen. Peggotty von ihnen fortgehen, da möchte ich sie mir beim Kragen nehmen. Nein, nein«, und Peggotty schüttelte den Kopf und verschränkte die Arme. »Peggotty nicht, mein Schatz.« »Freilich sind ein paar Katzen da, die sich darüber freuen würden, aber sie sollen sich nicht freuen, sie sollen sich nur ärgern. Ich bleibe bei ihnen, bis ich ein altes, buckliges Weib bin, und wenn ich zu taub und zu lahm und zu blind bin und eine Mummelgreisin ohne Zähne, so gehe ich zu meinem Davy und bitte ihn, mich aufzunehmen.« »Und ich, Peggotty,« sagte ich, »ich werde froh sein, wenn du kommst und werde dich empfangen wie eine Königin.« »Gott segne das gute Herz«, rief Peggotty, »ich weiß es ja.« »Und sie küßte mich schon im Voraus in dankbarer Erkenntlichkeit für meine künftige Gastfreundschaft.« Dann deckte sie sich wieder das Gesicht mit der Schürze zu und lachte noch einmal über Mr. Barkis, nahm dann das Baby aus der Wiege und schaukelte es, räumte den Mittagstisch ab und kam in einer anderen Haube herein mit ihrem Arbeitskästchen, dem Ellenmaus und dem Stückchen Wachslicht, ganz wie ehemals. Wir saßen beim Kamin und unterhielten uns köstlich. Ich erzählte ihnen von Mr. Crickles Strenge, und sie bedauerten mich sehr. Ich erzählte ihnen, was für ein famoser Porsche Steerforth sei und wie er mich in Schutz nehme, und Peggotty sagte, sie würde zwanzig Meilen weit gehen, um ihn zu sehen. Ich nahm den Säugling, als er wieder aufwachte, auf meine Arme und wiegte ihn zärtlich. Als er wieder schlief, setzte ich mich dicht neben meine Mutter, wie ehemals, und schlang die Arme um ihren Leib, legte meine kleine rote Wange auf ihre Schulter und fühlte wieder ihr schönes Haar mich umwehen wie ein Engelsfittich und war sehr glücklich. Während ich so dasaß und ins Feuer blickte und allerhand Bilder in den glühenden Kohnen sahe, kam es mir fast vor, als wäre ich niemals von zu Hause weg gewesen und Mr. und Miss Murdstone erschienen mir, wie Gestalten, die verschwinden müssten, wenn das Feuer ausginge, und von allen meinen Erinnerungen sei nichts wahr und wirklich außer meiner Mutter, Peggotty und mir selbst. Peggotty stopfte, solange sie noch sehen konnte, und saß dann da, den Strumpf wie einen Handschuh über die linke Hand gezogen und die Nadel in der anderen, bereit, sofort wieder anzufangen, sobald Licht kommen würde. Ich kann mir nicht erklären, wessen Strümpfe Peggotty eigentlich immer flickte und woher diese Unmassen von notleidenden Strümpfen nur kamen. Ich möchte gerne wissen, sagte Peggotty, über die manchmal ein Anfall seltsamen Wissensdurst, das ganz unerwartete Dinge betreffen kam, was aus Davies Großtante geworden ist. Gott, Peggotty, bemerkte meine Mutter, und erwachte wie aus einem Traum, was du für dümmes Zeug redest. Nun ja, aber ich möchte es doch gerne wissen, maam, sagte Peggotty. Wie kann dir nur so jemand in den Kopf kommen? Kannst du dir niemand anders aussuchen? Ich weiß nicht, wie es kommt, meinte Peggotty. Es liegt wahrscheinlich an meiner Einfältigkeit. Aber mein Kopf kann sich die Leute nicht aussuchen. Sie kommen und gehen, sie kommen nicht oder bleiben, gerade wie es ihnen gefällt. Ich möchte wirklich gerne wissen, was aus ihr geworden ist. Wie albern du bist, Peggotty. Man sollte wirklich meinen, du wünschtest wieder einen Besuch von ihr. Gott sei vor, rief Peggotty. Also sprich nicht von solchen lästigen Dingen, sagte meine Mutter. Miss Betsy sitzt gewiss in ihrem Häuschen am Meer und geht gar nicht aus. Jedenfalls wird sie uns schwerlich noch einmal heimsuchen. Nein, gab Peggotty nachdenklich zu. Nein, das ist nicht wahrscheinlich. Ich möchte nur wissen, ob sie Davy etwas vermacht, wenn sie stirbt. Ach, Gott im Himmel, Peggotty, rief meine Mutter. Was du für ein einfältiges Frauenzimmer bist, du weißt doch selbst, wie übel sie es nahm, dass das liebe Kind geboren wurde. Aber vielleicht würde sie ihm es jetzt verzeihen, bemerkte Peggotty. Warum sollte sie es ihm gerade jetzt verzeihen, fragte meine Mutter ein wenig gereizt. Nun, weil er jetzt einen Bruder bekommen hat, meinte Peggotty. Meine Mutter fing sofort an zu weinen und jammerte, dass Peggotty so etwas sagen könnte. Als ob das kleine Wesen in der Wiege dir oder sonst jemand etwas zu Leide getan hätte, du eifersüchtiges Ding. Geh, heirate doch Mr. Bark ist den Fuhrmann. Warum tust du es denn nicht? Ich würde miß Murdstone glücklich machen, wenn ich's täte. Was für einen schlechten Charakter du hast, Peggotty, antwortete meine Mutter. Du bist auf miß Murdstone so eifersüchtig, wie es ein so albernes Ding nur sein kann. Du willst wohl selbst die Schlüssel haben und alles herausgeben, nicht wahr? Es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Du weißt doch, dass sie es nur aus Güte und mit der besten Absicht tut. Das weißt du, Peggotty. Weißt es recht gut? Peggotty brummte etwas vor sich hin, das so klang wie »Zum Teufel mit den besten Absichten«. »Ich weiß schon, was du meinst, du verrücktes Frauenzimmer. Ich durchschaue dich vollkommen, Peggotty. Du weißt, dass ich es tue und wundere mich nur, dass du nicht feuerrot dabei wirst. Aber nehmen wir eins nach dem anderen vor. Zuerst miß Murdstone. Diesmal sollst du mir nicht entschlüpfen. Hast du nicht oft genug von ihr gehört, dass sie denkt, ich sei zu gedankenlos und zu... So hübsch«, ergänzte Peggotty. »Nun, meinetwegen«, gab meine Mutter lächelnd zu, »und wenn sie töricht genug ist, das zu sagen, kann man sie doch deswegen nicht tadeln.« »Das tut doch niemand«, knurrte Peggotty. »Nun, das will ich auch meinen«, entgegnete meine Mutter. »Hast du nicht immer und immer von ihr gehört, dass sie mir deshalb viele Arbeiter sparen will, für die sie mich für ungeeignet hält, und ich mich auch. Du weißt, wie sie früh und spät auf den Beinen ist und beständig auf- und abläuft, und macht sie nicht jede Arbeit, kriecht in allen Winkeln, in Kohlenkellern und Speisekammern umher, was doch nicht angenehm ist. Und willst du durch die Blume zu verstehen geben, dass darin etwas anderes als Aufopferung läge?« »Ich gebe überhaupt nichts, durch die Blume zu verstehen«, sagte Peggotty. »Du tust es doch, Peggotty«, entgegnete meine Mutter, »du tust nie etwas anderes. Außer deine Arbeit. Du sprichst immer durch die Blume, du schwelgst darin. Und wenn du von Mr. Murdstones guten Absichten sprichst, von denen habe ich noch nie gesprochen«, unterbrach Peggotty. »Nein«, Peggotty, erwiderte meine Mutter, »aber du spielst auf sie an, das ist doch, was ich sage. Das ist das Allerschlimmste an dir. Du willst durch die Blume sprechen. Ich habe dir eben gesagt, dass ich dich durchschaue, und du siehst, es ist so. Wenn du von Mr. Murdstones guten Absichten sprichst und sie zu unterschätzen vorgibst, »Das kann übrigens nicht dein Ernst sein, Peggotty, so musst du doch ebenso wie ich einsehen, wie förderlich sie sind. Wenn er manchmal barsch gegen irgendjemand ist, Peggotty, du weißt natürlich, und ich hoffe, und auch Davy weiß es, dass ich nicht von Anwesenden spreche, »so geschieht es nur, weil er überzeugt ist, dass es zum Besten des Betreffenden ist. Er liebt natürlich den Betreffenden meinetwegen und handelt lediglich zu seinem Besten. Er kann das eben besser beurteilen als ich, denn ich weiß recht gut, dass ich ein schwaches, leichtsinniges, kindisches Geschöpf bin, während er ein fester, ernster Mann ist, und er hat sehr viel mit mir auszustehen, fuhr meine Mutter fort, und die Tränen, die ihrem liebebedürftigen Herzen entsprangen, rannen ihr die Wangen herab. Ich muss ihm sehr dankbar und selbst in meinen Gedanken sehr unterwürfig sein. Und wenn ich es nicht bin, Peggotty, so quält mich das, und ich verurteile mich selbst und mache mir Vorwürfe über mein schlechtes Herz und weiß nicht, was ich anfangen soll.« Peggotty saß da, das Kinn auf die mit dem Strumpf überzogene Faust gestützt und blickte stumm ins Feuer. »Also, liebe Peggotty«, sagte meine Mutter mit plötzlich ganz verändertem Ton, »sein wir wieder gut, denn ich könnte es nicht aushalten. Ich weiß ja, du bist meine treueste Freundin, wenn ich auf der Welt überhaupt noch eine andere habe. Wenn ich dich ein einfältiges oder albernes Ding nannte, Peggotty, wollte ich damit nur sagen, dass du meine treueste Freundin bist und warst, schon von jenem Abend an, als Mr. Copperfield mich zuerst hierher brachte und du mir an der Gartentüre entgegenkamst.« Peggotty ließ mit der Antwort nicht auf sich warten und besiegelte den Vertrag, indem sie mich mit einer ihrer kräftigsten Umarmungen beglückte. »Ich glaube, ich hatte damals schon eine leise Ahnung von dem wahren Sinn dieser Unterhaltung. Heute weiß ich ganz genau, dass die gute Person das Gespräch nur veranlasste, um meiner Mutter durch kleine Widersprüche eine gewisse Erleichterung zu verschaffen. Die Wirkung war sichtlich, denn wie ich mich noch erinnere, schien meine Mutter den ganzen übrigen Tag viel heiterer und Peggotty brauchte sie nicht mehr so sorgenvoll anzusehen. Nachdem wir Tee getrunken, das Feuer geschürt und die Kerzen geputzt hatten, las ich Peggotty zur Erinnerung an alte Zeit ein Kapitel aus dem Krokodilbuch vor, sie hatte es aus der Tasche gezogen, ob sie es immer darin getragen hatte, »Und dann sprachen wir von Salemhaus, was mich wieder aufs Tierfort brachte, mein Lieblingsthema.« »Wir fühlten uns alle sehr glücklich, und dieser Abend, der letzte in seiner Art, und bestimmt diesen Band meines Lebens für immer zu schließen, wird nie aus meinem Gedächtnis entschwinden.« Es war fast zehn Uhr, als wir draußen einen Wagen halten hörten. Wir standen alle auf, und meine Mutter sagte hastig, »Mr. und Miss Murdstone sähen es gerne, wenn junge Leute früh zu Bett gingen, und es sei schon spät.« Ich küßte sie und ging sogleich mit meiner Kerze hinauf. Mir war, als ob mit den beiden ein erkaltender Lufthauchen das Haus käme, und das alte, heimische, traute Gefühl wie eine Feder davon bliese. Ich fühlte mich sehr unbehaglich am nächsten Morgen, als ich zum Frühstück hinuntergehen musste, hatte ich doch Mr. Murdstone seit jenem Tag, als ich das große Verbrechen an ihm begangen, nicht weiter gesehen. Aber einmal musste es geschehen, und ich erreichte die Stubentür, nachdem ich zwei bis dreimal auf den Fußspitzen wieder umgekehrt war. Endlich trat ich ins Zimmer. Er stand mit dem Rücken zum Kamin, während Miss Murdstone den Tee bereitete. Er sah mich durchdringend an, als ich eintrat, gab aber kein Erkennungszeichen von sich. Nach einigen Augenblücken der Verwirrung ging ich auf ihn zu und sagte, »Ich bitte Sie um Verzeihung, Sir. Was ich getan habe, tut mir außerordentlich leid, und ich hoffe, dass Sie es mir vergeben.« »Es freut mich, dass es dir leid tut, David«, antwortete er. »Die Hand, die er mir reichte, war die, die ich gebissen hatte. Ich konnte mir nicht helfen, ich musste die rote Narbe eine Zeit lang ansehen. Aber sie war nicht so rot wie ich, als ich seinem falschen Blick begegnete.« »Wie befinden Sie sich, maam?« sagte ich zu Miss Murdstone. »Ach, mein Gott«, seufzte Miss Murdstone und reichte mir den Teelöffel statt ihres Fingers. »Wie lang dauern die Ferien?« »Einen Monat, maam.« »Von wann an?« »Von heute an, maam.« »Na«, sagte Miss Murdstone, »das wäre ja schon ein Tag weniger.« Sie führte in dieser Art einen Ferienkalender und strich an jedem Morgen einen Tag. Anfangs schnitt sie ein betrübtes Gesicht, solange sie noch nicht beim Zehnten war, aber ihre Mienen hältten sich auf, als die zweistelligen Zahlen erreicht waren, und wurden um so heiterer, je näher das Ende heranrückte. Schon am ersten Tage hatte ich das Unglück, sie in einen Zustand größer Aufregung zu versetzen, trotzdem sie solchen Schwächen sonst nicht unterworfen war. Ich kam nämlich in das Zimmer, wo sie und meine Mutter saßen, und da der Säugling, der erst ein paar Wochen alt auf meiner Mutter Schoß lag, nahm ich ihn höchst sorgsam in meine Arme. Plötzlich stieß Miss Murdstone einen solchen Schrei aus, dass ich ihn fast hätte fallen lassen. »Liebe Jane«, fuhr meine Mutter auf, »Gott im Himmel, Klara, siehst du nicht«, rief Miss Murdstone. »Was denn, liebe Jane?«, fragte meine Mutter. »Wo denn?« »Er hat es«, rief Miss Murdstone. »Der Junge hat das Baby.« Sie brach fast zusammen vor Entsetzen, richtete sich aber wieder auf, um auf mich loszustürzen, um mir das Kind zu entreißen. Dann wurde ihr so schlecht, dass man ihr Kirschbrandwein geben musste. Als sie sich wieder erholt hatte, untersagte sie mir auf das Feierlichste, mein Brüderchen jemals wieder, unter welchem Vorwand immer, anzurühren, und meine Mutter bestätigte demütig das Verbot, trotzdem sie mir anderer Meinung schien, und sagte, »Du hast gewiss recht, liebe Jane.« Wiederum bei einer Gelegenheit, als wir beisammen saßen, war das Baby, ich hatte es lieb, meiner Mutter wegen, wieder die unschuldige Ursache, die Miss Murdstone in heftigste Erregung versetzte. Meine Mutter sagte nämlich, nachdem sie die Augen des Säuglings in ihrem Schoße lange betrachtet hatte, »Davy, komme mal her und lass mich deine Augen sehen.« Ich bemerkte, wie Miss Murdstone ihre Stahlperlen hinlegte. »Also, ich erkläre«, sagte meine Mutter sanft, »dass sie vollkommen gleich sind. Ich glaube, es sind meine Augen. Sie haben dieselbe Farbe wie meine. Sie sind einander wunderbar gleich.« »Wovon sprichst du, Klara?«, fragte Miss Murdstone. »Liebe Jane«, stammete meine Mutter bestürzt durch den herben Ton dieser Frage, »ich finde, dass das Baby und Davy ganz dieselben Augen haben.« »Klara«, sagte Miss Murdstone und stand zornig auf, »manchmal bist du ganz verrückt.« »Aber, liebe Jane«, remonstrierte meine Mutter, »vollständig verrückt«, sagte Miss Murdstone. »Wie könntest du sonst meines Bruders Kind mit deinem Jungen vergleichen? Sie sind einander gar nicht ähnlich. Sie sind einander vollständig unähnlich, unähnlich in jeder Hinsicht. Ich hoffe, sie werden es immer bleiben. Ich kann solche Vergleiche nicht ruhig mit anhören.« Damit stolzierte sie hinaus und pfefferte die Tür hinter sich zu. Mit einem Wort, ich stand mit Miss Murdstone nicht auf gutem Fuß. Überhaupt mit niemand, nicht einmal mit mir selbst. Die mich lieb hatten, durften es nicht zeigen, und die mich nicht leiden konnten, zeigten es so deutlich, dass ich mich von dem immerwährenden Bewusstsein duckmäuserisch, ungeschickt und nürrisch zu erscheinen, nicht befreien konnte. Ich fühlte, dass ich ihnen so zur Last fiel, wie sie mir. Wenn ich in das Zimmer kam, wo sie gerade saßen und miteinander sprachen, und meine Mutter schien heiter zu sein, umwölkte sich sofort ihr Gesicht. War Mr. Murdstone in seiner besten Laune, so kam ich als Störenfried. Und Miss Murdstones schlechteste steigerte ich noch. Ich bemerkte ganz gut, dass meine Mutter immer das Opfer war. Sie fürchtete, sich mit mir zu sprechen oder freundlich mit mir zu sein, um sich dadurch nicht einen Verweis zuzuziehen. Hauptsächlich aber nicht ihretwegen, sondern um mich bangte sie. Und ängstlich bewachte sie die Blicke der Murdstones, wenn ich mich nur rührte. Deshalb beschloss ich, allen möglichst aus dem Wege zu gehen und saß manche kalte Winterstunde in meinem einsamen Schlafzimmer und brütete, in meinen kleinen Überrock gehüllt, über einem Buch. Des Abends leistete ich zuweilen Begotte in der Küchegesellschaft. Dort fühlte ich mich wohl und brauchte mich nicht zu genieren. Aber das fand im Wohnzimmer keine Billigung. Die dort herrschende Quälerlaune machte all dem bald ein Ende. Man hielt mich immer noch für ein unentbehrliches Hilfsmittel zur Erziehung meiner armen Mutter und konnte meine Anwesenheit nicht missen. David, sagte Mr. Murdstone eines Tages nach dem Abendessen, als ich mich wieder drücken wollte, ich bemerke zu meinem Leidwesen, dass du mürrischer Gemütsart bist. »Mürrisch wie ein Bär«, sagte Miss Murdstone. Ich blieb stehen und ließ den Kopf hängen. »Ein mürrischer und verstockter Charakter, David«, sagte Mr. Murdstone, »ist das Allerschlimmste.« »Und der Junge ist das Verstockteste, was ich jemals gesehen habe«, bemerkte seine Schwester. »Ich glaube, selbst du, liebe Clara, musstest bemerken.« »Ich bitte um Entschuldigung, liebe Jane«, sagte meine Mutter. »Aber bist du auch wirklich sicher«, »du wirst es gewiß entschuldigen, liebe Jane«, »bist du sicher, dass du Davy verstehst?« »Ich müsste mich wirklich schämen, Clara, wenn ich den oder jeden anderen Knaben nicht verstünde«, antwortete Miss Murdstone. »Ich behaupte gewiß, nicht sehr tief zu sein, aber auf gesundem Menschenverstand kann ich doch Anspruch machen.« »Gewiß, liebe Jane«, antwortete meine Mutter, »bist du von sehr starkem Verstande?« »O Gott, nein, bitte, sag das nicht, Clara«, unterbrach Miss Murdstone ärgerlich. »Aber ich weiß, dass es der Fall ist«, fing meine Mutter wieder an, »und jeder weiß es.« »Ich selbst habe so mancherlei großen Nutzen davon, oder sollte es wenigstens haben, dass niemand mehr davon überzeugt sein kann als ich, und deshalb äußere ich meine Meinung auch nur sehr schüchtern, meine liebe Jane, ich versichere es dir.« »Also gut, ich verstehe den Jungen nicht, Clara«, sagte Miss Murdstone und ordnete die kleinen Fesseln an ihren Handgelenken. »Gut, wenn du willst, ich verstehe ihn, also gar nicht, er ist viel zu tief für mich. Aber vielleicht ist der Scharfblick meines Bruders doch dringend genug, Einsicht in diesen Charakter zu gewinnen, und ich glaube, mein Bruder sprach gerade über dieses Thema, als wir ihn unschicklicherweise unterbrachen.« »Ich glaube, Clara«, fiel Mr. Murdstone mit ernster Bassstimme ein, »es gibt bessere und unbefangene Richter in dieser Frage, als du bist.« »Edward«, antwortete meine Mutter unterwürfig, »du bist natürlich in allen Fragen ein besserer Richter als ich und auch als Jane. Ich sagte nur, »du sagtest nur etwas Schwaches und Unüberlegtes«, antwortete er, »tu es nicht wieder, liebe Clara, und halte dich besser im Zaun.« »Ich habe zu meinem Leidwesen bemerkt«, »David«, nahm Mr. Murdstone seine Rede wieder auf, »daß du von verstockter Gemütsart bist.« »Ich werde nicht ruhig zusehen, ohne nicht einen Versuch zu machen, dich zu bessern.« »Du musst dich anstrengen, anders zu werden, David.« »Wir müssen uns bemühen, dich anders zu machen.« »Ich bitte um Entschuldigung, Sir«, stotterte ich, »ich glaube, nicht verstockt gewesen zu sein seit meiner Rückkehr.« »Nimm deine Zuflucht nicht zur Lüge«, herrschte er mich so wild an, »daß meine Mutter unwillkürlich ihre zitternde Hand ausstreckte, um mich zu schützen.« »Du ziehst dich in deiner Verstocktheit auf dein eigenes Zimmer zurück, du bleibst in deinem Zimmer, wenn du hier sein solltest.« »Ich sage es dir jetzt ein für allemal, daß ich dich hier und nicht dort zu sehen wünsche.« »Gerner, daß ich gehorsam von dir verlange. Du kennst mich, David. Ich will es.« Miss Murdstone lachte spitzig auf. »Ich will ein achtungsvolles, gehorsames und bereitwilliges Benehmen gegen mich, gegen Jane Murdstone und gegen deine Mutter sehen. Ich will nicht haben, daß ein Kind nach seinem Belieben dieses Zimmer scheut, als sei es verpestet. Setz dich.« Er befahl mir wie einem Hund, und ich gehorchte wie ein Hund. »Noch eins«, sagte er, »ich bemerke, daß du einen Hang zu niedriger und gemeiner Gesellschaft zeigst. Du hast nicht mit Dienstboten umzugehen. In der Küche wirst du von den vielen Dingen, die dir noch fehlen, nichts lernen. Von dem Weib, das dir Vorschub leistet, schweige ich. Da du selbst, Clara«, erwandte sich etwas leiser zu meiner Mutter, »aus alterer Erinnerung und langer Gewohnheit in Bezug auf sie eine Schwäche an den Tag legst, die noch nicht überwunden ist.« »Eine ganz unerklärliche Verblendung«, rief Miss Murdstone. »Ich sage also«, fuhr er wieder zu mir gewendet fort, »daß ich es mißbillige, wenn du eine Gesellschaft wie Frau Pegody vorziehst, und daß du sie daher aufzugeben hast.« »Jetzt verstehst du mich, David, und kennst die Folgen, die dir blühen, wenn du mir nicht wortwörtlich gehorchst.« »Ich zog mich also nicht mehr auf mein Zimmer zurück, suchte nicht mehr meine Zuflucht bei Pegody, und saß traurig Tag für Tag in der Wohnstube und sehnte mich nach der Nacht und dem Schlafengehen.« Unter welch peinlichem Zwang ich zu leiden, wenn ich in derselben Stellung stundenlang dasitzen mußte und aus Angst nicht Arm oder Fuß rührte, damit ich miß Murdstone immerwährend über mein unruhiges Wesen klagte. Ich sah vor mich hin, um nicht einem Blick der Abneigung oder des Forschens zu begegnen und neuen Stoff zur Beschwerde zu geben. Welch unerträgliche Langeweile, dem Ticken der Uhr zuzuhören, zu sehen, wie miß Murdstone die kleinen glänzenden Stahlperlen aufreite, sich den Kopf zu zerbrechen, ob sie wohl jemals heiraten würde, und wenn, was für einen unglücklichen Wohl, die Furchen im Kamin zu zählen und dann mit den Augen durch die labyrinthischen Verschlingungen der Tapete hinauf zur Decke zu schweifen. Wie einsam waren meine Spaziergänge durch die schmutzigen Gassen bei dem schlechten Winterwetter. Ich schleppte das Bild des Wohnzimmers mit Mr. und Miss Murdstone darin in meinem Innern überall hin und mit mir herum. Eine ungeheure Last, die ich da trug, ein Alpdruck bei Tage, den ich nicht zu verscheuchen vermochte, ein Gewicht auf meinem Geist, das mich stumpf machte. Wie vielmal saß ich am Speisetisch, stumm und verlegen da, immer mit dem Gefühl, dass sein Besteck zu viel da sei, und zwar das meine, ein Magen zu viel, nämlich der meine, ein Teller und ein Stuhl zu viel, und zwar der meine, und eine Person zu viel, nämlich ich. Was waren das für Abende, wenn die Kerzen kamen und ich mich beschäftigen musste, weil ich nicht wagte, ein unterhaltendes Buch zu lesen, mich über einen hartköpfigen und noch hartherzigeren arithmetischen Leitfaden hermachte. Mas und Gewichtstabellen passten sich Melodien an wie »Rule Britannia« und »Weg mit den Grillen und Sorgen« und gingen mir durch ein Ohr herein und aus dem anderen wieder hinaus. Oft konnte ich das Gähnen nicht verbeißen und nickte trotz aller Vorsicht ein. Wie erschreckt fuhr ich dann aus dem heimlichen Schlummer wieder auf. Nur selten versuchte ich schüchterne Bemerkungen und erhielt niemals eine Antwort. Wie sehr kam ich mir wie eine Null vor, die niemand beachtete und die doch jedem im Weg stand, und immer war es mir eine Art Trost, wenn mir Miss Mudstone beim ersten Schlag neun Uhr befahl, zu Bett zu gehen. So schleppten sich die Ferien hin bis zu dem Morgen, wo Miss Mudstone sagte, »Heute ist der letzte Tag um« und mir für die Ferien die letzte Tasse Tee gab. Der Abschied fiel mir nicht schwer. Ich war in einen Zustand von Stumpfheit verfallen, aus dem mir nur die Hoffnung aufs Tierforth ein wenig heraushalf, wenn auch Mr. Kriegel hinter ihm dreute. Wieder erschien Mr. Barkis an der Gartentür und wieder sprach Miss Mudstones warnende Stimme, »Clara«, als sich meine Mutter über mich beugte, um ihr Lebewohl zu sagen. Ich küßte meine Mutter und mein kleines Brüderchen und war sehr traurig. Nicht so sehr die Umarmung, die inbrünstiger war, als sie sein durfte, lebte in meiner Erinnerung fort als das, was jetzt folgte. Ich saß schon im Wagen, als meine Mutter mich noch einmal rief. Ich sah hinaus, und sie stand in der Gartentür allein und hielt den Säugling empor, um ihn mir zu zeigen. Die Luft war kalt und still, und kein Haar auf ihrem Haupte, keine Falte ihres Kleides regte sich, als sie mich beredt ansah und ihr Kind in die Höhe hielt. So verlor ich sie. So sah ich sie später in meinen Träumen in der Schule, eine stumme Gestalt vor meinem Bett, immer mit demselben beredten Gesicht und dem Säugling in den Armen. Ende des achten Kapitels Neuntes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Neuntes Kapitel Ein denkwürdiger Geburtstag Ich übergehe alles, was sich in der Schule abspielte bis zu meinem Geburtstag im März. Außer, dass Deerforth noch bewunderungswürdiger war als je, ist mir nichts im Gedächtnis geblieben. Er sollte am Ende des Semesters austreten und kam mir liebhafter und selbstständiger vor als je und daher noch gewinnender. Sonst weiß ich nichts mehr. Das große Ereignis, das diese Zeit für mich auszeichnet, scheint alle kleinen Erinnerungen verschlungen zu haben und allein übrig geblieben zu sein. Wie klar ich mich an den Tag erinnere. Ich rieche den Nebel, der das Haus umdunkelt, sehe die Gegenstände draußen wie gespenstige Schatten hindurchschimmern, ich fühle mein bereiftes Haar sich kalt und feucht an meine Wange kleben, Ich blicke in die dämmerhafte Perspektive der Schulstube hinab, wo hie und da ein flackerndes Licht, das drübe Zwielicht erleuchtet und der Atem der Schüler sich dampfend in die kalte Luft erhebt, wenn sie sich auf die Finger blasen, mit den Füßen auf dem Flur stampfend. Wir waren nach dem Frühstück eben vom Spielplatz hereingekommen, als Mr. Sharp eintrat und sagte, David Copperfield soll zum Direktor kommen. Ich erwartete ein Geburtstagsgeschenk von Pegotty und mein Gesicht heiterte sich auf. Einige Jungen um mich herum mahnten mich ihrer bei der Verteilung der guten Dinge nicht zu vergessen, als ich sehr vergnügt von meinem Platze aufsprang. »Eil dich nicht, David«, sagte Mr. Sharp, »du hast Zeit genug, mein Kind. Eil dich nicht.« Der warme Ton, mit dem er sprach, hätte mir auffallen müssen, aber ich achtete nicht darauf. Ich eilte in das Wohnzimmer und sah dort Mr. Kriegel beim Frühstückssitzen, Rohstock und eine Zeitung neben sich. Er hielt einen offenen Brief in der Hand. Ein Geburtstagskorb war nicht da. »David Copperfield«, sagte Mrs. Kriegel und führte mich zum Sofa und setzte sich neben mich. »Ich habe etwas Besonderes mit dir zu reden. Ich habe dir etwas mitzuteilen, mein Kind.« Mr. Kriegel, zu dem ich natürlich hinschielte, schüttelte nur den Kopf, ohne mich anzusehen und verschluckte einen Seufzer mit einem großen Stück Butterbrot. »Du bist noch zu jung, um zu wissen, wie die Welt sich mit jedem Tag verändert,« sagte Mrs. Kriegel, »und wie die Menschen dahin gehen. Aber wir alle müssen daran glauben,« sagte David, »manche von uns in der Jugend, manche im Alter, »manche haben es das ganze Leben vor Augen.« Ich sah sie mit Spannung an. »Befanden sich alle wohl, als du nach den Ferien von zu Hause wegreistest?« fragte Mrs. Kriegel nach einer Pause. »War deine Mama wohl?« Ich zitterte, ohne recht zu wissen, warum, sah sie noch immer mit großem Ernst an, konnte aber nicht antworten. Sie fuhr fort. »Weil ich dir zu meinem größten Kummer sagen muß, dass deine Mutter sehr krank ist, wie ich heute Morgen erfuhr.« Ein Nebel bildete sich zwischen Mrs. Kriegel und mir, und ihre Gestalt schien einen Augenblick zu schwanken. Dann stürzten mir die brennenden Tränen aus den Augen, und ich sah sie wieder deutlich neben mir sitzen. »Sie ist sehr gefährlich krank.« »Jetzt wußte ich alles.« »Sie ist gestorben.« Sie hätte es nicht auszusprechen brauchen. Ich hatte bereits einen verzweifelten Schmerzensschrei ausgestoßen und begriff, dass ich eine Weise war in der weiten Welt. Mrs. Kriegel benahm sich sehr gütig zu mir. Sie behielt mich den ganzen Tag bei sich im Zimmer und ließ mich nur manchmal allein. Und ich weinte, bis ich vor Erschöpfung einschlief und wachte auf und jammerte wieder. Als ich nicht mehr weinen konnte, fing ich an zu grübeln. Da wurde mir die Brust noch enger, und mein Gram schwoll zu einem dumpfen Schmerz an, für den es keine Linderung gab. Und doch flatterten meine Gedanken herum und blieben nicht fest an dem Unglückhaften, das mich niederdrückte. Ich dachte an unser Haus, wie es nun verschlossen und öde wäre. Ich dachte an das kleine Kindchen, das, wie Mrs. Kriegel sagte, seit einiger Zeit hinsiechte und, wie man fürchte, wohl auch sterben würde. Ich dachte an meines Vaters Grab auf dem Kirchhof neben unserem Hause und dass meine Mutter jetzt auch bald unter dem mir so bekannten Baume ruhen werde. Ich stellte mich auf den Stuhl, als man mich allein gelassen und blickte in den Spiegel, um zu sehen, wie rot meine Augen und bekümmert meine Züge seien. Ich fragte mich nach einigen Stunden, ob meine Tränen wirklich versiegt wären, wie es der Fall zu sein schien. Das schmerzte mich außer meinem Verlust am meisten, wenn ich an das Nachhausegehen dachte. Sollte ich doch dem Leichenbegräbnis beiwohnen. Dann hatte ich die Empfindung, als ob mich etwas vor den übrigen Knaben auszeichne und dass ich in meiner Betrübnis eine wichtige Person sei. Wenn jemals ein Kind einen aufrichtigen Schmerz fühlte, so war ich es, aber ich erinnere mich, dass diese Wichtigkeit mir eine Art Trost gewährte, als ich nachmittags während der Schulstunden allein auf dem Spielplatz herumging. Wenn die Schüler aus dem Fenster nach mir herunterblickten, fühlte ich mich ausgezeichnet und sah noch kramvoller drein und ging langsamer. Als die Schule aus war und sie herauskamen und mich anredeten, rechnete ich es mir wie Güte an, dass ich mich nicht stolz gegen sie benahm und sie alle ebenso sehr beachtete wie früher. Ich sollte am nächsten Abend nach Hause fahren, aber nicht mit der Nachtpost, sondern mit der gewöhnlichen Postkutsche, die man den Landwagen nannte, weil sie meist von Bauern benutzt wurde, die nur kurze Strecken reisten. Das Geschichtenerzählen unterblieb für diesen Abend, und Trattles bestand darauf, mir sein Kissen zu leihen. Ich begriff nicht, was es mir helfen sollte, aber der arme Kerl hatte sonst nichts herzugeben, außer einem Bogen Papier voll gerippen, den er mir zum Abschied als Tröster für meinen Schmerz und zum Wiederherstellen meines Seelenfriedens schenkte. Ich verließ Sale im Haus nachmittags und ahnte nicht, dass ich nicht wieder zurückkehren sollte. Wir fuhren die ganze Nacht hindurch sehr langsam und erreichten Jarmuth erst um zehn Uhr morgens. Ich schaute nach Mr. Barkis aus, aber er war nicht da, und an seiner Stelle erschien am Kutschenfenster ein dicker, kurzatmiger, fröhlich aussehender, kleiner, alter Mann in schwarzem Anzug mit fadenscheinigen schwarzen Schleifen an den Kniehosen und einem breitkrempigen Hut und sagte »Master Copperfield«, »ja, Sir«, »wenn Sie mit mir kommen wollen, junger Herr«, und er öffnete die Tür, so werde ich das Vergnügen haben, Sie heimzubringen. Ich gab ihm eine Hand und hätte gern gewusst, wer er wäre. Dann gingen wir in einen Laden in einer engen Gasse, über dem geschrieben stand »Omer«, »Tuchhändler«, »Schneider«, »Hutmacher«, »Leichenbesorger« und so weiter.« Es war ein kleiner, dumpfer Laden, voll von fertigen und halbfertigen Kleidern aller Art, am Fenster hingen Filzhüte und Mützen. Wir traten in ein kleines Stübchen hinten, wo drei junge Mädchen eine große Menge schwarzen Stoffes verarbeiteten, der über den ganzen Tisch ausgebreitet war, während kleine Schnitzel davon auf dem ganzen Fußboden verstreut lagen. Es brannte ein starkes Feuer im Ofen, und ein erstickender Gerucht von warmem, schwarzem Krepp erfüllte die Luft. Die drei Mädchen, die sehr munter und fleißig zu sein schienen, hoben einen Augenblick ihre Köpfe und nähten dann weiter. Gleichzeitig tönte aus einem Arbeitsschuppen auf dem kleinen Hof vor dem Fenster ein taktmäßiges Hämmern herein. Ratatat, 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 ohne Unterbrechung. »Nun«, sagte mein Führer zu einem der drei Mädchen, »Wie weit bist du, Minnie?« »Wir werden schon rechtzeitig zum Anprobieren fertig sein«, antwortete die Gefragte munter, ohne aufzublicken. »Hab keine Angst, Vater.« Mr. Omer nahm den breitkrempigen Hut ab, setzte sich nieder und keuchte. Er war so dick, dass er einige Zeit brauchte, ehe er sagen konnte, »da bin ich froh.« »Vater«, sagte Minnie lustig, »du wirst dick wie eine Robbe.« »Ich weiß auch nicht, wie's kommt, aber es ist so.« »Du bist so bequem, dass siehst du's. Du nimmst die Dinge zu leicht.« »Es hat keinen Zweck, sie anders zu nehmen, mein Herz«, meinte Mr. Omer, »Nein, wahrhaftig nicht«, gab seine Tochter zur Antwort. »Wir sind alle fröhlich hier, Gott sei Dank, nicht wahr, Vater?« »Hoffentlich, mein Kind. Da ich jetzt wieder Luft gekriegt habe, will ich diesem jungen Gelehrten Maß nehmen. Wollen Sie so gut sein und mit mir in den Laden kommen, Master Copperfield?« Ich ging vor Mr. Omer her, nachdem er mir ein Stück Tuch gezeigt hatte, das, wie er sagte, extra superfein sei und für alles andere als für Trauer um Eltern zu fein wäre, nahm er mehr Maß und schrieb es in sein Buch. Während er die Zahlen notierte, wies er auf sein Warenlager und auf gewisse Moden, die eben aufgekommen, und andere, die wieder abgekommen waren. »Und dabei verlieren wir oft viel Geld«, sagte er, »die Moden sind wie die Menschen, sie kommen und gehen, und niemand weiß wann, warum und wieso. Meiner Meinung nach ist alles wie das Leben, wenn man es von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet.« Mir war viel zu kummervoll zumute, als daß ich mich auf das Gespräch, das wohl auch unter andern Umständen über mein Begriffsvermögen gegangen wäre, hätte einlassen können. Mr. Omer führte mich wieder keuchend zurück in die Stube. Dann rief er eine kleine Treppe hinab, »Bring den Tee herauf und Butterbrot«, was nach einiger Zeit, währenddessen ich mich umgeschaut und nachgegrübelt, dem Nähen in der Stube zugesehen und dem Hämmern im Hof draußen zugehört hatte, auf einem Präsentierbrett erschien und für mich bestimmt war. »Ich kenne Sie schon lange, mein junger Freund«, sagte Mr. Omer, während er mir beim Frühstück zusah, von dem ich nur wenig genießen konnte, weil mir die schwarze Umgebung jeden Appetit benahm. »Wirklich, Sir?« »Seit Sie auf der Welt sind, fast noch länger.« »Ich kannte doch Ihren Vater.« »Er war fünf Fuß, neuneinhalb Zoll hoch und liegt fünfundzwanzig Fuß tief in der Erde.« »Ratatatat, ratatat, ratatat, ratatat«, klang es draußen im Hofe. »Er liegt fünfundzwanzig Fuß in der Erde«, sagte Mr. Omer, aufgeräumt. »Entweder auf sein oder auf ihr Verlangen, ich weiß es nicht mehr genau.« »Wissen Sie, was mein kleiner Bruder macht, Sir?« fragte ich. Mr. Omer schüttelte den Kopf. »Ratatatat, ratatatat, ratatatat«, »er liegt in seiner Mutter Armen«, sagte er endlich. »Ach, armer kleiner Junge, ist er tot?« »Grämen Sie sich nicht mehr, als Sie müssen«, sagte Mr. Omer. »Das Kind ist tot.« »Meine Wunde brach von neuem auf.« »Ich schob das kaum berührte Frühstück zurück, stand auf und legte den Kopf auf den anderen Tisch in einer Ecke des kleinen Zimmers.« Minnie räumte hastig auf, damit ich die Trauersachen nicht mit meinen Tränen benetze. Sie schien ein hübsches, gutherziges Mädchen zu sein und strich mir mit sanfter, freundlicher Hand das Haar aus dem Gesicht, aber sehr heiter, weil sie fast mit ihrer Arbeit fertig war und so ganz anders als ich. Jetzt hörte das Hämmern auf und ein junger, hübscher Bursche kam über den Hof ins Zimmer. Er hatte einen Hammer in der Hand und den Mund voll kleiner Nägel, die er herausnehmen mußte, ehe er reden konnte. »Nun, Joram«, sagte Mr. Omer, »bist du auch fertig?« »All right«, sagte Joram, »fertig, Sir.« Minnie wurde ein wenig rot und die anderen beiden Mädchen lächelten. »Du hast also gestern bei Licht gearbeitet, was?« »Als ich im Club war, nicht wahr?«, fragte Mr. Omer und kniff ein Auge zu. »Ja«, nickte Joram, »dass sie sagten, wir sollten einen kleinen Ausflug machen und zusammen hinüberfahren, wenn wir fertig würden, Minnie und ich und sie.« »Ach so, ich dachte schon, du wolltest mich ganz weglassen«, sagte Mr. Omer und lachte, bis er husten musste. »Dass sie so gut waren, das zu fragen«, fuhr der junge Mann fort, »hab ich mich eben ordentlich dazu gehalten.« »Wollen Sie sich's einmal ansehen?« »Ja«, sagte Mr. Omer und stand auf. »Master«, und er wandte sich an mich, »wollen Sie vielleicht Ihrer?« »Nein, Vater«, unterbrach ihn Minnie. »Ich dachte, es wäre ihm angenehm«, sagte Mr. Omer, »aber du hast ganz recht, mein Schatz.« »Ich weiß nicht, wieso ich erriet, dass er sich meiner lieben Mutter Sarg ansehen wollte.« Ich hatte noch nie einen Zimmern hören, aber ich begriff langsam, was das Hämmern von vorhin bedeutete, und als der junge Mann wieder eintrat, wußte ich ganz bestimmt, woran er gearbeitet hatte. Da die Arbeit jetzt fertig war, bürsteten die beiden anderen Mädchen die Schnitzel und Fäden von ihren Kleidern und gingen in den Laden hinaus, um aufzuräumen und auf Kunden zu warten. Minnie blieb zurück, um die fertig gewordene Arbeit zusammenzufalten und in zwei Körbe zu packen. Sie kniete dabei und summte ein munteres Lied. Joram, indem ich ohne Mühe ihren Geliebten erkannte, kam herein und raubte ihr einen Kuss und sagte, »Ihr Vater sei nach dem Wagen gegangen, und er müsse sich auch reisefertig machen.« Dann ging er wieder hinaus, und sie steckte einen Fingerhut und eine Schere in die Tasche und eine Nadel mit schwarzem Zwirn in ihrem Brustlatz und machte sich dann schön vor einem kleinen Spiegel hinter der Tür, in dem ich ein fröhliches Gesicht sehen konnte. Alles dies bemerkte ich, während ich an dem Tisch in einer Ecke saß, den Kopf in die Hand gestützt, im Geiste ganz anderswo. Der Wagen fuhr bald vor, und nachdem man zuerst die Körbe und dann mich hineingehoben, stiegen die drei anderen ein. Ich erinnere mich, es war halb ein Korb, halb ein Möbelwagen, dunkel angestrichen und von einem Rappen mit langem Schweif gezogen. Ich glaube, ich habe niemals eine so seltsame Empfindung gehabt wie auf dieser Fahrt, wenn ich mir vor Augen hielt, woran sie gearbeitet hatten und wie sie sich jetzt über die Reise freuten. Ich hegte keinen Groll gegen sie, scheute mich vor ihnen wie vor Wesen, die keine Gemeinschaft mit mir hatten, sie waren alle bester Laune. Der Alte saß auf dem Kutschbock, und die beiden jungen Leute saßen hinter ihm, und wenn er etwas sagte, beugten sie sich links und rechts von seinem pausbäckigen Gesicht vor und kümmerten sich sehr um ihn. Sie würden wohl auch mit mir gesprochen haben, wenn ich mich nicht scheu in eine Ecke zurückgezogen hätte, ganz entsetzt über ihre Liebelei und ihre Fröhlichkeit, die zwar nicht lärmend war, mich aber doch in eine Art Staunen versetzte, dass der Himmel keine Strafe für ihre Herzenshärte herabsandte. Wenn sie anhielten, um das Pferd zu füttern und selbst aßen und tranken und sich vergnügten, konnte ich nichts anrühren und blieb nüchtern. Als wir unser Haus erreichten, schlüpfte ich so schnell wie möglich hinaus aus dem Wagen, um nicht in ihrer Gesellschaft vor diese geweihten Fenster treten zu müssen, die mich anblickten wie geschlossene Augen, die einst hell geglänzt. Ach, wie wenig Ursache hatte ich zu sorgen, dass ich keine Tränen mehr haben würde, als ich die Fenster meiner Mutter sah und hinter ihnen das Zimmer, das in besseren Zeiten auch das meine gewesen war. Ich lag in Peggottys Armen, ehe ich noch zur Tür kam, und sie brachte mich in das Haus. Ihr Schmerz brach heftig aus, als sie mich erblickte, aber bald bezwang sie sich und sprach flüstern und ging auf den Zehen, wie um die Tote nicht zu stören. Sie war seit langem nicht ins Bett gekommen, sie wachte jetzt noch jede Nacht. Solange ihr armer, süßer Liebling über der Erde weilte, sagte sie, wollte sie ihn nicht verlassen. Mr. Murdstone nahm keine Notiz von mir, als ich in die Wohnstube trat. Er saß in seinem Lehnstuhl neben dem Kamin und weinte still vor sich hin. Miss Murdstone, die emsig an dem mit Briefen und Papieren bedeckten Tische schrieb, reichte mir ihre eisigen Fingernägel und fragte mich mit kaltem Flüstern, ob mir die Trauerkleider angemessen worden wären. Ich sagte, ja. Und hast du deine Wäsche mitgebracht? Ja, Madame, ich habe alle meine Kleider mitgenommen. Das war der ganze Trost, den sie mir in ihrer Festigkeit spendete. Ich glaube, dass sie ein besonderes Vergnügen daran fand, ihre sogenannte Selbstbeherrschung, Festigkeit und Charakterstärke und das ganze übrige höllische Repertoire ihrer unliebenswürdigen Eigenschaften bei dieser Gelegenheit zu offenbaren. Besonders stolz schien sie auf ihre Geschäftskenntnis zu sein und bewies sie, indem sie alles zu Papier brachte und sich von nichts rühren ließ. Den ganzen Tag und noch den nächsten Morgen bis zum Abend saß sie an diesem Schreibtisch, kratzte unbeirrt mit einer harten Feder, sprach zu jedermann mit dem gleichen teilnahmslosen Geflüster, und kein Muskel ihres Gesichts und kein Ton ihrer Stimme bilderten sich einen Augenblick. Ihr Bruder nahm manchmal ein Buch vor, aber las nicht darin. Eine ganze Stunde lang wendete er kein Blatt um, legte es dann wieder hin und ging im Zimmer auf und ab. Ich saß meist da mit gefalteten Händen, beobachtete ihn stundenlang und zählte seine Schritte. Er sprach sehr selten mit seiner Schwester und nie mit mir. Er schien außer den Uhren das einzig ruhelose Wesen in dem ganzen toten stillen Hause zu sein. In diesen Tagen vor dem Begräbnis bekam ich Pegotti nur selten zu Gesicht. Bloß, wenn ich die Treppe hinauf und hinunterging, fand ich sie immer in unmittelbarer Nähe des Zimmers, wo meine Mutter und ihr Kind lagen. Und jeden Abend kam sie an mein Bett und blieb bei mir, bis ich anschlief. Ein oder zwei Tage vor dem Leichenbegräbnis nahm sie mich mit in das Zimmer. Ich erinnere mich nur noch, dass unter einem weißen Laken auf dem Bett, das wundervoll rein und frisch aussah, die Verkörperung der feierlichen Stille, die im Hause herrschte, zu liegen schien. Und dass ich, als sie das Tuch sanft wegziehen wollte, schrie »Nein, nein« und ihre Hand zurückhielt. Wenn das Begräbnis gestern gewesen wäre, könnte ich mich seiner nicht besser erinnern. Das Aussehen des Besuchszimmers, als ich hereintrat, der schnelle Schein des Feuers, der glänzende Wein in den Karaffen, die Muster der Gläser und Teller, der schwache, süße Duft der Kuchen, der Geruch von Miss Murdstones Kleid und unseren Trauerkleidern, alles steht wieder vor mir. Mr. Chilip ist anwesend und spricht mich an. »Und wie geht's denn, Master David?« fragte er freundlich. »Ich kann ihm doch nicht sagen, gut. Ich gebe ihm meine Hand und er hält sie fest.« »Mein Gott«, und er lächelt schüchtern und etwas glänzt in seinen Augen. »Unsere kleinen Freunde wachsen in die Höhe um uns her. Wir verlieren sie fast aus den Augen, Madam.« Das sagte er zu Miss Murdstone, bekommt aber keine Antwort. »Wir haben große Fortschritte gemacht, Madam.« Miss Murdstone antwortet mit einem Stirnrunzeln und einem steifen Knicks. »Mr. Chilip geht verschüchtert in eine Ecke und zieht mich zu sich und tut den Mund nicht mehr auf.« Ich bemerke das, weil ich alles bemerke, was geschieht. Nicht, weil ich meinetwegen Acht gebe oder es seit meiner Ankunft getan hätte. Und jetzt fängt die Totenglocke zu läuten an, und Mr. Omer und ein anderer Mann kommen und ordnen uns. Wie mir Peggott die vor langer Zeit erzählt hat, haben sich die Leidtragenden, die schon meinen Vater zum Grabe folgten, in demselben Zimmer geordnet. Der Leichenzug besteht aus Mr. Murdstone, Mr. Graper, Mr. Chilip und mir. Wie wir zur Tür herausdrehen, sind die Träger mit ihrer Bürde schon im Garten und schreiten vor uns her den Steig entlang an den Ulmen vorbei und durch das Gartentor zum Friedhof, wo ich so manchen Sommermorgen die Vögel habe, singen hören. Wir stehen um das Grab herum. Der Tag scheint mehr anders als jeder andere Tag, und das Licht hat seine Farbe verloren. Dann herrscht die feierliche Stille, die wir herausgetragen haben mit dem, was jetzt in der Erde ruht. Wir stehen entblößten Hauptes da, und ich höre die Stimme des Geistlichen hier im Freien so fern und doch so deutlich klingen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, spricht der Herr. Dann höre ich schluchzen. Ich stehe gesondert von den Übrigen und sehe die gute und treue Dienerin, die ich von allen Menschen auf Erden am meisten liebe und zu der, wie mein kindliches Herz fest überzeugt ist, der Herr eines Tages sagen wird, Du hast wohlgetan. Es sind viele bekannte Gesichter da in der kleinen Menge, die ich von der Kirche her kenne, Gesichter, die meine Mutter noch kannten, als sie in ihrer Jugendblüte in das Dorf gekommen war. Ich kümmere mich nicht um sie, ich kümmere mich nur um meinen Schmerz, und doch sehe ich sie und kenne sie alle und sehe selbst weit im Hintergrund Minnie zuschauen und auf ihren Schatz blicken, der in meiner Nähe steht. Es ist vorbei, und das Grab ist zugeschüttet, und wir wenden uns wieder heimwärts. Vor uns steht unser Haus, so schmuck und unverändert, so fest verknüpft in meiner Seele mit dem Jugendbild derer, die nicht mehr ist. All mein Schmerz ist nichts gegen den, den ich jetzt fühle, Aber sie führen mich fort, und Mr. Chilip redet mir zu, und wie wir daheim sind, benetzt er meine Lippen mit Fasser, und als ich ihn um Erlaubnis bitte, auf mein Zimmer gehen zu dürfen, entlässt er mich mit der Zärtlichkeit einer Frau. Alles das kommt mir vor, als wäre es gestern geschehen. Ereignisse einer späteren Zeit sind fortgeweht, an jene Küste, wo alles Vergessene dir einst wiederkommt, doch dieses ragt vor mir wie ein hoher Fels im weiten Meer. Ich wusste, dass Pegody in mein Zimmer kommen würde. Die Sabbatstille tat uns beiden wohl. Sie setzte sich neben mich auf mein kleines Bett, nahm meine Hand, drückte sich von Zeit zu Zeit an ihre Lippen und streichelte sie, wie sie wohl mein kleines Brüderchen gestreichelt haben mochte, und erzählte mir in ihrer schlichten Art, wie alles gekommen war. Sie fühlte sich seit langer Zeit gar nicht mehr recht wohl, sagte Pegody. Sie fühlte sich nicht glücklich. Als das Kleine zur Welt kam, dachte ich, es würde mit ihr besser werden, aber sie war angegriffener als je und schwand dahin mit jedem Tag. Vor der Geburt des Kindes pflegte sie viel, allein zu sitzen, und dann weinte sie. Aber später sang sie ihm vor, so leise, dass ich manchmal dachte, es sei wie eine Stimme in der Luft, die langsam verklingt. Ich glaube, sie wurde in der letzten Zeit immer verschüchterter und furchtsamer, und ein hartes Wort war für sie ein Schlag. Aber gegen mich blieb sie immer die gleiche. Sie wurde nie anders gegen ihre einfaltige Pegody, mein süßes Mädel. Hier hielt Pegody inne und klopfte mir ein Weilchen sanft die Hand. »Das letzte Mal, wo sie ganz wieder schien wie früher, war an jenem Abend, wo du nach Hause kamst, mein Liebling. Und am Tag, als du fortgingst, sagte sie zu mir, »Ich werde meinen Herzensliebling nie mehr wiedersehen.« Eine Stimme sagt es mir, »Und ich weiß, dass sie die Wahrheit spricht.« Sie versuchte dann, heiter zu erscheinen, und manchmal, wenn sie zu hören bekam, sie wäre gedankenlos und leichtsinnig, tat sie so, als ob sie's wäre. Aber es war schon alles vorbei. Sie sagte ihrem Manne nichts, bis eines Abends, kaum eine Woche, ehe sie starb, da sagte sie zu ihm, »Ich glaube, ich sterbe bald.« »Jetzt hab ich vom Herzen herunter, Pegody«, sagte sie dann zu mir, als ich sie an diesem Abend zu Bett brachte. »Es wird ihm in den wenigen Tagen, die ich noch zu leben habe, deutlicher und deutlicher werden, dem Armen.« »Und dann ist's vorbei.« »Ich bin sehr müde.« »Wenn es nur Schlaf ist, so bleibe bei mir sitzen und verlaß mich nicht.« »Gott segne meine beiden Kinder.« »Gott beschütze und behüte meinen vaterlosen Jungen.« »Seitdem habe ich sie nicht mehr verlassen«, sagte Pegody. »Sie sprach oft mit den beiden da unten, denn sie liebte sie.« »Sie konnte nicht anders.« »Sie musste jeden lieben, der in ihrer Nähe war.« »Aber wenn sie von ihrem Bette weggegangen waren, da musste ich kommen, als ob nur Ruhe sein könnte, wo Pegody war, und nie konnte sie anders einschlafen.« Am letzten Abend küßte sie mich und sagte, »Wenn das Baby mit mir sterben sollte, Pegody, so sollen sie es mir in die Arme legen und uns zusammen begraben.« »Und mein lieber Sohn soll zu meinem Grabe gehen,« sagte sie, »Erzähle ihm, daß ich ihn, als ich hier lag, nicht einmal, sondern tausendmal gesegnet habe.« Wieder folgte eine Pause des Schweigens, und Pegody klopfte mir wieder sanft die Hand. Es war schon spät in der Nacht, da verlangte sie zu trinken, und als sie getrunken hatte, da lächelte sie mich so geduldig und lieb und schön an. Der Tag brach an, und die Sonne ging eben auf, als sie mir erzählte, wie gütig und rücksichtsvoll Mr. Copperfield immer gegen sie gewesen war, wie er mit ihr Geduld gehabt und ihr immer, wenn sie an sich selbst zweifelte, versichert hatte, dass ein Herz voll Liebe besser und stärker sei als alle Weisheit, und dass ihn ihre Liebe glücklich mache. »Liebe Pegody«, sagte sie dann, »lege mich näher an dich heran«, »so schwach war sie schon, lege deinen lieben Arm unter meinen Kopf und wende mein Gesicht dir zu, denn deine Züge gehen immer weiter von mir weg, und ich will dir so nahe sein.« »Ich tat, wie sie verlangte, und ach, Davy, die Zeit war gekommen, wo das wahr wurde, was ich dir einmal gesagt habe. Sie war froh, ihren armen Kopf auf den Arm ihrer einfältigen, mürrischen, alten Pegody legen zu können. Sie starb wie ein Kind, das einschläft.« So endigte Pegottys Erzählung. Von dem Augenblick an, wo ich den Tod meiner Mutter erfuhr, war das Bild, das ich mir von ihr zuletzt machte, verschwunden. Von dem Augenblick an erinnerte ich mich ihrer bloß als der jungen Mutter meiner frühesten Kindheit, die ihre glänzenden Locken um ihre Finger zu wickeln und im Zwielicht mit mir im Zimmer herunzutanzen pflegte. Mit ihrem Tode schwebte ihr Bild zurück in ihre ruhige, ungestörte Jugendzeit, und alles Übrige war ausgelöscht. »Die Mutter, die im Grabe ruht, ist die Mutter meiner Kindheit. Das kleine Wesen in ihren Armen ist, wie ich einst gewesen war und liegt an ihrem Busen eingelullt auf ewig.« Ende des neunten Kapitels Zehntes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zehntes Kapitel »Ich werde vernachlässigt, und man bringt mich unter.« Das Erste, was miß Murdstone am Tag nach dem Begräbnis tat, war, dass sie Päggotty für den kommenden Monat kündigte. So sehr Päggotty eine solche Stelle mißfallen mußte, so hätte sie sie doch um meinetwillen jeder andern auf der Welt vorgezogen. Was mich betraf und meine Zukunft fiel kein Wort, und es geschah auch nichts. Sie wären wahrscheinlich froh gewesen, wenn sie mir auch hätten monatlich kündigen können. Ich fasste mir einmal ein Herz und fragte miß Murdstone, wann ich wieder in die Schule gehen werde, und sie antwortete, »Wahrscheinlich überhaupt nicht mehr.« Weiter erfuhr ich nichts. Ich hätte nur zu gerne gewußt, was man mit mir vorhabe, aber weder Päggotty noch ich konnten das Geringste herausbekommen. Meine Lage hatte sich, was die Gegenwart betrifft, zwar viel angenehmer gestaltet, würde mir aber, wenn ich die Folgen hätte gehörig ermessen können, für die Zukunft viel Sorgen gemacht haben. Der mir früher auferlegte Zwang hatte ganz aufgehört. Miss Murdstone zwang ich mich, mehr wie früher, meinen langweiligen Posten in der Wohnstube beizubehalten, und wies mich mehr als einmal mit finsterem Blick aus dem Zimmer. Ich durfte ruhig mit Päggotty verkehren, wenn ich nur nicht Mr. Murdstone vor die Augen kam. Anfangs fürchtete ich, er oder seine Schwester würden mich wieder zu unterrichten anfangen, aber ich fand bald, dass meine Besorgnis unbegründet war und ich weiter nichts als Vernachlässigung zu gewärtigen hatte. Diese Entdeckung verursachte mir damals nicht viel Schmerz. Noch immer ganz betäubt von dem Tod meiner Mutter war mir alles andere recht gleichgültig. Wohl dachte ich mir zuweilen, ob ich nicht zu einem schäbigen, mürrischen Mann, der im Dorfe sein Leben im Nichtstun verlungern würde, heranwachsen müsste, wenn ich sogar keinen Unterricht mehr empfinge. Ich weiß noch, ich habe einmal überlegt, ob ich nicht wie der Held eines Romans davonlaufen sollte, um mein Glück zu machen, aber alles das waren Träume am helllichten Tag, die an der Wand meines Zimmers vorüberschwebten und nur die leere Wand zurückließen. »Peggottie«, sagte ich, gedankenvoll flüsternd, eines Abends, als ich meine Hände am Herdfeuer wärmte, »Mr. Murdstone hat mich noch weniger gern als früher. Er hat mich nie gern gehabt, aber jetzt möchte er mich am liebsten gar nicht mehr sehen.« »Vielleicht hat er Kummer«, sagte Peggottie und strich mir die Haare glatt. »Ich bin gewiss auch voll Trauer, Peggottie«, erwiderte ich, »wenn es nur sein Gram wäre, würde ich weiter nichts darüber nachdenken. Aber das ist's nicht, oh nein, so ist's nicht.« »Woher weißt du denn das?« fragte Peggottie nach einer Pause. »Oh, Kummer ist es nicht. Jetzt, wo er mit seiner Schwester am Kamin sitzt, hat er wohl Kummer. Aber wenn ich hinein ginge, Peggottie, würde er sogleich anders werden.« »Wie denn?« fragte Peggottie. »Zornig«, antwortete ich und machte unwillkürlich sein Stirnrunzel nach. »Wenn es nur Gram wäre, würde er mich doch nicht so ansehen. Ich grimme mich auch, aber das macht mich nur freundlicher gegen andere.« Peggottie sagte nichts mehr darauf und ich wärmte meine Hände stumm wie sie. »Davie«, sagte sie endlich. »Ja, Peggottie?« »Ich habe alles Mögliche versucht, mein liebes Kind hier in Blunderstone einen passenden Dienst zu bekommen, aber ich konnte keinen finden.« »Und was gedenkst du zu tun, Peggottie?« und ich sah sie forschend an. »Willst du fortgehen und dein Glück anderwärts versuchen?« »Ich werde wohl nach Yarmouth gehen müssen,« sagte Peggottie. »Du hättest noch weiter fortgehen und so gut wie verloren für mich sein können,« sagte ich ein wenig erleichtert. »So kann ich dich manchmal besuchen, meine gute alte Peggottie. Du bist doch dort nicht am Ende der Welt, nicht wahr?« »Ganz im Gegenteil, so Gott will,« rief Peggottie mit großer Lebhaftigkeit. »Solang du hier bist, mein Herzblatt, komme ich dich jede Woche besuchen. Jede Woche einmal, solange ich lebe.« Dies Versprechen nahm mir einen Stein vom Herzen. Aber Peggottie fuhr fort. »Schau mal, Davy. Ich gehe zuvorderst einmal auf vierzehn Tage zu meinem Bruder auf Besuch, um mich ein bisschen umzusehen und wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Da habe ich mir gedacht, da sie dich hier sowieso nicht brauchen können, lassen sie dich vielleicht mit mir gehen.« Jedenfalls war dieser Plan das Einzige, was mich in dieser damaligen Gemütsstimmung irgendwie aufhellen konnte. Der Gedanke, wieder auf diesen ehrlichen Gesichtern einen Willkommensgruß lesen zu können, wieder den Frieden des stillen Sonntagmorgens zu genießen, wenn die Glocken läuten, die Schiffe schattengleich aus dem Nebel brechen, wieder Steine ins Wasser werfen zu können, mit der kleinen Emily herumzustreifen, ihr meine Leiden zu erzählen und ein Zaubermittel dagegen in den Muscheln und Kieseln am Strande zu finden, erfüllte mein Herz mit besänftigender Ruhe. Freilich wurde sie schon im nächsten Augenblick von dem Gedanken zerstört, dass Miss Murtstone schwerlich einwilligen werde. Aber noch während wir sprachen, kam Miss Murtstone plötzlich heraus, um etwas aus der Vorratskammer zu holen, und Pegotti brachte die Angelegenheit mit einer Kühnheit, die mich in Erstaunen versetzte, sogleich zur Sprache. »Der Junge wird dort herumlungern,« sagte Miss Murtstone und spähte in einen Krug mit Essiggurken, »und nichts tun ist die Wurzel alles Bösen. Aber freilich, hier wird er auch nichts tun, und anderer wird's auch nicht.« Pegotti hatte eine heftige Antwort auf der Zunge, aber sie schluckte sie herunter um meinetwillen und schwieg. »Meinte Miss Murtstone dann und späte immer noch in den Essiggrug.« »Es ist wichtiger als alles andere, es ist sogar von außerordentlicher Wichtigkeit, dass mein Bruder nicht gestört und belästigt wird. Es ist wohl am besten, ich willige ein.« Ich bedankte mich bei ihr, ohne meine Freude zu verraten, damit sie nicht etwa ihre Erlaubnis zurückzöge, und mir kam das sehr klug vor, als sie mich jetzt wieder mit einem so sauren Gesicht ansah, als hätte sie mit ihren schwarzen Augen den ganzen Inhalt des Essiggrugs ausgesogen. Die Erlaubnis war gegeben und wurde auch nicht zurückgezogen, und als der Monat um war, standen Pegotty und ich zur Abfahrt bereit. »Mr. Barkis kam ins Haus, um Pegotys Koffer abzuholen. Soviel ich weiß, hatte er noch nie die Schwelle der Gartentür überschritten, aber bei dieser Gelegenheit kam er bis ins Haus. Und als er den größten Koffer auf seine Schulter und lud und hinausging, warf er mir einen so vielsagenden Blick zu, wie es sein Gesicht überhaupt vermochte. Pegotty war natürlich sehr betrübt über ihren Abschied von dem Ort, wo sie so lange Jahre mit meiner Mutter und mir zugebracht hatte. Sie war schon in aller Frühe auf dem Kirchhof gewesen, und als sie im Wagen saß, hielt sie sich das Taschentuch vor die Augen. Solange sie so blieb, gab Mr. Barkis kein Lebenszeichen von sich. Er saß auf seinem gewohnten Platz und in seiner bekannten Haltung wie eine große ausgestopfte Puppe. Aber als sie das Taschentuch einsteckte und mit mir zu sprechen anfing, nickte er mehrere Male und grinste. Ich hatte keine Ahnung, was er damit sagen wollte. »Es ist ein schöner Tag, Mr. Barkis,« begann ich aus purer Höflichkeit. »Nicht schlecht,« meinte Mr. Barkis, der gewöhnlich seine Worte sehr abwog und seine Meinung nie offen heraussagte. »Peggottie hat sich schon wieder ganz erholt, Mr. Barkis,« bemerkte ich. »So?« »Hm?« sagte Mr. Barkis. Nachdem er mit schlauer Miene nachgedacht hatte, sah er Peggottie an und sagte, »Ist sie nun schon hübsch behaglich?« Peggottie lachte bejahend. »Aber wirklich und wahrhaftig? Verstehen Sie, wirklich?« brummte Mr. Barkis und rutschte auf der Bank näher an sie heran und gab ihr einen Stoß mit dem Ellbogen. »Wirklich?« »Wirklich und wahrhaftig. Ganz behaglich.« »Wirklich?« »Hä?« Bei jeder dieser Fragen rutschte Mr. Barkis näher zu ihr und gab ihr jedesmal einen Stoß mit dem Ellbogen, bis wir zuletzt alle in der linken Ecke des Wagens eingeklemmt saßen und ich kaum mehr atmen konnte. Peggottie machte ihn darauf aufmerksam, worauf er sogleich etwas Platz machte und nach und nach wieder zurückkehrte. Ich sah ihm an, dass er zu glauben schien, er sei auf ein prächtiges Mittel verfallen, sich ohne viel Worte angenehm, fein und deutlich auszudrücken. Eine Zeit lang lachte er vor sich hin. Dann wandte er sich wieder langsam nach Peggottie um und wiederholte »Also wirklich behaglich?« und fing das alte Manöver wieder an, bis ich abermals keinen Atem bekam. Nicht lange darauf wiederholte sich dasselbe noch einmal mit denselben Folgen, dann stand ich immer auf, wenn ich ihn anrücken sah und tat, als ob ich mir die Gegend ansähe und kam dabei viel besser weg. Er war so höflich, nur unsertwegen an einem Wirtshaus anzuhalten und uns mit Hammelbraten und Bier zu bewirten. Aber selbst einmal, als Peggottie gerade trank, bekam er einen seiner alten Anfälle und brachte sie fast zum Ersticken. Je mehr wir uns zu unserem Reiseziel näherten, desto mehr musste er aufpassen und desto weniger Zeit fand er für Galanterien. Und als wir erst auf dem Pflaster von Yarmouth durcheinander geschüttelt wurden, bot sich gar keine Gelegenheit mehr. Mr. Peggottie und Hamm erwarteten uns auf dem alten Platze. Sie empfingen mich und Peggottie in herzlicher Weise und schüttelten Mr. Barkis die Hand, der mit weit zurückgeschobenem Hut, ein verschämtes Lächeln auf den Zügen und weit ausgespreizten Beinen einen möglichst dummen Eindruck zu erwecken bemüht war. Jeder von den beiden Fischern nahm einen von Peggotties Koffern und wir wollten eben fortgehen, als mir Mr. Barkis feierlich mit dem Zeigefinger winkte, mit ihm unter einen Torweg zu treten. Also, brummte er dann, alles in Ordnung. Ich sah ihn an und antwortete mit einem Versuch, ein möglichst gescheites Gesicht zu machen. Oh, oh. Damals war's noch nicht abgemacht, fuhr er mit vertraulichem Nicken fort. Alles in Ordnung. Wieder antwortete ich, oh. Sie wissen, wer wollte? Er, Barkis, aber nur Barkis. Ich nickte zustimmend. Alles in Ordnung, sagte Mr. Barkis wieder und schüttelte mir die Hand. Wir sind Freunde, Sie haben's in Ordnung gebracht. Alles in Ordnung. In seinem Bestreben, besonders klar zu sein, wurde mir Mr. Barkis immer rätselhafter. Ich hätte ihm eine Stunde ins Gesicht sehen können, ohne von ihm mehr zu erfahren, als von dem Zifferblatt einer Uhr, die stillsteht. Endlich rief mich Peggottie weg. Unterwegs fragte sie mich, was er gesagt habe, und ich wiederholte seine Worte, alles in Ordnung. Ist das eine Unverschämtheit, sagte sie, aber es macht nichts. Lieber Davy, was meinst du wohl, wenn ich mich verheiratete? Nun, du würdest mich doch ebenso lieb haben wie jetzt, Peggottie, erwiderte ich nach einigem Nachdenken. Zum größten Erstaunen der vorübergehenden und der beiden Peggotties vor uns blieb die gute Seele stehen und umarmte mich unter vielen Beteuerungen ihrer unwandelbaren Liebe. Sag mir also, was du meinst, mein Liebling, fragte sie, als sie damit fertig war und wir unseren Weg fortsetzen. Wenn du dich mit Mr. Barkis verheiratest, Peggottie. Ja? Ich glaube, es wäre sehr gut. Dann hättest du immer das Pferd und den Wagen umsonst und könntest mich immer besuchen kommen. Was das Kind gescheit ist, rief Peggottie. Da das hab ich doch immer den ganzen Monat lang gedacht. Ja, mein Goldkind, ich wäre viel unabhängiger, siehst du, und es würde sich mir in meinem eigenen Hause viel leichter arbeiten als anderswo. Ich weiß gar nicht, ob ich mich zum Dienstmädchen bei Fremden jetzt noch eigne, und ich wäre immer in der Nähe der Ruhestätte meines schönen Lieblings, fügte sie nachdenklich hinzu. Ich könnte sie sehen, wann ich wollte, und wenn ich mich einmal zur Ruhe lege, wär's nicht weit von meinem lieben Mädel. Wir schwiegen beide eine Weile. Aber ich würde nicht ein einziges Mal wieder dran denken, sagte Päggotty fröhlich, wenn mein Davy irgend etwas dagegen hätte, und wenn ich auch dreißigmal dreißig in der Kirche gefragt würde, und den Ring mein Lebtag in der Tasche herumtragen müßte. Schau mich an, Päggotty erwiderte ich, und sieh selbst, ob ich mich nicht wirklich von ganzer Seele darüber freue. Liebes Herz, sagte Päggotty und rückte mich an sich, ich habe Tag und Nacht darüber nachgedacht, und in dieser Weise, und ich glaube in der Rechten, aber ich will es mir noch einmal überlegen und mit meinem Bruder darüber sprechen, und unterdessen wollen wir die Sache für uns behalten. Barkis ist ein einfacher guter Kerl, und wenn ich meine Pflicht an seiner Seite tue, glaube ich, wäre es meine Schuld, wenn ich mich nicht behaglich fände, sagte Päggotty und lachte herzlich. Über diesen Ausspruch von Mr. Barkis mussten wir immer wieder lachen, und wir waren sehr heiterer Laune, als Mr. Päggottys Häuschen in Sicht kam. Es sah genauso aus wie früher, nur schien es in meinen Augen jetzt ein wenig kleiner zu sein. Mrs. Gummidge wartete in der Tür, als ob sie seit damals immer noch dort stünde. Innen war alles unverändert bis zum Seegras hinab in den blauen Krug in meinem Schlafzimmer. Ich ging in den Seitenschuppen, um mich ein wenig umzusehen, und wieder war ein verworrener Haufen von Hummern, Krabben und Krebsen da, alle von demselben Verlangen, die ganze Welt zu zwicken, beseelt. Aber keine kleine Emily war zu sehen, und so fragte ich Mr. Päggottys nach ihr. »Ist in der Schule, Sir«, sagte Mr. Päggottys und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann sah er nach der Wanduhr, »Kommt all in zwanzig oder dreißig Minuten. Wir vermissen Sie alle, ach Gott.« Mrs. Gummidge seufzte. »Kopf hoch, Mähchen«, mahnte Mr. Päggottys. »Ach«, sagte Mrs. Gummidge, »ich bin ein einsam verlassenes Geschöpf, und sie war die einzige, die mich nicht die Quere ging.« Sie schüttelte tränen den Auges, den Kopf, und blies das Feuer an. Mr. Päggottys sah unsan, während sie so beschäftigt war, und flüsterte leise unter seiner Hand hervor, »de oltsch«. »Daraus schloß ich ganz richtig, dass seit meinem letzten Besuch in Mrs. Gummits Gemütszustand keine wesentliche Veränderung eingetreten sein konnte. Alles war so reizvoll wie früher, aber dennoch machte es einen ganz anderen Eindruck auf mich. Ich fühlte mich fast ein wenig enttäuscht. Vielleicht trug die Abwesenheit der kleinen Emily die Schuld. Da ich wusste, welchen Weg sie kommen musste, ging ich ihr entgegen. Es dauerte auch nicht lange, da tauchte in der Fernäne Gestalt auf, und ich erkannte bald Emily, die immer noch ein kleines Geschöpfchen war, trotzdem sie gewachsen schien. Aber als sie näher kam, und ich sah, wie ihre blauen Augen noch blauer, und ihr Gesicht mit den Grübchen noch heiterer, hübscher und schelmischer geworden, überkam ich ein ganz seltsames Gefühl, und ich tat, als ob ich sie nicht kennte, und ging vorbei, als ob ich weit draußen in der Ferne etwas erblickte. Ich habe dergleichen, mir scheint, auch später noch im Leben getan. Die kleine Emily kümmerte sich gar nicht um mich, sie sah mich recht gut, anstatt sich aber umzudrehen und mich zu rufen, rief sie lachend fort. Das zwang mich, ihr nachzurennen, aber sie lief so schnell, dass ich sie erst knapp vor dem Häuschen einholen konnte. »Ach so, du bist's.« »Aber du wusstest doch, wer sie ist,« Emily, sagte ich. »Und du vielleicht nicht?« Ich wollte sie küssen, aber sie hielt sich die Hand auf ihre Kirschenlippen und sagte, sie sei kein kleines Kind mehr, lief ins Haus und lachte noch viel mehr. Es schien ihr Spaß zu machen, mich zu necken, eine Veränderung, über die ich mich sehr wunderte. Der Teetisch war gedeckt, und unser kleiner Koffer stand auf dem alten Fleck. Aber anstatt sich neben mich zu setzen, leistete sie der alten, brummigen Mrs. Gummitsch die Gesellschaft, und als Mr. Pegotti nach dem Grund fragte, bedeckte sie sich das Gesicht mit den Haaren und wollte nicht aufhören zu lachen. »Dat isse, dat isse«, rief Hamm, »Massr Davies wohl, dat isse«, und er saß da und lachte sie lange an mit seinem brennroten Gesicht, auf dem sich Bewunderung und Entzücken spiegelten. Die kleine Emily wurde in jeder Hinsicht verzogen, und von niemand mehr als von Mr. Pegotti, dem sie alles abschmeicheln konnte, wenn sie nur zu ihm ging und ihre Wangen an seinen struppigen Seemannsbart legte. So schien es mir wenigstens, als ich es sah, und ich gab Mr. Pegotti vollkommen recht. Sie war so zärtlich und herzig und dabei so neckisch und schüchtern zugleich, dass sie mich mehr gefangen nahm als je. Sie war auch sehr weichherzig, denn als wir nach dem Tee um den Ofen saßen und Mr. Pegotti eine Andeutung über den Verlust, den ich erlitten hatte, fallen ließ, traten ihr die Tränen in die Augen, und sie sah mich über den Tisch hinüber so freundlich an, dass ich ihr sehr dankbar war. »Ja«, sagte Mr. Pegotti, indem er ihre Locken wie Wasser durch seine Finger laufen ließ. »Hier ist auch eine Weise, Sir. Und hier?« und er klopfte Hamm mit dem Handrücken auf die Brust. »Hier ist noch einer, wenn man sie ihm auch nicht anmerkt.« »Wenn ich sie zum Vormund hätte, Mr. Pegotti,« sagte ich, »würd ich's wohl auch nicht sehr fühlen.« »Schau, Insekt, Maser Davy. Woll«, schrie Hamm entzückt. »Hurra! Schau, Insekt, Maser Davy. Woll! Hört, hört!« »Und er gab den Schlag mit dem Handrücken zurück, und die kleine Emily stand auf und küßte Mr. Pegotti.« »Und was macht ihr Freund, Sir?« fragte mich Mr. Pegotti. »Steerforth.« »Woll, wohl«, rief Mr. Pegotti und wandte sich zu Hamm. »Ich wußte, sein Name hätt mit unserem Beruf zu tun.« »Du heißt Rutherford, Sackt«, bemerkte Hamm lachend. »Jawohl«, antwortete Mr. Pegotti. »Und du stürst mit dem Ruder, nech? Das nech viel anders.« »Wie geht's ihm, Sir?« »Als ich fortging, sehr gut, Mr. Pegotti.« »Das'n Freund«, sagte Mr. Pegotti und reckte seinen Arm mit der Pfeife in die Höhe. »Das is'n Freund, wenn Sie von Freunden sprechen. Gott soll mich nicht leben lassen, wenn's nicht ne Freude ist, den anzusehen.« »Er ist sehr hübsch, nicht wahr«, sagte ich, und mein Herz schlug höher bei dem Lobe. »Hübsch«, rief Mr. Pegotti. »Er steht vor einem wie«, »wie, na, wie soll ich nur sagen, wie er vor einem steht.« »Er ist so keck.« »Und so ist auch sein ganzer Charakter«, sagte ich. »Er ist mutig wie ein Löwe, und Sie können sich gar nicht vorstellen, Mr. Pegotti, wie freimütig er ist.« »Und ich vermute«, sagte Mr. Pegotti und sah mich durch den Rauch seiner Pfeife hindurch an, »daß er in der Buchgelehrsamkeit höher im Wind liegt als alle anderen.« »Ja«, sagte ich freudig, »er weiß alles. Er ist erstaunlich gescheit.« »Das'n Freund«, murmelte Mr. Pegotti mit ernstem Wegen des Kopfs. »Alles geht ihm spielend von der Hand«, sagte ich, »er kann seine Aufgabe, wenn er auch nur einen Blick darauf wirft.« »Er ist der beste Cricketer, den ich kenne. Beim Damenbrett gibt er ihnen so viele Steine vor, wie sie wollen, und schlägt sie mühelos.« Mr. Pegotti nickte wieder mit dem Kopf, als wollte er sagen, »selbstverständlich.« »Und ein Redner ist er«, fuhr ich vor, »daß er jeden überzeugen kann, Sir, um gar erst ihn singen zu hören.« Mr. Pegotti nickte wieder mit dem Kopf, als wollte er sagen, »ich zweifle keinen Augenblick daran.« »Und dann ist er ein so feiner, prächtiger, nobler Bursche«, sagte ich, ganz hingerissen von meinem Lieblingsthema, »dass es kaum möglich ist, ihn so zu loben, wie er es verdient.« »Ich kann ihm nie genug dankbar sein für die Hochherzigkeit, mit der er mich, der ich viel jünger bin und in der Schule weit unter ihm saß, beschützte.« Mitten in meinem Eifer fielen meine Augen auf die kleine Emily, die mit angehaltenem Atem über den Tisch gebeugt dasaß und mit größter Aufmerksamkeit zuhörte. Ihre blauen Augen glänzten wie Edelsteine, und das Blut stieg ihr in die Wangen. Sie sah so wunderbar ernst und hübsch aus, dass ich erstaunt abbrach, und alle schauten sie daraufhin an und lachten. »Emily geht's wie mir«, sagte Pegotti, »sie möchte ihn sehen.« Emily war ganz verlegen geworden, weil wir sie alle ansahen. Er rötete noch mehr und schlug die Augen nieder. Als sie wieder aufsah und bemerkte, dass wir noch immer keinen Blick von ihr wenden konnten, wurde sie ganz verwirrt, lief fort und blieb weg, bis es fast Schlafenszeit war. Ich legte mich in das alte kleine Bett im Hintersteven des Bootes und erwünschte mich klagend über die Dünen wie einstmals. Ich konnte mir nicht helfen, es schien mehr als Klage um die, die dahingegangen. Ich musste an die Wellen des Schicksals denken, die, seitdem ich dieses Heulen zuletzt vernommen, mein glückliches Heim weggespült hatten. Kein Gedanke kam mir mehr wie damals, dass der Ozean draußen über seine Ufer treten könnte und unser Boot fortschwemmen. Ich erinnere mich noch, wie Wind und Wogen allmählich schwächer in meinen Ohren klangen, als ich meinem Abendgebet den Satz hinzufügte, »Gott möchte mich groß werden lassen, damit ich die kleine Emily heiraten könne.« Dann sank ich verliebt in Schlummer. Die Tage vergingen so schnell wie früher, doch nur selten mehr konnte ich mit der kleinen Emily am Strande spazieren gehen, sie musste Aufgaben lernen und nähen und konnte einen großen Teil des Tages nicht zu Hause sein. Aber auch ohne dies wären diese alten Wanderungen nicht mehr so wie früher gewesen, so wild und voll kindischer Launen Emily war, so war sie doch schon viel mehr Jungfrau, als ich glaubte. Sie schien in mehr als einem Jahr viel älter geworden zu sein als ich. Sie hatte mich gern, aber sie lachte mich aus und quälte mich, nahm einen anderen Weg, wenn ich sie abholen ging und empfing mich lachend an der Tür, wenn ich dann verstimmt heimkam. Meine besten Zeiten waren, wenn sie vor der Tür still sitzen mußte und arbeitete, während ich ihr auf der Schwelle vorlas. Es kommt mir jetzt so vor, als ob ich niemals wieder so viel Sonnenschein erlebt hätte, wie an jenen schönen April-Nachmittagen, niemals mehr eine so sonnige kleine Gestalt gesehen, als damals an der Tür des alten Schiffes, niemals mehr einen solchen Himmel, solches Wasser und so herrliche Schiffe in die goldig flimmernde Luft hinaussegeln. Schon am ersten Abend nach unserer Ankunft erschien Mr. Barkis mit einem sehr einfältigen Gesicht und sehr linkischer Haltung und mit einer Anzahl Orangen in einem Schnupftuch. Da er nichts über dieses Bündel fallen gelassen, glaubten wir, er habe es wahrscheinlich vergessen, als er wegging, bis Ham, der ihm nacheilte, mit der Nachricht zurückkam, es sei für Peggotty bestimmt. Von jenem Tag an erschien Barkis pünktlich um dieselbe Stunde jeden Abend und immer mit einem kleinen Bündel, von dem er nie sprach und das er regelmäßig hinter die Tür stellte und dort liegen ließ. Diese Liebesgaben waren von der verschiedensten und exzentrischsten Art. Einmal ein paar Schweinsfüße, dann ein ungeheures Nadelkissen, ein halber Eimer Äpfel, ein paar Jet-Ohrringe, ein Bündel spanische Zwiebeln, ein Dominospiel, ein Kanarienvogel samt Käfig oder eine gepökelte Schweinskeule. Auch seine Liebeswerbung war ganz eigentümlicher Art. Er sprach selten ein Wort und konnte stundenlang in derselben Stellung wie im Wagen beim Feuer sitzen und Peggotty anglotzen. Eines Abends machte er, wahrscheinlich von Liebe begeistert, einen Vorstoß auf das Wachslicht, mit dem sie immer ihren Faden wichste, steckte es in die Westentasche und nahm es mit. Von da an bereitete es ihm ein Hauptvergnügen, den Stumpf, wenn er gebraucht wurde, aus der Tasche zu holen, was nicht ganz leicht war, da er unter dessen halb geschmolzen regelmäßig am Taschenfutter festklebte. Er schien sich bei uns sehr wohl zu fühlen, aber durchaus nicht veranlasst zu sehen, irgendetwas zu sprechen. Selbst wenn er Peggotty auf der Ebene spazieren führte, machte er sich keine Sorgen darüber. Er fragte sie nur zuweilen, ob sie sich behaglich fühle, und Peggotty hielt sich dann, wenn er fortgegangen, die Schürze vors Gesicht und konnte halbe Stunde lang lachen. Auch wir freuten uns alle mehr oder weniger, ausgenommen höchstens die unglückliche Mrs. Gummidge, deren Brautstand von ganz ähnlicher Art gewesen sein musste, dass sie sich immer an den Alten erinnerte. Als meine Besuchszeit ihrem Ende entgegenging, hieß es eines Tages, dass Peggotty und Mr. Barkis einen Festausflug machen wollten und Emily und ich sie begleiten sollten. In Erwartung des großen Vergnügens, Emily einen ganzen Tag für mich zu haben, konnte ich die Nacht vorher schon kaum schlafen. In aller Frühe waren wir auf den Beinen, und während wir noch beim Frühstück saßen, wurde Mr. Barkis in der Ferne sichtbar, eine Kutsche auf den Gegenstand seiner Neigung zulenkend. Peggotty trug wie gewöhnlich ihre sauber-stille Trauerkleidung, aber Mr. Barkis strahlte in einem neuen blauen Rock, den der Schneider so reichlich angemessen, dass die Ärmel im kältesten Winter Hinterhandschuhe überflüssig gemacht hätten, während der Kragen so hoch war, dass Barkis Haare auf dem Hinterkopf wegstanden. Die blanken Knöpfe waren von der größten Gattung. Ausgestattet mit hellen Beinkleidern und einer gelben Weste schien mir Mr. Barkis ein Wunder von Vornehmheit zu sein. Als wir alle reisefertig vor der Tür standen, bemerkte ich, dass Mr. Peggotty mit einem alten Schuh bewaffnet war, der als Glückszeichen hinter uns hergeworfen werden sollte, und dass Mr. Peggotty ihn, Mrs. Gummidge, zu diesem Zweck hinhielt. »Nein, lieber soll es jemand anders tun, Daniel«, wehrte Mrs. Gummidge ab. »Ich bin ein einsames, verlassenes Geschöpf, und alles, was mich ans Gegenteil erinnert, geht mich der Quere.« »Komm, Alte«, rief Mr. Peggotty, »nimm's nur und wirf ihn.« »Nein, Daniel«, wehrte Mrs. Gummidge ab und schüttelte tränenden Auges das Haupt. »Wenn ich weniger fühlte, könnte ich mehr tun. Du fühlst nicht wie ich, Daniel. Die Sachen gehen dich nicht in die Quere, und du ihnen nicht. Es ist besser, du tust's selber.« Aber hier rief Peggotty, die in großer Eilfertigkeit von einem zum anderen gegangen war und alle geküßt hatte, aus dem Wagen heraus, daß Mrs. Gummidge es unbedingt tun müsste. So tat es denn Mrs. Gummidge und warf auch leider zugleich einen traurigen Schatten auf den festlichen Charakter unseres Ausflugs, indem sie in Tränen ausbrach und ganz gebrochen Hemm mit den Worten in die Arme sank, daß sie aller Welt eine Last sei und am besten auf der Stelle ins Armenhaus ginge. Schade nur, daß Hemm es nicht zur Ausführung brachte. Nun ging es weiter auf unserem Festpfad, und das Erste, was wir taten, war, daß wir vor einer Kirche anhielten, wo Mr. Barkis das Pferd an einen Gitterband und mit Peggotty hineinging, während Emily und ich allein zurückblieben. Ich benutzte diese Gelegenheit, meinen Arm um Emlys Taie zu legen und ihr vorzuschlagen, da ich ja bald fort müsse, wollten wir uns recht gut sein und uns den ganzen Tag so glücklich wie möglich gestalten. Da die kleine Emily zustimmte und mir erlaubte, sie zu küssen, kam ich ganz aus der Fassung. Ich sagte ihr, ich könnte nie eine andere lieben und wäre bereit, jeden umzubringen, der sich um sie zu bewerben wagte. Wie sich die kleine, lustige Emily darüber lustig machte, mit einer Miene, als sei sie unendlich viel gescheiter und älter als ich. Sie sagte, die kleine Hexe, ich sei ein kinderischer Junge und lachte dann so entzückend, dass ich den Schmerz über die demütigende Benennung über der bloßen Freude, sie ansehen zu dürfen, vergaß. Mr. Barkis und Peggott, die blieben ziemlich lang in der Kirche, kamen aber endlich wieder heraus. Dann fuhren wir hinaus aufs Land. Unterwegs wendete sich Mr. Barkis nach mir um und sagte, indem er listig ein Auge zukniff, was für Namen habe ich in den Wagen geschrieben? »Klara Peggottie«, antwortete ich. »Was für Namen müsste ich jetzt anschreiben, wenn ein Dach da wäre?« »Nicht wieder Clara Peggottie«, fragte ich. »Klara Peggottie Barkis«, erwiderte er und brach in ein Gelächter aus, das die ganze Schäse wackelte. Kurz, sie waren verheiratet und waren zu keinem anderen Zweck in die Kirche gegangen. Peggottie hatte gewünscht, dass es in aller Stille geschehe und hatte keine Zeugen zu der Feierlichkeit eingeladen. Sie wurde etwas verlegen, als Mr. Barkis mit dieser Mitteilung herausplatzte und konnte mich nicht genug umarmen, um mir ihre unveränderte Liebe zu zeigen. Bald darauf beruhigte sie sich wieder und sagte, sie sei froh, dass alles vorbei wäre. Wir hielten dann an einem kleinen Wirtshaus, wo wir erwartet wurden und ein sehr gutes Mittagessen einnahmen und den Tag sehr angenehm zubrachten. Wenn Peggottie täglich einmal in den letzten zehn Jahren geheiratet haben würde, hätte sie nicht unbefangener sein können. Sie war ganz wie sonst und machte mit der kleinen Emily und mir vor dem Tee einen kleinen Spaziergang, während Mr. Barkis philosophisch seine Pfeife rauchte, offenbar damit beschäftigt, sich sein künftiges Glück auszumalen. Das schien seinen Appetit anzuregen, denn ich erinnere mich genau, dass er zum Tee noch eine ziemliche Menge kalten Schinken zu sich nahm, trotzdem er schon zu Mittag ziemlich viel Schweinebraten und Gemüse gegessen und dann mit ein oder zwei jungen Hühner noch nachgeholfen hatte. Ich habe seitdem oft daran denken müssen, was für eine seltsame, unschuldige und ungebräuchliche Hochzeit das damals war. Bald nach Dunkelwerden stiegen wir wieder in den Wagen und fuhren gemütlich zurück und betrachteten die Sterne und sprachen über sie. Ich führte hauptsächlich die Konversation und klärte Mr. Barkis Geist in ganz erstaunlicher Weise auf. Er hätte wahrscheinlich alles geglaubt, was ihm zu erzählen mir eingefallen wäre, denn er empfand die größte Hochachtung vor meiner Gescheitheit und sagte seiner Frau, ich sei der reinste Roßhus. Damit meinte er ein Wunderkind. Als wir das Thema Sterne erschöpft hatten, oder besser gesagt, als ich die geistigen Fähigkeiten Mr. Barkis erschöpft hatte, nahmen die kleine Emily und ich ein altes Umschlagtuch als gemeinsamen Mantel und blieben so während der ganzen Rückfahrt sitzen. Ach, wie sehr ich sie liebte! Welche Seligkeit, dachte ich, wenn wir verheiratet wären und hinaus in die weite Welt gehen könnten, um unter den Bäumen und in den Feldern zu leben, wenn wir niemals älter und klüger zu werden brauchten, immer Kinder Hand in Hand im Sonnenschein über blumige Wiesen wandeln und abends im Schlummer der Unschuld und des Friedens das Haupt auf weiches Moos legen dürften, welche Seligkeit, dereinst von den Vögeln des Himmels begraben zu werden, wenn wir stürben! Solche Traumbilder, lichtstrahlend wie unsere Unschuld, unerreichbar wie die Sterne über unseren Häuptern, gaukelte mir mein Geist vor den ganzen Weg. Es freut mich, dass zwei schon unschuldige Herzen wie Emily und ich Pegottys Hochzeit verschönten. Wir kamen noch beizeiten zu dem alten Boot, dort nahmen Mr. und Mrs. Barkis Abschied von uns und fuhren gemächlich nach Hause in ihr eigenes Heim. Da fühlte ich das erste Mal, dass ich Pegottys verloren hatte. Unter jedem anderen Dache als hier, wo ich die kleine Emily bei mir wusste, wäre ich mit blutendem Herzen zu Bett gegangen. Mr. Pegottys und Ham sahen mir an, worunter ich litt, hielten ein Abendessen bereit und setzten ihre gastlichsten Gesichter auf, um mir meine traurigen Gedanken zu vertreiben. Die kleine Emily saß neben mir auf dem Koffer, das erste Mal, seit ich hier weilte, und es war ein wundervoller Schluss für einen herrlichen Tag. Diese Nacht war Flut, und bald, nachdem wir uns schlafen gelegt, fuhren Mr. Pegottys und Ham zum Fischen aus. Ich fühlte mich sehr geschmeichelt, in dem einsamen Haus als Beschützer Emilys und Mrs. Cummages zurückgelassen zu sein und wünschte mir nur, dass ein Löwe oder eine Schlange oder ein anderes bösartiges Ungeheuer uns überfallen möchte, damit ich es vernichten und mich mit Ruhm bedecken könnte. Aber da nichts dieser Art auf den Dünen von Jarmers herumstreifte, ließ ich mir, um diesem Mangel abzuhelfen, bis zum Morgen von Drachen träumen. Am Morgen kam Pegottys und rief mich wie gewöhnlich ans Fenster, als ob Mr. Parkes, der Fuhrmann, von Anbeginn nur ein Traum gewesen wäre. Nach dem Frühstück nahm sie mich zu sich nach Hause. Sie bewohnten ein wunderschönes kleines Heim. Von allen Möbeln darin machte mir ein alter Schreibtisch aus dunklem Holz im Empfangszimmer, dessen Deckel aufgeschlagenen Pult bildete, worauf eine große Quartausgabe von Fox' Buch der Märtyrer lag, den tiefsten Eindruck. Als Wohnstube diente eine mit Siegelsteinen gepflasterte Küche. Das kostbare Buch, von dem ich keine Silbe mehr weiß, entdeckte und studierte ich sogleich, nie wieder später besuchte ich das Haus, ohne auf das Pult zu klettern und es zu verschlingen. Am meisten erbauten mich die vielen Bilder, die alle Arten von Martern darstellten. Die Märtyrer und Pegottys Haus sind seitdem in meiner Seele unzertrennlich miteinander verknüpft. Ich nahm an diesem Tage von Mr. Pegotty und Ham und der kleinen Emily Abschied und schlief in der Nacht bei Pegotty in einem Dachstübchen. Das Krokodilbuch lag in einem Fach zu Haupten des Bettes, das immer mein Zimmer sein und immer für mich hergerichtet bleiben sollte. »Solange ich lebe, lieber Davey, und unter diesem Dach wohne«, sagte Pegotty, »sollst du dieses Zimmer vorfinden, als ob ich dich jede Minute erwartete. Ich will es jeden Tag bereithalten, wie dein früheres, altes, kleines Zimmer, und wenn du selbst nach China gingst, soll es die ganze Zeit, wo du abwesend bist, auf dich warten.« Ich fühlte von ganzem Herzen die Wahrheit aus diesen Worten meiner lieben alten Kindsfrau heraus und dankte ihr, so gut ich vermochte. Es fiel nicht sehr überschwänglich aus, denn sie gab mir ihre Versicherung, die Hände um meinen Hals gelegt, erst an dem Morgen, als ich mit ihr und Mr. Barkis nach Hause fuhr. Sie verließ mich am Gartentor in Blunderstone. Es war ein bedrückender Anblick für mich, den Wagen mit Pegotty fortfahren zu sehen, während ich unter den alten Ulmen vor dem Hause stand, in dem kein Blick von Liebe oder Zuneigung mehr auf mir ruhen wollte. Von diesem Zeitpunkt an verfiel ich einen Zustand des Verlassenseins, auf den ich ohne Ergriffenheit nicht zurückblicken kann. Gänzlich vernachlässigt, ohne Gesellschaft von Knaben meines Alters, war ich ohne jede Aufgabe, allein gelassen mit meinen eigenen trüben Gedanken, die selbst jetzt noch, wo ich dies schreibe, ihren Schatten auf das Papier zu werfen scheinen. Was würde ich darum gegeben haben, wenn man mich wieder in eine Schule geschickt hätte und wäre sie noch so streng gewesen, mich auch nur das Geringste gelehrt hätte? Keine Hoffnung lag vor mir. Man konnte mich nicht leiden, sah hartnäckig und mürrisch an mir vorbei. Ich glaube, Mr. Murdstone besaß damals wenig Mittel, aber das tut wenig zur Sache. Er konnte mich nicht ausstehen. Und ich glaube, er wollte meine Ansprüche an ihn vergessen, indem er mich vernachlässigte. Ich wurde nicht täglich misshandelt, man schlug mich nicht und tadelte mich nicht, aber das Unrecht, das ich litt, war ohne Unterbrechung und wurde mir in systematischer, leidenschaftsloser Weise zugefügt. Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat wurde ich kalt vernachlässigt. Was sie wohl mit mir angefangen hätten, wenn ich krank geworden wäre, ob mich jemand gepflegt hätte, oder ob sie mich in meinem einsamen Zimmer einfach hätten verschmachten lassen. Wenn Mr. und Miss Murdstone zu Hause waren, nahm ich meine Mahlzeit mit ihnen ein, in ihrer Abwesenheit aß und trank ich allein. Zu allen Zeiten trieb ich mich unbeachtet im Hause und in der Nähe herum. Sie gaben nur eifersüchtig acht, dass ich mit niemand Freundschaft schlösse, wahrscheinlich, damit ich mich nicht beklagen könne. Wohl aus demselben Grunde war es mir fast nie erlaubt, mit Mr. Chilip einen Nachmittag zu verleben, trotzdem er mich sehr oft einlud. Nur selten durfte ich ihn besuchen. Ebenso selten die ihnen so verhasste Pegotti. Ihrem Versprechen getreu kam die gute Seele einmal in der Woche zu mir, oder wir trafen uns in der Nähe, und nie kam sie mit leeren Händen. Aber wie viele, viele Male täuschte ich mich bitter in der Hoffnung, Erlaubnis zu bekommen, sie in ihrer Wohnung besuchen zu dürfen. Hier und da wurde es mir gestattet. Und bei einer solchen Gelegenheit brachte ich heraus, dass Mr. Barkis eigentlich ein Geizhals, oder wie sie es nannte, ein bisschen knickerig war, und viel Geld in einem Koffer unter seinem Bette versteckt hielt, der angeblich voll Kleider und Hosen sein sollte. Mit solcher Zähigkeit verbarg Barkis seine Schätze, dass auch die kleinste Summe nur durch List aus ihm herausgelockt werden konnte. Pegotti musste jedes Mal eine wahre Pulververschwörung anzetteln, um samstags ihr Haushaltungsgeld zu bekommen. Während dieser langen Zeit fühlte ich allmählich jede Hoffnung schwinden und empfand die vollständige Vernachlässigung so tief, dass ich ohne meine alten Bücher ganz und gar elend gewesen wäre. Sie bildeten meinen einzigen Trost, und ich war ihnen so treu, wie sie mir, und ich las sie, ich weiß nicht mehr, wie viele Male durch. Ich komme jetzt zu einem Zeitabschnitt meines Lebens, den ich nie vergessen kann und dessen Erinnerung mir oft ungerufen, wie ein Gespenst erschienen ist und glückliche Zeiten getrübt hat. Ich schlenderte wie gewöhnlich eines Tages zwecklos und träumerisch wie immer umher, da stieß ich um eine Ecke bebiegend und vermutet auf Mr. Murdstone, der sich in Begleitung eines Herrn befand. Ich wollte mich verlegen vorbeidrücken, als der Herr rief. Hallo, Brooks. Nein, Sir, David Copperfield, sagte ich. Sei still, du bist Brooks von Sheffield, sagte der Herr. Das ist dein Name. Bei diesen Worten sah ich mir den Gentleman genau an und erkannte in ihm Mr. Quinion, der damals bei meinem und Mr. Murdstones Besuch in Lostoft so gelacht hatte. Und was machst du und wo gehst du in die Schule, Brooks? fragte Mr. Quinion. Er legte mir die Hand auf die Schulter und zog mich mit. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte und blickte fragend auf Mr. Murdstone. Er ist jetzt zu Hause, sagte Mr. Murdstone. Er geht überhaupt nicht in die Schule. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Es ist ein schwieriger Fall. Sein alter, falscher Blick ruhte eine Weile auf mir, dann runzelte er die Augen und wandte sich mit Widerwillen von mir ab. Hm, sagte Mr. Quinion und sah uns beide an. Schönes Wetter. Eine Pause trat ein und ich überlegte, wie ich mich am besten von ihm losmachen könnte und meines Weges gehen, als er sagte, ich glaube, du bist doch ein ziemlich flinker Bursche, was, Brooks? Ja, er ist flink genug, sagte Mr. Murdstone ungeduldig. Lass ihn doch gehen, er wird es nicht dankwissen, dass du ihn festhältst. Auf seinen Wink ließ mich Mr. Quinion los und ich beeilte mich wegzukommen. Als ich mich im Garten umdrehte, sah ich, dass Mr. Murdstone am Kirchhof stehen geblieben, mit Mr. Quinion unterhandelte. Sie sahen mir beide nach und ich merkte, dass sie von mir sprachen. Mr. Quinion blieb die Nacht über bei uns. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen wollte ich eben das Zimmer verlassen, als mich Mr. Murdstone zurückrief. Er ging dann freilich an den Schreibtisch seiner Schwester. Mr. Quinion schaute, die Hände in die Taschen zum Fenster hinaus und ich stand da und sah von einem zum anderen. David, begann Mr. Murdstone, für die Jugend ist dies eine Welt der Tat, aber keine zum Brüten und Faulenzen. Wie du es machst, fügte seine Schwester hinzu. Jane Murdstone überlass das gefälligst mir. Also, ich sage dir, David, für die Jugend ist dies eine Welt der Tat und nicht ein Feld zum Brüten und Faulenzen, ganz besonders nicht für einen Jungen von deinem Charakter, der der Zucht bedarf und dem man den größten Dienst leistet, wenn man ihn zwingt, die Wege der arbeitenden Welt zu betreten, um ihn zu ducken und zu brechen. Mit Trotz ist hier nichts auszurichten, warf seine Schwester dazwischen. Dein Trotz muss gebrochen werden. Er soll und muss gebrochen werden. Mr. Murdstone warf ihr einen halb abweisenden, halb billigenden Blick zu und fuhr fort. Ich glaube, du weißt, David, dass ich nicht reich bin. Jedenfalls weißt du's jetzt. Du hast eine beachtenswerte Erziehung genossen. Erziehung kostet Geld. Aber selbst, wenn das nicht der Fall wäre, würde ich es doch für vorteilhaft halten, dich nicht mehr in die Schule zu schicken. Was vor dir liegt, ist der Kampf mit der Welt und je eher du damit anfängst, umso besser. Ich glaube, dass ich ihn in meiner eigenen armseligen Art wohl schon lange begonnen hatte. Du hast wohl schon von dem Comptoir gehört, vor Mr. Murdstone fort. Vom Comptoir, Sir? Von Murdstone und Grinsby Weinhandlung. Ich muss vermutlich ein verwirrtes Gesicht gemacht haben, denn er sagte ungeduldig, das Comptoir, das Geschäft, der Keller, das Lager, kurz und gut. Ich glaube, ich habe davon gehört, Sir, aber ich weiß nicht mehr, wann. Das ist schließlich gleichgültig, antwortete er, Mr. Quinion führt das Geschäft. Ich blickte den Gentleman, der immer noch aus dem Fenster schaute, ehrerbietig an. Mr. Quinion meint, dass er noch ein paar Jungen beschäftigen kann und keinen Grund sieht, warum er dich nicht auch unter denselben Bedingungen anstellen sollte. Wenn Mr. Brooks schon sonst keine anderen Aussichten hat, Murdstone ließ Mr. Quinion halblaut fallen und sah sich nach uns um. Ohne zu beachten, was er sagte, fuhr Mr. Murdstone ungeduldig, fast ärgerlich fort. Die Bedingungen sind, dass du so viel verdienst, dass du Essen und Trinken und Taschengeld hast. Deine Wohnung, die ich dir aussuchen werde, bezahle ich, ebenso die Wäsche. Die ich aussuchen werde, sagte Miss Murdstone. Für deine Kleider wird auch gesorgt werden, da du für die erste Zeit sie dir nicht selbst wirst beschaffen können. Du gehst also jetzt mit Mr. Quinion nach London, David, um ein Leben auf eigene Rechnung zu beginnen. Kurz, du bist versorgt, bemerkte Miss Murdstone, und wirst gefällig deine Pflicht tun. Ich verstand ganz gut, dass man mich nur loswerden wollte, weiß aber nicht mehr recht, ob ich mich darüber freute oder traurig war. Ich glaube, ich fühlte mich so verwirrt, dass ich zwischen beiden Empfindungen hin und her schwankte. Es blieb auch nicht viel Zeit, mir darüber klar zu werden, da Mr. Quinion am nächsten Morgen abreisen sollte. Ich sehe mich an jenem Morgen in einem alten, abgetragenen, weißen Hut mit einem schwarzen Trauerflor, in einer schwarzen Jacke und ein paar harten, steifen Manchester-Hosen, die Miss Murdstone vermutlich als die beste Rüstung im Kampfe mit der Welt, den ich jetzt beginnen sollte, ausgesucht hatte. In diesem Aufzuge, alle meine Habseligkeiten in einem kleinen Koffer, ganz allein, einsam und verlassen, wie Mrs. Gummidge gesagt hätte, saß ich auf dem Wagen, der Mr. Quinion zur Londoner Post nach Yarmouth brachte. Kleiner und kleiner wurden das Haus und die Kirche in der Ferne, das Grab unter dem Baum verschwand, hinter den Häusern. Dann sehe ich den Kirchturm nicht über meinen alten Spielplatz mehr ragen, und der Himmel ist öde und leer. Ende des zehnten Kapitels 5-6-6-6-4-8-2-1-4-3-4-1-6-4。 Untertitelung des ZDF, 2020